auf anhieb funktioniert wunderbar ihr sagt mir bescheid wie spiel lautstärke meine lautstärke und alles miteinander ist ne und ein egal muss ich auf youtube wieder rausschneiden hier aber geben wir uns das intro mal mit original soundtracks ja ich finde auch voller zwei gehört also voller new vegas ist auch sehr gut voller zwei und voller new vegas sind beides die besten so regeln nummer eins eine ordentliche garderobe pflegen regeln nummer zwei schützende augenschützer benutzen die jahre in der walt können die augen empfindlich machen für das die sonnenlicht oder so ähnlich extreme eye damage könnte passieren wenn man nicht das macht was da steht once outside the world be prepared to live ich kann das nicht so schnell lesen aber auf jeden fall ein garten eden creating kit ist ziemlich wichtig in die augen genau ging das gerade das hier ist der mittlerweile oder schon ziemlich schnell und lang ausverkaufte holy drink mit so blauer drache gummibärchen geschmack aber den gibt es gar nicht mehr aber es gibt ja jetzt wieder neue holy sorten wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt drei neue hydration sorten adanas kokosnuss und sauerkirsche kann ich euch persönlich jetzt schon mal auf jeden fall kokosnuss empfehlen das in meinem favorit gerade der wo ich dachte so das könnte eklig sein ehrlich gesagt war dann der wo ich mir dachte bohr ja der ist schon der geilste von den dreien finde ich hey klamm vielen vielen dank für die verschenkte mitgliedschaft auf youtube dankeschön das ist ja mega nett von dir kräg kräg bleibt immer gleich das ende der welt ereignete sich mehr oder weniger so wie wir es vorausgesehen hatten zu viele menschen zu wenig platz zu wenig ressourcen die einzelheiten sind trivial und unbedeutend die gründe wie immer rein menschlicher natur nahezu alles leben auf der erde wurde ausgelöscht ja eine große säuberung ein atomarer funke gezündet von menschen ich weiß noch nicht genau welchen charakter wir heute bauen und spielen werden aber es wird wieder in die augen gehen definitiv die menschheit wurde nahezu völlig ausgelöscht ihr geist wurde teil der radioaktivität die sich wie ein leichentuch auf die erde legte wie philosophisch ihr geist wurde teil der radioaktivität was hat er gesagt er sich wie ein teppich über die wüste legte oder so unterirdischen bunkern in sicherheit bringen können als die große dunkelheit poetisch das war eher das wort das ich gesucht habe wie poetisch ein radioaktiver geisterteppich ursprung auf einen solchen bunker zurück seine angehörigen glauben dass ihr gründer und arnherr der unter dem namen bunker bewohner bekannt ist einst die welt von ich glaube auch dass das noch von boomer übersetzt wurde das spiel leichentuch hat er wirklich leichentuch gesagt na gut okay ich bin teppich ja nee schlechter ja warum schießt den klaver auf die volt bewohner der cutscene ich schätze die die wirkliche antwort ist für den dramatischen effekt in der eröffnung cutscene und in lore würde ich sagen um ein exempel zu statuieren da ist keiner mehr da das tor wieder schließen könnte schnell schnell da ist keiner mehr der widerstand leistet die erste reihe wird niedergemäht und die anderen werden einfach widerstandslos mitgenommen und so hat der rojo von seiner gründung an in frieden gelegt durch seine schluchten vor der außenwelt geschützt rojo ist heimat deine heimat aber die narben des krieges sind noch nicht verheilt und die welt hat noch nicht vergessen Tadaa so jetzt habe ich gerade die tür unten gehört und jetzt hole ich den kleinen fuji mal kurz hoch moment da ist er wie gesagt lasst euch nicht zu sehr von seinem äußeren täuschen er ist ein ziemlich wilder kerl aber er ist super oder fuji jojojojo kuschelhundi versteht gar nicht was hier los ist so habe ich übrigens heute den ganzen vormittag gearbeitet weil er nicht schlafen wollte so ungefähr saß ich hier am arbeitsplatz der süße rabauke ja das ist er wirklich ja du so er ist jetzt ziemlich müde ich glaube ich muss ihn jetzt gleich ins bett bringen aber wollt mal kurz kurz dass ihr ihn seht ja das ist schon niedlich weil er beruhigt sich auch immer der vorführeffekt aber er beruhigt sich normalerweise auch immer wenn man ihn so hoch nimmt wenn man ihn auf dem arm hat weil wenn er dann so wild ist ist es teilweise wirklich gar nicht so leicht ihn runter zu kriegen so ein bisschen und das hilft normalerweise oder du oder du ja guck mal er hechelt auch er ist ganz erledigt ja na gut ich bring ihn jetzt mal ins bettchen und dann machen wir weiter mit voller zwei schaut aus wie knochi hä ist das auch ein hund oder meinst du die nahrungsmittel schlaf so wichtig für die kleinen ja ja wir müssen auch immer gucken dass er eben schläft er von sich aus würde das nicht machen genau der wird wahrscheinlich so 34 cm 35 cm schulterhöhe kriegen also der wird nicht riesig aber ein bisschen also von der masse her haben wir jetzt noch nicht mal die hälfte erreicht ne ja na gut okay bin gleich wieder da leute ach halt dich fest fuji ich muss kurz zur maus ach so tada milchbaum ihr hund heißt gnocchi achso ok den kenn ich nicht so wo waren wir stehen geblieben ok ok jetzt muss ich schnell sein achtung live scene und das da und bam cool so hu cool oh ich hab extra vor dem stream das erste video von deinem ersten voller zwei let's play geguckt damit ich vergleichen kann welche special werte ha da bin ich gespannt vielleicht bauen wir zufällig versehentlich den gleichen charakter weil das erste kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern aber wir bauen natürlich ne eigene figur der land squid ok ähm so jetzt schauen wir mal in fallout 2 kann man die special werte relativ gut noch nachträglich erhöhen ich bin mir leider nicht mehr hundertprozentig sicher welchen wert man um wie viel erhöhen kann wir spielen hier übrigens auch hey mc rockef äh mc rockef just resubt vor 5 months das ist neu oder seit wann redet die so komisch englisch muss ich mal gucken ob da irgendwas umgestellt wurde aber hey äh mc rockef vielen vielen dank für deinen sub im dritten monat was wollte ich sagen ach so genau ähm aber auf jeden fall kann man die werte relativ stark erhöhen das heißt wahrscheinlich wärs klug wenn wir nirgends über 8 gehen äh weil wir die dann trotzdem noch auf maximum kriegen ziemlich sicher hast du schon konkrete vorstellungen welchen charakter du bauen willst ne eben noch nicht wirklich ich hätte bock dass wir mal weil ich hab das gefühl das mach ich viel zu selten nen sniper machen aber gleichzeitig finde ich schon schwere waffen und energiewaffen sehr sehr cool verzeihung ähm jetzt überlege ich ob ich wieder auf energiewaffen gehen soll langfristig dass man vielleicht so mit laser gatling am ende dann durch die welt läuft das wäre schon gut auch wenn er dann am anfang unter umständen sehr schwach ist naja jetzt gucken wir mal stärke ähm würde ich auf jeden fall nicht über 6 stellen wahrnehmung könnte man schon auf 7 machen ausdauer ist mir ehrlich gesagt wurscht da könnte man sogar ein bisschen runter gehen wenn es sein muss charisma das ist jetzt die frage was machen wir mit charisma und intelligenz jetzt wollen wir mal einen sehr charismatischen oder sehr intelligenten charakter spielen oder beides vielleicht irgendwie aber ich würde auch ungern und ich hätte auch gern viel glück okay wir müssen den charakter ganz anders spielen wir machen die stärke auf 4 also wir nehmen auf jeden fall begabt so dann sieht das gleich schon mal ganz anders aus genau eben den bosskampf gegen frank horrigan den müssen wir im auge behalten das spiel wird irgendwie das spiel geht sehr schwer los finde ich und wird dann hinten raus nochmal sehr schwer also je nachdem welchen charakter man sich gebaut hat am anfang aber ich möchte dass das spiel jetzt für uns nur am anfang sehr schwer ist und ab dann immer leichter wird bis zu frank horrigan den habe ich nicht vergessen verhext wäre auch lustig ja das stimmt absolut aber ich überlege ob wir wieder kleiner körperbau nehmen auch wenn es nervt aber andererseits könnte man vielleicht den malus in kauf nehmen den wir dafür kriegen wird säuregranaten geben ich glaube ich glaube das was säuregranaten in vollort 1 und 2 am nächsten kommt ist plasma so von der wirkung her ist auch sehr effektiv gegen lebende dinge du bist doch nicht so groß wie andere bla 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 jetzt pass mal auf wenn wir das nehmen dann kriegen wir 1 beweglichkeit aber wir verlieren tragekapazität ja komm machen wir das ist okay wir sind ein kleiner drahtiger wendiger schneller kerl glück hätte ich nämlich auch ziemlich hoch gerne hm das sieht eigentlich sehr gut aus ey ohne scheiß ich glaube so könnten wir es machen nicht sehr stark gute wahrnehmung charismatisch intelligent gute beweglichkeit viel glück und die werte steigern wir dann alle noch so auf 9 10 sowas je nachdem wie gesagt ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber grundsätzlich können wir da noch viel erweitern aber ja das ist ein resident evil joke das ist ein resident evil insider so ich glaube das könnten wir machen okay aber jetzt ist die frage auf was spezialisieren wir uns ne auf was spezialisieren wir uns mit den werten die wir jetzt haben warum eigentlich unsere beweglichkeit ist gut aber gut ist standardmäßig so niedrig halt ne ja ja genau ah könnten wir uns schon auf energiewaffen spezialisieren werfen ist sowas das habe ich noch nie benutzt ne noch nie aber man könnte dann am anfang vielleicht durch wurfmesser und speere und später dann im mid game so auch mit granaten noch irgendwie brillieren und dann hinten raus auf energiewaffen umsatteln ich nehme immer ungern zwei kampf skills obwohl es voll sinn macht eigentlich aber gut was würde ich denn sonst nehmen wollen reparieren braucht man reparieren nicht fürs auto oder oder wissenschaft ich verwechsel leider reparieren und wissenschaft zu oft mit spielen kann man sich im casino natürlich mit einem hohen glückswerk und wert und spielen kann man sich im grunde unendlich viel geld generieren das ist auch nicht schlecht stehlen oh ich habe noch nie wirklich glaube ich ich hoffe ich lüge jetzt nicht aber ich glaube ich habe noch nie einen dieb gespielt in vorlaut stehlen stehlen heißt halt auch sehr viel speichern und neu laden die ganze Zeit ne aber hm gibt es in den Teilen Flammenwerfer ich glaube schon außer ich verwechsel das jetzt mit tactics oder so aber auf jeden Fall genau das ist noch wichtig zu sagen wir spielen hier nicht vanilla voller 2 sondern ich habe den restoration mod installiert das heißt dass einige Orte Personen Quests und so weiter die mal fürs Spiel geplant waren aber nicht fertig gestellt wurden ja genau im ersten gibt es auch schon Flammenwerfer logisch quasi wieder hinzugefügt wurden zusätzlich zu ganz viel Backfixes und ein paar schönen kleinen mods wie das die dass es Kinder gibt erstens aber auch dass unsere Begleiter Begleiterin die Rüstung auch optisch tragen die wir ihnen anziehen und so weiter also wenn alles klappt haben wir da schon eine schönere Version von voller 2 ähm ja genau deswegen kann ich so fragen jetzt also einen Flammenwerfer gibt es auf jeden Fall aber deswegen bin ich mir gar nicht sicher ob wir vielleicht auch neue Waffen finden oder sowas möglicherweise okay Dietrich auf jeden Fall ich glaube ich gehe nicht auf Stielen ich glaube das macht mir einfach keinen Spaß es gibt schon einen Grund warum ich das noch nie gemacht habe aber Dietrich will ich schon und dann ist die Frage reparieren oder Wissenschaft eins von beiden und ich glaube ich nehme reparieren ich glaube ich gehe auf reparieren Energiewaffen Dietrich reparieren BÄM das nehmen wir so sieht es aus große Waffen wären auch mal aber ich mag einfach Energiewaffen ich bin einfach ein Energiewaffen Fan was hatten wir denn beim ersten Mal hatten wir Nahkampf als Spezialisierung ne oder? und beim zweiten Mal was hatte ich denn was hatte ich denn bisher in meinen ersten zwei Let's Plays für für Spezialisierungen Terminal Hacken Dietrich Schuss Waffen Waffen wahrscheinlich Wär auch Wär auch gut Voller 2 kriegt man ja aber im Voller 2 kriegt man sie sehr erst sehr spät also du hast sehr viel Glück Energiewaffen ja ja das wird eine Herausforderung aber Terminals muss man auch oft hacken wegen Wissenschaft meinste ja ich bin ich ich bleibe jetzt so ich will so bleiben wie ich bin und wenn wir es noch bereuen werden aber gut okay ich glaube wir nehmen den so wir nehmen den jetzt wie er ist Wissenschaft fürs Hacking ist wichtig ich weiß schon ich habe das nämlich ich habe ja im ersten Teil habe ich schon auf Wissenschaft geskillt und bin doch die ganze Zeit zu den Terminals weil ich mich erinnern konnte dass das wichtig ist aber es war halt im ersten Teil noch gar nicht so wichtig das ist der zweite ich glaube Wissenschaft gilt sogar als einer der mächtigsten Perks in Fallout 2 der bringt einem wahnsinnig viel ich weiß aber ich 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 tendiere schon ein bisschen dazu gebe ich zu dass wir Dietrich noch mal tauschen oder vielleicht auch reparieren gegen Wissenschaft vor allem weil wir am Anfang schon sehr schwach sein werden ah ich werfe eine Münze ähm jetzt pass auf ich habe eine Idee äh Alexa reparieren oder Wissenschaft ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann okay Wissenschaft ist eins reparieren ist zwei Alexa eins oder zwei Wissenschaft okay meinetwegen wenn Alexa es auch sagt Charakter aussehen uuuu ich glaube ich will lange Haare yeah okay gut dann haben wir es jetzt aber oder alles zufällig das wäre eine schöne Idee gewesen oh zu alt für das wäre eine echt schöne Idee gewesen ach scheiße ey machen wir das oh mein Gott lassen wir alle Werte von Alexa bestimmen und den Charakter spiele ich dann oh Gott das ist grad so blöd dass ich das großartig finde scheiße okay ich glaube wir müssen das machen ich glaube wir müssen das machen unbedingt unbedingt okay von mir aus dann machen wir das jetzt wirklich jetzt passt auf äh was ist das maximale Alter in dem Spiel wenn schon denn schon wenn schon denn schon machen wir alles also ich bin gespannt bei den Special Stats müssen wir halt ein bisschen gucken ne weil ja klar aber gut äh von 16 bis Alexa sagen wir eine Zahl zwischen 16 und 35 7 hier ist eine Zahl zwischen 16 und 35 27 7 Alexa aus ok 1 ist männlich 2 ist weiblich Alexa 1 oder 2 2 2 bei Race kann ich gar nichts machen ne ok Alexa 1 2 oder 3 3 3 ok roter Pferdezopf ok gut Pferdezopf naja ihr wisst schon was ich meine ok jetzt pass auf ich würde sagen wir beschränken damit der Charakter spielbar bleibt und damit es auch von den Stats her realistischer ist äh damit es sich ausgeht von 3 bis 7 die Werte würde ich sagen das machen wir jetzt glaube ich so Alexa Alexa sag mir eine Zahl zwischen 1 und 7 hier ist eine Zahl zwischen 1 und 7 1 achso ich habe mich vertan ne warte mal machen wir zwischen 3 und 8 so Alexa Zahl zwischen 3 und 8 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 8 6 ok Alexa eine Zahl zwischen 3 und 8 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 8 7 uuh ok Alexa Zahl zwischen 3 und 8 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 8 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 8 7 nein niemand braucht Ausdauer 7 ah warum hey ok machen wir weiter Alexa eine Zahl zwischen 3 und 8 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 8 7 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 7 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 8 hier ist eine Zahl zwischen 3 und 8 n Aha. Alexa? Oh Gott. Zahl zwischen drei und... Alexa. Zahl zwischen drei und sieben. Hier ist eine Zahl zwischen drei und sieben. Oh Gott, Alexa, du machst meinen Charakter komplett kaputt. Nein. Okay, wir haben fünf Punkte übrig. Wie verteilen wir die denn jetzt? Darf ich die selber verteilen einfach? Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Ja, okay, dann verteile ich die selber. Dann machen wir das so. So, habe ich jetzt Glück, dass die übrig geblieben sind. Aber wir lassen die grundsätzlich so, wie sie sind. Ich werde nur Bewegung und Glück ein bisschen nach oben pushen. Vor allem Glück, damit wir coole Zufallsbegegnungen haben. Das ist schon wichtig. Okay. Hi, Andra. Ne, du hast eigentlich noch nicht viel verpasst. Wir haben im Grunde gerade beschlossen, dass Alexa unseren Charakter bauen wird. Jetzt ist halt die Frage. Begabt und kleiner Körperbau. Wird das auch zufällig ausgewählt? Eigentlich schon, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir haben sechzehn. Alexa? Zahl zwischen eins und sechzehn. Hier ist eine Zahl zwischen eins und sechzehn. Eins. Schneller Stoffwechsel. Dein Stoffwechsel ist zweimal so schnell wie normal. Du bist daher gegen Strahlung und Gift weniger resistent. Dafür heilt dein Körper aber auch schneller. Das ist so lame. Das ist so lame. Aber gut. Alexa? Sag mir eine Zahl zwischen zwei und sechzehn. Hier ist eine Zahl zwischen zwei und sechzehn vier. Und einhändig. Nein. Oh Gott. Eine deiner Hände bedeuten besser als die andere. Du bist hervorragend im Umgang mit einhändigen Waffen. Beidhändige Waffen bereiten dir Probleme. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie wir Frank Corrigan töten sollen mit einer einhändigen Waffe. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, dann. Oh Gott. Ich hätte das nicht. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Ich weiß nicht. Hilfe. Das wird ein böses Ende nehmen. Ich glaube auch. Okay, dann gucken wir mal. Ich werde jetzt hier ein bisschen beschränken, weil ein Waffenskill brauchen wir. Aber Alexa darf sich aussuchen, welchen Waffenskill. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs zur Verfügung. Okay, außer wir holen uns, wir finden vielleicht den Solarblaster, ne? Wenn wir jetzt Energiewaffen kriegen und dann den Solarblaster finden, dann profitieren wir von einhändig. Aber auch nur dann. Na ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alexa, Zahl zwischen eins und sechs. Hier ist eine Zahl zwischen eins und sechs, sechs. Werfen, nein, bitte nicht. Werfen. Oh Gott, das geht nicht. Hey, das geht wirklich nicht. Wir können keinen Charakter nur mit Werfen spielen. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Wir können nicht nur mit Granaten und Wurfmessern das Spiel durchspielen, oder? Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist selten dämlich. Das würde ein Untergang werden, ja. Wird schon schief gehen. Oh Gott. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Alexa, sag mir zwei Zahlen zwischen eins und zwölf. Das könnte deine Frage beantworten. Hier ist eine Zahl zwischen eins und zwölf, zwölf. Naturbursche. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen eins und elf. Hier ist eine Zahl zwischen eins und elf, drei. Drei. Schleichen. Um Gottes Willen. Nein. Das gibt's doch nicht. Schleichen und Naturbursche. Werfen, Schleichen und Naturbursche. Was ist das? Was ist denn das für... Was ist das? Hey. Ich weiß nicht. Also, ich würde vielleicht nochmal rerollen gerne. Darf ich nochmal neu rollen? Weil das ist wirklich richtig scheiße. Wissen über Pflanzen und Tiere schleichen. Wann braucht man bitte schleichen und werfen? Oh Gott. Granaten in die Augen. Nur mit Granaten und Wurfmesser kriegst du nicht einen Enklavensoldaten hin. Eben, ne? Der ist cursed, der Run. Der ist komplett cursed. Der ist wirklich so cursed, dass ich noch einmal rerolle. Ich würde gerne die Zusatzmerkmale und die Fähigkeiten nochmal rerollen, bitte. Bitte noch einen Versuch nochmal, weil das wird nix. Das wird nix. Da kommen wir nicht durch. Das ist lächerlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Moment, wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sechzehn. Okay. Alexa, eine Zahl zwischen eins und sechzehn. Hier ist eine Zahl zwischen eins und sechzehn. Dreizehn. Dreizehn. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Stabil. Präparate wirken nur halb so lange wie normal und die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist ebenfalls nur halb so hoch. Okay, bringt uns gar nix, aber es ist zumindest auch kein Klotz am Bein. Alexa, zwischen eins und sechzehn eine Zahl, bitte. Go. Hier ist eine Zahl zwischen eins und sechzehn. Neun. Neun. Wilder Kämpfer. Okay, die Ironie des Schicksals will es, dass Menschen um dich herum gewaltsam sterben. Und du immer Zeuge eines besonderen, grausamen Tod wirst. Das ist wenigstens lustig. Okay, damit bin ich sehr viel glücklicher. Das ist zumindest lustig. Und wir machen es jetzt bei den Waffen so, dass wenn wieder Werfen kommt, dann nehme ich einfach noch eine zweite Waffenfähigkeit. Auch wenn ich es immer schade finde. Aber gut. Also, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alexa? Eine Zahl zwischen... Alexa? Zahl zwischen eins und sechs, bitte. Hier ist eine Zahl zwischen eins und sechs. Zwei. Zwei große Waffen. Okay, großer Waffen-Run machen wir. Danke, Alexa. Ja, also... Ach, war das... Also, wirklich. Okay, okay. Und ich werde es jetzt... Ich werde es jetzt auch... Ich werde es jetzt ein bisschen manipulieren. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich werde es jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, Auswahl stellen und dann entscheidet Alexa zwischen Wissenschaft und Reparieren. So. Alexa? Zahl zwischen eins und elf. Hier ist eine Zahl zwischen eins und elf drei. Eins, zwei, drei. Wieder schleichen. Okay, komplett nutzlos. Alexa? Eins oder zwei? Eins. Okay. Schleichen und Wissenschaft. Na gut. Okay. Machen wir. Ich finde, der Charakter ist besser. Der ist spielbar. Mit dem... Ich... Ich... Dass wir nicht begabt haben, kommt mir wie Riesenverschwendung vor. Aber... Damit... Mit dem können wir arbeiten. Das schaffen wir schon. Stärke fünf und große Waffen. Da müssen wir schauen, dass wir den Wert schnell erhöhen. Aber gut. Ich würde sagen, den nehmen wir. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Oder wisst ihr was? Alexa? Sag mir einen guten Namen für eine Videospielhauptfigur. Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Artshaus-Nutzer, die ich übersetzt habe. Hier sind die Namen einiger Videospielcharaktere. Mario, Gordon Freeman, Lara Croft, Shodan, Guybrush, Threepwood, Master Chief, Sephiroth, Minutes C und Who. Alexa? Das genügt. Alle kriege ich... Gut. Alle kriege ich nicht rein, aber Mario Gordon ist ein guter Name. Okay. Mario Gordon... Ähm... Geht jetzt auf ins Ödland. Let's go. Oh. Komm herein, aus erwähltes Wesen. Okay. Es gibt ein paar Dinge, die du wissen musst. Das Dorf stirbt. Anzeichen dafür gibt es überall. Ja, Alexa wäre ein guter Name gewesen. Da hast du recht, Olli. Krankkinder. Aber noch besteht Hoffnung. Eine vage Hoffnung, von der nur wenige wissen. Auf den alten Holodisks ist von einem Garten Eden-Erstellungskit die Rede. Man sagt, es könne Leben ins Ödland bringen. Wenn du dich als würdig erweist, wird die Suche nach dem Gig zu deinem Lebensinhalt werden. Um diesen Beweis zu erbringen, musst du dich aufmachen zum Tempel der Erprobung. Wenn du überlebst, komm zu mir zurück, dann erzähle ich dir mehr. Ich finde, der Tempel der Erprobung liegt in deiner Hand. Ja, ja, ist ja schon cool. Beweise deinen Gut. Finde das Gegend. Rette uns. Ja, ja, Stärke 5 und schwere Waffen wird interessant. Aber mit Powerrüstung kriegen wir, glaube ich, einen Stärkebonus von 2, oder? Glaube ich. Und ich glaube, wir können unsere Stärke mindestens einmal permanent um 1 erhöhen. Das heißt, auf 8 sollten wir kommen. Ohne Probleme. Wenn nicht sogar mehr. Na gut. Ich liebe Fallout 2 wirklich. Aber ich hasse den Tempel der Erprobung. Vielleicht, weil ich einfach schon sehr viele neue Charaktere auch einfach angefangen habe zum Durchprobieren. Und immer wieder dieser blöde Tempel. Und gerade, wenn man sehr intelligente, charmante Charaktere baut, hat man da echt Probleme in dem Tempel. Ich mag den nicht. Ich finde das kein gutes Tutorial auch für das Spiel, weil es einem gleich so voll in den Kampf wirft. Aber jetzt reden wir erstmal mit Clint. Guten Tag, Mario Gordon. Du bist die Erprobungen, was? Du hast die Erprobungen der Älteren nicht erfolgreich ausgeführt. Du darfst nicht passieren. Ich muss aber zum Dorf zurück. Entschuldige, Mario Gordon. Aber ich kann dich nicht durchlassen. Wenn du in das Dorf zurückkehren möchtest, musst du dich zuerst deinen Erprobungen stellen. Naja, ich kann... Ich habe ein paar Fragen vielleicht. Kann ich dich vielleicht was fragen? Vergib mir! Aber ich kann deine Fragen nicht beantworten. Stell dich der Erprobungen der Älteren. Beweis, dass du würdig bist. Na schön, okay. Dann gehen wir und beweisen mal unsere Würdigkeit. Jetzt schauen wir mal kurz ins Inventar. Wir haben zumindest einen Sperr. Wir sind jetzt nur auf schwere Waffen spezialisiert. Sonst nix. Wir sind auch nicht sehr stark. Das heißt, wir sind jetzt im Nahkampf nicht sehr gut. Aber ich gucke jetzt mal, ob wir vielleicht ein paar Skorpione totkriegen. Für die Erfahrungspunkte wäre es gut. Ich glaube, Stärke 9 kriegst du denn mit Powerrüstung und permanenten Upgrades. Ja, das wäre ja absolut ausreichend. Okay. Unser erster Kampf. Eine Ameise. Ah, shit. Ich bin zu weit gegangen. Das geht ja schon mal gut los. Achso, was ist denn jetzt? Ich habe die nächste Runde. Ja gut, dann gehe ich nochmal hin. Oh, ich habe jetzt auch nur recht wenig Aktionspunkte. Da muss ich dran denken. Oh, wir sind richtig scheiße im Kämpfen. Shit. Wir sind richtig scheiße. Ah, guck dir das an. Jawohl. Zehn Trefferpunkte sofort getötet. Ich nehme alles zurück. Mario Gordon, du bist echt gut. Wie viel haben wir denn eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich kann, ich darf maximal drei Felder gehen. Nee, dann soll der mal zu uns kommen, die zweite Ameise. Ah, gibt es nicht so Cat-Magazinen, welche im Grunde not safe for work sind? Also, im Spiel gibt es schon so Magazine, ja. Aber die sind nicht in ihrer Darstellung not safe for work. Also, die sind... Man kann sich die nicht angucken. Aber ja, die gibt es. Okay, cool. Haben wir schon mal 100 Erfahrungspunkte. Easy. Da hatten wir jetzt aber echt Glück, ne? Bei 30% Trefferwahrscheinlichkeit. Äh, ich wollte in Fallout London gerne reinschauen, aber ich krieg's nicht zum Starten. Ich krieg's nicht zum Starten. Ich hab Fallout 4 schon downgegradet und das nochmal neu installiert und blibla blub. Das klappt einfach nicht. Und, äh, ich glaub, ich warte, bis das vielleicht nochmal ein bisschen, ne, gepatchter ist und dann schauen wir uns das an. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das mal im Stream uns genauer anschauen, aber das muss jetzt erstmal ein bisschen repariert werden. Auch, was ich so mitbekommen habe, wenn's dann mal läuft, dann stürzt's anscheinend bei sehr vielen Leuten auch ständig ab und ist einfach aktuell, macht's noch keinen Spaß. Aber sonst weiß ich ehrlich gesagt gar nicht viel drüber. Wisst ihr, hat's von euch schon mal jemand getestet? Ist es... Ist es gut wenigstens? Macht's Spaß, wenn's läuft? Glaub, GOG soll wohl funktionieren. Jaja, ich hab die GOG-Version. Ich hab's mir auf GOG runtergeladen und, aber Fallout 4 auf Steam, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, so hab ich mir die Kämpfe eher vorgestellt, wie's jetzt gerade läuft. Zum Glück ist die Ameise auch sehr schwach. Ich treff halt nicht und die Ameise trifft mich immer nur für so zwei bis vier Trefferpunkte. Ja! Bäm! Zehn Erfahrungspunkte! So sieht's aus. Ah, nee, stimmt ja gar nicht. Äh, 25 Erfahrungspunkte. Wir haben noch keine Heilung, ne? Aber wir finden hier, glaub ich, ein paar Heilpuder. Heilpuder hat irgendeinen negativen Effekt, aber ich glaub, durch unsere... Stimmt eigentlich, durch unsere passive Wirkung, durch unsere... Durch unser Medikamentenresistenz-Ding... Sind wir auch resistenter gegen die Nebenwirkungen jetzt von Heilpuder? Ich würd gern in die Augen, aber irgendwie haben die keine Augen. Und außerdem ist die Prozentanzeige schon beim Unterleib sehr schlecht. Oh, wir haben getroffen, aber nicht getötet. Ach, come on! Ich hab gehört, es soll gut sein. Na, dann bin ich gespannt. Hatte Markus in seinem Haus nicht ein Erwachsenenpüppchen? Bei Markus weiß ich's jetzt nicht. Es gibt ne Quest in der... In Jacobstown, wo sich ein Ghul quasi ne... Ne Sexpuppe zusammenbastelt. Aus verschiedenen Teilen, die man ihm bringen muss, so. Okay. Den Kampf müssten wir jetzt bitte noch überleben. Und dann... Können wir uns, glaub ich, heilen. Okay, cool. Das war Glück. Wir schaffen das schon. Mario Gordon schafft das. Wir haben Heilpuder. Yes. Okay, alles gut. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt grad so umständlich mache, aber hey, warum denn nicht? So. Sind wir wieder ein bisschen geheilt? Ich speichere mal lieber, weil... Man weiß ja nie. Okay. Cool. Here we go! Ich glaub, wir werden heute zum... Zur Feier des Tages, weil wir jetzt anfangen mit dem Spiel, ein bisschen mehr Zeit auch in voller 2 stecken, als in die anderen Spiele, die ich noch geplant habe. Weil... Weil, ne? Das ist nur würdig und recht. So. Skorpione. Die sind ein bisschen kleiner geworden im Vergleich zum ersten Teil, ne? Die Red Scorpions. Und wesentlich weniger gefährlich auch. Mit 2% Wahrscheinlichkeit in die Augen. Wir kommen schon noch bald. Bald, Mario Gordon, schießen wir Raketen in die Augen unserer Feinde. Aber aktuell, oh Gott, sind wir erstmal vergiftet. Und treffen nicht. London ist schon recht geil. Es ist viel mehr RPG als Fallout 4. Bei mir läuft's gerade so mit der GOG-Version Steamleaf auch nicht, ja. Ja, muss man mal gucken. Fallout ist halt einer der besten Spiele neben die Elder Scrolls. Ja, ich mein, keine Ahnung, wenn man die Rollen... Also, ich mein... Wisst ihr ja, ich... Es gibt so viele Spielereien und Spiele, die ich gerne mag. Ich könnte das nicht... Ich könnte das gar nicht sagen. Aber ich find Fallout 2 und Fallout New Vegas gehören schon auch übergreifend zu meinen Lieblingsspielen. Das auf jeden Fall. Mein Gott, wir treffen den nicht und wir sterben gleich. Und vergiftet sind wir auch noch. Gut, dass ich gerade gespeichert hab. Ja, immerhin. Immerhin, den haben wir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gegen den anderen kämpfen will. Müssen wir hier überhaupt reingehen? Ist hier irgendwas? Außer böse Skorpione. Schau, hätte ich doch lieber mal auf Alexa gehört und mich auf Werfen spezialisiert, dann könnte ich die jetzt aus der Entfernung töten. Also, ich könnte einmal meinen Speer werfen und dann halt nie wieder. Aber gut. Oh, wir haben nur noch 8 HP und sind vergiftet. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Okay, daneben. Daneben gestochen. Yes. Okay, immerhin. Ei, 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 ei. Ich befürchte, wir können leider aber nicht selber ein Gift aus den Skorpionstacheln herstellen. Ein Gegengift, meine ich. Das heißt, wir sterben jetzt vielleicht eh. Ich weiß gar nicht, wie wirkt ein Red Scorpion Gift im zweiten Teil eigentlich? Wir sind vergiftet. Schadet dem Organismus eine gewisse Zeit, bis es neutralisiert wird. Ja, okay. Mal gucken, was eine gewisse Zeit ist. Ja, das glaube ich auch nicht, dass wir wieder mal ein, äh, klassisches Fallout kriegen in irgendeiner Form. Also, was ich mir eventuell vorstellen könnte, ist, dass Microsoft sagt, hey, äh, Firma XY, keine Ahnung, ne, kann Obsidian sein, aber kann, kann, ne, irgendeine. Ist ja auch ganz egal. Ich weiß jetzt nicht, wer das Gears of War Tactics zum Beispiel gemacht hat, aber irgendein, irgendein Entwicklungsstudio könnte im Auftrag von Microsoft ein Fallout Tactics 2 oder sowas machen. Das wäre im Rahmen des Möglichen, auch wenn ich es nicht für wahrscheinlich halte. Wenn man sich anguckt, was bei Microsoft gerade los ist, dann würde ich da gerade aktuell nicht viel erwarten. So, gut, schauen wir mal. Es war nur eine Frage der Zeit, das war ganz klar. Es ist ja immer so, ne, ob das jetzt Netflix ist oder jeder andere Streamingdienst, jedes andere Abo-Modell. Am Anfang ist das Angebot immer sehr, sehr gut. Da werden natürlich Kunden akquiriert, da soll jeder mögliche rein ins Abo und, äh, dann werden schön langsam die Konditionen immer schlechter und schlechter. Aber ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass das beim Game Pass jetzt plötzlich so schnell geht, dass die irgendwie anfangen, Studios zu schließen, Preise zu erhöhen und so weiter und so fort. Das ist jetzt ziemlich schnell eskaliert, finde ich, beim, beim Game Pass. Der ist jetzt schon sehr stark ins Negative eskaliert. Und insofern, ja, muss man mal gucken, was da noch draus wird. Äh, was wollte ich machen? Ich wollte speichern und wollte das irgendwie Kampf nennen oder so. Ich hab's Krapf, Krapf genannt. Krapf, Krapfen. Okay, Krapfen, safe game, let's go. Der muss jetzt sitzen, sonst sind wir tot. Sehr gut, daneben getroffen. Ah, ich darf nochmal. Yes, der hat wirklich gesessen, cool. Kampf beenden. Ich speicher gleich nochmal. Wir sind gerade in einer sehr brenzlichen Situation mit unserem Charakter. Der ist dafür wirklich nicht gemacht. Obsidian soll derzeit an einem geheimen Game arbeiten. Aber ich schraube meine Erwartungen noch nicht hoch. Ja, würde ich auch nicht machen. Ich nehm's gern mit und freu mich drauf, wenn's angekündigt werden sollte, dass Obsidian an einem neuen Fallout arbeitet. Aber bis dahin werde ich nix hoffen oder erwarten. Aber es ist realistisch, definitiv. Gerade jetzt, ne, nach dem Erfolg der Fallout-Serie, glaube ich, hätte Microsoft schon ziemlich Bock drauf, dass ein zeitnah neues Fallout kommt. Kann man sich denken. Ah, das ist der krasseste Kampf überhaupt. Und wir spielen seit 10 Minuten oder so. Okay, wir haben gewonnen. Hey, ich weiß nicht, ob wir hier lebend rauskommen. 4 HP vergiftet. Mario Gordon geht's gar nicht gut. Okay, ein zweiter Speer. Dass hier Knochen liegen, ne, das ist... Das zeigt uns, dass die es mit ihrem Ritual ernst meinen, oder? Sterben hier ernsthaft Menschen drin? Schicken die hier ernsthaft irgendwelche jungen Leute rein, damit die sterben? Also, und lassen die auch einfach sterben? Und sagen dann, ja, die sind wohl nicht bereit gewesen hier. Aber hier kommt ja auch nicht jeder rein, ne? Wir sollen ja irgendwann mal den Stamm übernehmen und jetzt rausgehen und das Dorf retten. Also wahrscheinlich wird der Tempel auch nur alle, was weiß ich was, 100 Jahre mal ausgepackt. So. Hätte ich nicht... Warte mal, genau da unten. Ich hab irgendwas übersehen. Da unten müsste es Sprengstoff geben, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Oder ist das erst im nächsten Raum? Ne. Ne, ist schon hier. Wir brauchen Sprengstoff. Und ich meine, der war hier irgendwo, aber wo hab ich denn da was übersehen? Nichts Ungewöhnliches. Ich find so Löcher in Wänden und Böden sind schon ungewöhnlich, aber gut. Da haben wir vielleicht andere, andere Ansichten. Sind das eigentlich Betten oder Bänke? Können wir uns da ausruhen, um unsere Vergiftung zu kurieren vielleicht? Das wär gut. Naja, 4 HP und vergiftet. Das Ödland ist erbarmungslos, aber wirklich. Ich frag mich ja immer, wie man direkt vor einem Gegner stehen und verfielen kann. Naja, ich meine, so Skorpione sind drahtig, weißt du? Die haben viele dünne Extremitäten und dann weiß man gar nicht, wo man hinstechen soll, weil es so viele Möglichkeiten gäbe. Und dann sticht man irgendwie daneben oder so, zwischen zwei Beinen durch. Die sind bestimmt auch schnell. Ich glaub, das kann schon passieren. Das find ich ehrlich gesagt, in XCOM zum Beispiel, in XCOM 2, auch im ersten, also in den Remakes, sehr viel lustiger, wenn dann da irgendwie man direkt ums Eck steht, weil man den Alien flankiert und man drückt ihm das Gewehr ins Gesicht. Und dann hat man eine Trefferwahrscheinlichkeit von 72%. Und dann zieht der die Waffe noch schnell zur Seite beim Schießen. Das, ja, ist immer super. Wo zur Hölle ist denn der Sprengstoff? Hallo? Bring ich was durcheinander? Ich geh nochmal zur Tür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Tür schon sprengen müssten. Aber, ich schau mal, ob wir die knacken können. Aber ich glaub nicht. War dieser Tempel eigentlich schon vor dem Krieg da? Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, wahrscheinlich haben die den gebaut, ehrlich gesagt. Aber so ganz sicher wird das eigentlich nie thematisiert. Oh, wir haben's geschafft. Warum gehen wir weiter, würde ich sagen. Ich mein, der Tempel sieht schon sehr alt und so weiter aus, ne? Aber Arroyo gibt's ja auch schon lange. Oh, oh, hier sind Fallen. Äh, ich speicher mal. Hier, weil eventuell ist die Situation gerade hoffnungslos. Und wir müssen ihn nochmal laden. Okay. Weil leider haben wir noch einige Kämpfe vor uns. Und wir haben vier HP. Also, ich weiß nicht. Ich, also es muss schon jetzt. Keine Ahnung. Ach, shit. Ich vergesse immer, dass wenn die den Kampf eröffnen, dass ich dann zwei Züge hab. Okay, bis jetzt gut. Bis jetzt gut. Nein. Und wir sind tot. Von einer Ameise zu Tode in die Wade gezwickt. Jaja. Ich weiß schon, warum ich das Savecam hoffnungslos genannt hab. Aber ihr wisst ja, ne? Ich mag das. Ich mach das gerne. Mich aus unmöglichen Situationen irgendwie raus zu, zu, äh, äh, speichern und neu laden. Und wir werden es jetzt versuchen, dass wir da durchkommen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, was in der Kiste ist. Aber wenn wir nochmal Heilung finden. Und irgendwo wird hier nochmal Heilung sein. Da brauchen wir das C4 erst, ne? Ähm, dann kommen wir hier raus. Dann schaffen wir es. Wir müssen jetzt nur in ein paar Kämpfen echt ein bisschen Glück haben. Aber wir haben einfach kein Glück. Nein! Buh! Die Ameise cheatet doch. Scheiß Camper. So. Ameise, greif mich an. Gut. Yes! Sehr gut. Okay. Und speichern. Wie nennt man das gleich nochmal? Mir ist das vorher nicht eingefallen. Spam. Safe spammen. Oder was weiß ich was. Mir macht das Spaß. Hey, Slenderex! Hallo! Bin ich hier richtig bei Frankie Boys Back in Town? Ja, so sieht's aus. Ah. Ja, ich mein, Arroyo gibt's ja zu der Zeit von dem Spiel auch schon so 100 Jahre oder sowas, ne? In 100 Jahren kann man schon so ein Tempel bauen. Vielleicht wurde der auch in einen Berg, in eine schon existierende Höhle gecarved quasi, ne? Wir wissen's. Wir wissen's ja nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass das irgendein... Aber weiß ich nicht. Ich mein... Ich kenn' mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber... Gibt's in den USA... An der Westküste irgendwelche alten Tempel oder sowas? Ich mein' die Azteken waren ja eher so Mexiko. Ich hoffe, ich sag jetzt nicht was ganz Falsches. Aber in meiner Erinnerung sind die Azteken ja eher so im Bereich Mexiko gewesen. Und die Maya waren ja noch weiter, äh, in Südamerika. Insofern. Aber ich... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Hi, Rosti. Hey, warum sind unsere Trefferwahrscheinlichkeiten grad so scheiße geworden? Ich hab... Ich hab gespeichert grad, oder? Oh Gott, zwei Skorpione, ey. Nein, hau ab. Haben wir doch keine Chance. Oh, wir haben ihn getroffen, aber leider hat's nicht gereicht. Dammit. Jetzt sind wir tot. Nein, daneben getroffen. Aber ich weiß nicht, wie wir hier rauskommen aus der Situation. Meine Güte. Jetzt sind wir tot. Ja, natürlich. Die Aßfresser kommen ja auch nicht in die... in die Höhle rein. Aber ich werd doch wohl von den Skorpionen aufgegessen. Außerdem, wenn nicht mal die Aßfresser auf meine Leiche scharf sind, warum bin ich dann so schnell skelettiert? Außerdem hab ich überhaupt keinen Vault-Anzug an. Weil ich nicht mal so weit gekommen bin. Oh mein Gott, wartet mal. Wir sind auf Schleichen spezialisiert. Antike Tempel in den USA klingt unwahrscheinlich. Ne, passt für mich auch nicht zusammen. Aber ich hab keine Ahnung. Ich könnt mir halt vorstellen, dass sich die ersten Siedler aus Europa in den USA halt aufgeführt haben, wie die absolut krassesten Arschgeigen, dass die auch absichtlich irgendwelche kulturellen Städten und Tempel einfach zerstört und entweiht haben und so weiter. Insofern, wenn da mal was war, würd's mich wundern, wenn da noch was übrig ist. Wenn mich nicht alles täuscht, ich hab das so im Hinterkopf, war ja auch Mount Rushmore eine super wichtige heilige Städte für die amerikanischen Natives. Und deswegen haben die die ausgewählt, um da ihre Präsidenten reinzukritzeln, damit die diese heilige Städte entweihen. Einfach nur ein Dick-Move. Einfach nur ein Dick-Move. Okay, ich weiß nicht warum, aber die Skorpione haben gerade Probleme, mir hinterher zu kommen. Ich hab Probleme, die zu treffen. Aber, und ich renne gleich in den nächsten Kampf mit der Ameise, aber gut. Ich glaube aber, es darf sich nix in einen Kampf, der schon läuft, einmischen, oder? Die Ameise darf jetzt nicht mit. Warum treff ich nicht mehr? Hey, ich hab immerhin die Chance von ein Drittel zu treffen. Come on. Ab und zu muss dann auch mal ein Treffer drin sein. Dankeschön, The Blue Skyhawk. Dankeschön, The Blue Skyhawk. Ey, ich weiß nicht warum die so schlechten Englisch die erste Passage vorliest, aber ich finde es super lustig. Äh, ja, wie vorher schon gesagt, die Auszeit war ehrlich gesagt stressiger als die Arbeitszeit davor, weil ich mich um verletzte Frau- und Hundewelpen gleichzeitig kümmern musste. Aber, war schon cool. Okay, wir haben, ich speicher das jetzt, weil ich weiß nicht, wir haben hier gerade eine unmögliche Situation, die aber echt gut ist. Wunderschön, Dankeschön. Dankeschön dafür, dass ich das wieder stumm schalten muss, wenn ich dann ins Video gehe, äh, auf YouTube das hochlade, meine ich. Das Copyright-Lied darf nicht fehlen, ja. Aber Dankeschön dafür, Slenderex, für die 100 Bits. Das ist es wert. Der verbotene Song, ja. Ich finde es aber immer noch so lustig, dass da tatsächlich ein Copyright-Claim jedes Mal kommt, wenn ich das hochlade. Einfach die Idee, dass jemand hört, wie dieses Lied so furchtbar schlecht auf der Flöte gespielt wird und dann sagt er, nee, das ist zu nah am Original. Das kann man nicht vom Original unterscheiden, das, das gibt einen Copyright-Strike. Fände es cool, wenn man den, äh, Tempel überspringen könnte, wie ein normales Tutorial. Ja, ich muss, also der Tempel, ich, ich, leider geht das Spiel, finde ich, echt nicht gut los mit dem Tempel. Der Tempel ist der absolute Tiefpunkt von dem Spiel und den hätten sie nicht machen sollen. Nicht so, wie er ist. Den hätte man besser machen können. Hey, ich frage mich gerade, ob die Ameise jetzt gefangen ist, weil die nicht mitkämpfen durfte mit den Skorpionen. Und solange ich den Kampf nicht beende, okay, jetzt ist sie tot. Aber wie ist denn das jetzt? Ah, jetzt beendet sich der Kampf leider von alleine, okay. Azteken und Maya waren so Brasilien, Peru, Paraguay, Bolivien, Chile angesiedelt. Okay, okay, okay. So, C4. Aus Dragon Ball. Man kennt sie. Und jetzt... Bin ich gerade in eine Falle getreten? Ich, ich lade nochmal schnell neu. Das muss nicht sein. Wir sind vergiftet und haben vier HP. Ich muss nicht unbedingt noch einen Speer in den Arm kriegen. Das muss nicht unbedingt sein. So. Oh, Gott sei Dank. Danke. Okay. Vergiftet ist schön und gut, aber immerhin haben wir wieder 16 HP. Wir haben uns gut durchgekämpft. Und deswegen... Deswegen ist Mario Gordon hier auch das auserwählte Wesen. Nein, man muss nicht unbedingt gut sein mit dem Speer, aber selbst in hoffnungslosen Situationen noch irgendwie sich blutend und schwer vergiftet durchfräsen mit seinem Speer und irgendwelche Ameisen erstechen, dass es wirklich Helden hat. Yeah. Haben wir schon gewonnen. Ich habe es gar nicht gesehen. Sehr gut. Ich nehme mal die zwei Skorpionstachel noch mit. Warum denn nicht? Solange wir noch Gewicht haben... Wir haben jetzt ja keinen kleinen Körperbau. Das heißt, wir können ja auch ein bisschen was tragen. Okay, dann mache ich mir jetzt wegen den zwei, drei Ameisen hier auch keine großen Sorgen mehr. Aber ich speichere natürlich trotzdem nochmal, weil man kann ja nie oft genug speichern. Let's go, Ameisen! Mist, jetzt darf der schon angreifen, aber nur ein HP abgezogen. Alles gut. Unterleib. Bam. Nicht gut genug getroffen. Au. Vier Trefferpunkte! Spinnst du! Kaum ist man ein bisschen geheilt, ne? Also wirklich. Gerade habe ich ein paar HP frisch bekommen und schon hauen die mich wieder. Du hast Glück, dass Alexa keine Intelligenz 3 Charaktere vorgeschlagen hat. Ja, es wäre aber auch lustig gewesen. Ah, wir haben ein Gegengift. Na wunderbar. Dann hauen wir die Ameise hier noch. Ich habe... Ne, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe tatsächlich getroffen, aber stimmt gar nicht. Ich habe das Gefühl, unsere Hauptfigur hier braucht so ein bisschen den Nervenkitzel, ne? Wenn es dir zu gut geht, dann trifft sie nicht und wird dauernd getroffen. Erst wenn sie wieder irgendwie auf 2 HP runter ist, dann meint sie es ernst. Meine Güte! Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Du musst das jetzt nicht wirklich provozieren. Hey! Hallo? Wir sterben jetzt gleich. Wenn du jetzt nichts triffst. Ey! Was zur Helle? Mein Gott, bitte! Bitte triff doch mal! Bitte triff doch mal! Wir haben noch 2 HP, verdammt nochmal! Raffi, Dankeschön! Raffi, Haki, just reset for 2 months. Hast du etwas Interessantes in den Ferien gemacht, wen ich fragen darf? Also ehrlich gesagt, mich wirklich nur um den Hund gekümmert. Es war irgendwie, meine Schwester und meine Mom waren mal da übers Wochenende, weil meine Schwester hat auch einen riesigen Hund. Der war zum Spielen da, die haben sich auch super verstanden zum Glück. Und das war ganz cool, aber ansonsten habe ich wirklich nur Hundeerziehung gemacht. Wir waren ganz viel in der Hundeschule und spazieren. Und ich meine, er hat natürlich die meiste Zeit geschlafen. Da habe ich tatsächlich ein paar coole Spiele auch gespielt in meinem Urlaub. Zum Beispiel dieses Path of the Goddess von Capcom. Da habe ich ja auch einen Podcast drüber gemacht, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Pixelwerk-Podcast. Das ist ganz cool. Das gefällt mir. Aber ich glaube, wir sterben jetzt. So ein Scheiß. Wir haben jetzt, wie, wie, wie? Wir haben gerade mit vier HP einfach zwei Skorpione und drei Ameisen umgebracht. Und kaum habe ich 14 HP, 16 sogar, bringen uns eine einzige Ameise um. Oh mein Gott, und jetzt habe ich zwei gleich hier. Na gut, jetzt komm. Bitte. Stell dich nicht so an. Yes, na also. Okay, immerhin. Immerhin. Naja. Es ist wieder die letzte Ameise, die noch einen Piekser bräuchte, ne? Verhext. Hey, was ist eigentlich mit Bloody Mess? Bis jetzt sind noch gar keine Leichen explodiert. Es müssten ja eigentlich... Haben die Ameisen keine super blutigen Animationen oder werden die mit einem Speer nicht ausgelöst? Ich dachte, die werden mit allem ausgelöst, wenn man den Perk hat. Aber gut, okay. Ja, es ist... Ich habe jetzt Schleichen nicht versucht. Es hätte theoretisch funktionieren können, dass ich an Skorpione und Ameisen vorbeischleiche. Ich habe es nicht mal versucht. Keine Ahnung. Ich werde den Schleichen-Skill wahrscheinlich nie benutzen. Keine Ahnung. Es ist komplett nutzlos. Aber gut. Abgesehen davon, ähm... Ist halt leider eben auch mein Kritikpunkt an dem Tempel... Habe ich die Vase schon geplündert? Ich glaube schon. Dass hier Kampf im Grunde vorausgesetzt wird. Man kann schon auch durch die meisten Stellen durchlaufen und vor Kämpfe weglaufen. Aber man merkt schon, dass das nicht Sinn der Sache ist. Der will schon ordentlich gespielt werden. Stellen wir mal auf 30 Sekunden. Weil die sind immer länger, als man denkt. Fallen lassen und weglaufen. Schnell! Lauf, Mario Gordon! Ich glaube... Warte mal. Ich muss nochmal schnell was gucken. Mari... Ja, genau. Ich glaube, man spricht den Namen Mari... Mari... O-Gor... Den. Das sind drei Namen. Mari-O-Gor-Den. Okay, Mari-O-Gor. Weiter geht's. Moment, was war das gerade? Bin ich in eine Falle getreten? Aufgrund deiner übermäßigen Handhabung. Ach so. Ach, beunsachgemäßen. Ich hab den Sprengstoff, weil ich so scheiße bin. Falsch programmiert. Er ist zu früh losgegangen. Aber ist ja gut. Aber warum wurde ich jetzt gerade mit einem Trefferpunkt getroffen? Das hab ich irgendwie nicht gecheckt. Liegt irgendwas am Boden? Wo ist denn... Was ist denn gleich nochmal die Taste? Ah, hier. Ja, da liegt ein Speer. Ich bin anscheinend noch auf eine Falle getreten. Na, macht ja nix. Let's go. Ich hab mal voller zwei mit Komplettglück und Verhext und Bloody Mary Skill. Bloody Mess, oder? Gemacht. War super witziger Run. Ja, Glück auf Maximum und dann Verhext kann auch eine echt mächtige Kombo sein. Das ist ziemlich lustig. Das ist ziemlich lustig. So. Gleich haben wir's geschafft. Nur noch ein paar Ameisen und Skorpione hauen. Komm schon. Marie. Ugo. Ugor. Die ist mit Groknack verwandt. Ist eine Nichte fünften Grades von Groknack, die Marie Ugor. Das glaubt sie zumindest. Die weiß nicht, dass Groknack der Barbar nur ein fiktiver Charakter ist. Die glaubt, die Comics sind historische Dokumente und hält sich für eine Nachfahrerin. Okay, meine Three-Step-Kampftaktik funktioniert ganz gut gegen die Skorpione. Die haben anscheinend nicht mehr genug Aktionspunkte, wenn die meine drei Schritte immer hinterherlaufen müssen. Und so machen wir... So schaffen wir die. So funktioniert's. Sehr gut. Ne, wir haben keinen dummen Charakter. Das wird zu einem dummen Charakter natürlich sehr viel besser passen. Aber so viel Intelligenz haben wir auch wieder nicht, ne? Ne, wir sind komplett durchschnittlich intelligent. Okay. Kompletter Durchschnitt. Quasi 100 IQ. In jeder Kategorie. Also auch so... Keine Ahnung. Komm her, Skorpion. Der Fallout 2 Stream Run ist Canon. Hm. Schauen wir mal. Ich glaube tatsächlich, ich werde jetzt keine super böse Figur oder sowas spielen. Wahrscheinlich werden wir wirklich zumindest in vielen Bereichen das Canon-Ende erreichen. Ach, come on. Bitte. Triff halt jetzt. Vielleicht einmal. Weißt du, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Es gab schon Kämpfe, wo sie wirklich Treffer ausgeteilt hat ohne Ende, obwohl wir nur ein Drittel Treffer-Wahrscheinlichkeit haben. Natürlich gibt's da noch sowas. Aber schön langsam wird's halt ein bisschen lächerlich schon auch, ne? Meine Güte. Ja! Sehr gut. Ich find's blöd, dass man zum Nahkampf gezwungen wird. Ja, ja, genau eben. Ich find eben auch, der Tempel ist nicht so gut. Weißt du, dann hätten sie halt vielleicht so ne Waffe wie ne Steinschleuder einführen sollen oder so. Damit man die als kleine Waffe zählt. Äh, was mir jetzt auch nix bringen würde. Aber weißt einfach, dass man ein bisschen mehr Vielfalt hat. Und vielleicht auch wirklich so Steine als Wurfgeschosse einfach, damit man mit dem Werfenskill was machen kann. Man hätte ja viel machen können, anstatt einfach nur diesen Speer oder Speere. Bin ich auch kein Fan davon. Aber mein Gott, es ist jetzt auch nicht tragisch. Erstens ist er nicht so lang und zweitens kommt man schon durch. Also ich glaube, es gab noch keinen Charakter, mit dem ich dem Tempel tatsächlich nicht geschafft hätte. Es ist nur manchmal halt wirklich ein bisschen nervig, so wie jetzt mit ihr. Moment, warum darfst du jetzt angreifen? Ich dachte, ich krieg zwei Runden, weil du eröffnet hast. Die Ameisen ändern die Regeln dauernd, wie es ihnen passt, ey. Scheiß Cheater-Ameisen. Ah. Meint ihr, die Ameisen sind nur im Spiel, weil Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, das derzeit so ein großer Erfolg war? Aber dann werden sie wahrscheinlich noch größer, ne? Na gut, dann kämpfen wir uns noch einmal komplett von vorn bis hinten durch den Raum. Nein, wir wurden gezwickt. Dankeschön, Slenderex. Für dein Resub für 5 Moons. Danke. Für 5 Moons. Na komm. Bitte, können wir bitte die Ameise, bitte. Einfach nur einmal kurz pieksen. Hey, ich habe gerade noch Ausflüchte erfunden, wie das sein kann, dass man bei einem Skorpion so oft daneben sticht. Aber bei einer Ameise, da fällt es mir halt auch nicht ein. Bei so einer großen, riesigen Wurst, die da vor einem auf dem Boden liegt, ne? Aber gut, wir haben es letztendlich doch noch geschafft. Die riesige Bodenwurst wurde besiegt. Und somit haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich geschafft. Jetzt kann das Spiel so richtig losgehen, habe ich das Gefühl. Mein Schatz. Oh, es ist ein Trap. Na gut. Warte mal, ist das was hier? Ne. Eierschalen. Das sind Eierschalen? Ja, aber wirklich. Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Überreaktion, aber ich finde auch, dass das nicht wie Eierschalen aussieht. Danke für die 100-Bit-Slander-Racks. Okay. Sei gegrüßt, Marie O'Gordon. Ich habe die Ehre, deine letzte Herausforderung zu sein. Bevor du dich auf die Suche begibst, musst du mich im unbewaffneten Kampf besiegen. Sollen wir anfangen? Kann ich dir jetzt ein paar Fragen vorher stellen. Was möchtest du wissen? Warum müssen wir eigentlich kämpfen? Der Pfad des auserwählten Wesens ist kein einfacher Weg, Marie O'Gordon. Du wirst dich in deinem Leben vielen Herausforderungen stellen müssen. Und am schwierigsten hierbei wird der Umgang mit deinen Mitmenschen sein, den du immer aufs Maul hauen musst, unbewaffnet. Es wird möglicherweise töten. Du... Warte mal. Hä? Es wird eine Zeit geben, ich habe einen ganzen Absatz überspringen, in der Diplomatie und Taktgefühl sich als nutzlos erweisen und du die Hände erheben musst. Diese Herausforderung bereitet dich darauf vor, einen anderen Menschen in die Augen zu sehen, in dem Wissen, dass du ihn möglicherweise töten musst. Verstehe. Aber ist das hier wirklich ein Kampf auf Leben und Tod? Das kommt mir ein bisschen drastisch vor. Nein, mein Freund. Du musst mich nur besiegen. Wir werden den Kampf zu gegebener Zeit beenden. Alles klar. Und wir kämpfen ohne Waffen? Ja. Waffen entfremden uns dem Kampf und dessen... Und desensibilisieren uns für die Auswirkungen unserer Handlungen gegen andere. Wenn du ein anderes menschliches Wesen mit der bloßen Faust triffst, fühlen beide den Schmerz, den du verursachst. Der Kampf wird dann persönlicher und realistischer. Dies ist eine wichtige Lektion, die du zu lernen hast, Mari Ogor. Ich verstehe. Ähm... Ja, dann bringen wir es hinter uns. Sehr gut. Er freut sich schon richtig. Er wollte uns schon lange aufs Maul hauen, ey. Der hasst uns schon, weißt du? Häuptlingstochter, auserwähltes Wesen, soll irgendwann mal den ganzen Laden hier schmeißen. Äh! Ich bin bereit. Hervorragend. Äh... Deine Sachen werden draußen in die Kiste gelegt. Du bekommst sie nach dem Kampf zurück. Möge der Kampf beginnen. Viel Glück, Mario Ogor. Oder so. Bam! Das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig, weil wir haben absolut keine Chance. Aber okay. Torso... Torso Punch! Huah! Daneben. Ich speichere mal hier. Oh Gott, ich kann... Was? Warum kann ich denn hier jetzt nicht speichern? Ich kann immer speichern. Ah, okay. Box Punch. Schon wieder daneben. Und wir kriegen aufs Maul. Und wir kriegen nochmal aufs Maul. Okay. Das sieht gut aus. Ich muss jetzt alles riskieren, Leute. Ich riskiere jetzt alles. Mit einem zwölfprozentigen Punch in die Augen. Voll daneben. Okay. Ja. Endlich. Für zwei Trefferpunkte gewatscht. Immerhin. Okay. Gut ausgewichen. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Die braucht den Nervenkitzel. Die braucht den Nervenkitzel. Wenn die nicht kurz vorm Tod ist... Okay. Nochmal jetzt. Komm, 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 komm. In die Augen. Nein. Okay. Wenigstens ein normaler Punch. Und wir sind tot. Hey, ich dachte, das ist kein Kampf auf Leben und Tod. Du musstest im Ödland dein Leben lassen. Arroyo schickt andere aus, das Geg zu suchen. Na, wunderbar. Ich glaube, ich lade noch mal schnell hoffnungslos. Weil wir haben immerhin noch einen Heilbeutel, den ich vorher nehmen könnte. Mit 30 HP statt 14 zu starten, das ist schon ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Was ist denn das eigentlich für eine kleine Vase da? Die kann man nicht durchsuchen. Na gut, dann hauen wir ihn jetzt aufs Maul nochmal. Verdammt, ey. Kotzt der mich an. Okay. Dann los. Ich bin bereit. Ich versuche jetzt mal was. Ich wähle die Technik der Heiligen Drei-Schritt-Anti-Skorpion-Tanzart. Schauen wir mal, ob die auch gegen ihn hilft. Ne, nicht wirklich. Schade. Na, wenn das so ist. Ne, warte, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich boxe zweimal normal. Jawoll! Da mache ich einen Schritt. Ja, ein Schritt reicht nicht. Aber, warte mal. Normalerweise hat er immer dreimal angegriffen, oder? Vielleicht hilft er einen Schritt tatsächlich. Okay, das war nicht so wild. Wie viel HP würden der haben? Er schaut verwundet. Warte, du... Was? Okay, komm. Nein, jetzt... Wirklich, okay. Der eine Schritt hilft. Der darf ansonsten dreimal angreifen. Jawoll! Jawoll! Zwei Trefferpunkte! Meine Klinge dürstet nach Blut. Digga, das ist ein Kampf... Das ist ein Trainingskampf hier. Was ist denn mit dem los? Ich trete, ich kick den jetzt mal. Okay, okay. Ich kick den jetzt mal in die Augen. Bam! Oh, das wäre so gut, wenn das mal funktionieren würde. Okay, komm, ich mache es nochmal. Kick ihm in die Augen. Wenigstens in den Kopf. Komm. Nein! Yeah! Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das echt schwer wird. Wie sieht er denn aus? Wir haben ihm noch gar nichts gemacht. Immer noch nur verwundet. Wir bräuchten, glaube ich, schon wirklich einen kritischen Treffer. Ich versuche es jetzt weiter. Komm, in die Augen. Irgendwann. Irgendwann. Wir haben eine Chance für 1 zu 9 quasi. Eine 10%ige Chance. Irgendwann treffen wir ihn in die Augen. Mit dem Kick. Dann ist er blind. Trainingskampf auf Leben und Tod. Ja, für uns ist es scheinbar auf Leben und Tod. Nur für ihn nicht. Okay, habe ich uns schon geheilt? Nee, okay. Ich muss öfter speichern. Wir machen es jetzt... Moment mal! Das ist voll die Schiebung. Ich lade nochmal neu. Letztes Mal hat uns das auf 30 geheilt und jetzt nur auf 21. Was ist denn jetzt los? 26 nehmen wir. Ist egal. Komm. Los geht's. Der einzige Moment ohne Boxring, wo man waffenloser Kampf nützlich ist. Ich meine, es gibt ja eine Powerfaust auch schon in dem Teil. Ich glaube, die zählt schon auch als waffenloser Kampf. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sich darauf zu spezialisieren. Vor allem fürs Endgame wahrscheinlich nicht. Aber, ja. Speichern. Hoffnungslos. Das ist ein gutes Savegame. Nee, warte mal. Das ist das... Nee, nee, nee. Machen wir... Machen wir... KAPF. Überschreiben wir KAPF. Okay. Ich mache jetzt keine... Keine gezielten Augenschläge. Die Wahrscheinlichkeit ist zu niedrig. Ich versuche den jetzt einfach, wie wir es gemacht haben. Zweimal punchen. Einen Schritt zur Seite. Mist. Zweimal daneben ist natürlich schlecht. Das wird schon... Bäm. Sehr gut. Ein Trefferpunkt. Oh Gott, oh Gott. Du hast... Zu lange im Frieden gelebt. Okay. Hey, ich habe gerade ungefähr 500 Skorpione, die mich vergiftet und angefressen haben, umgebracht. Und du chillst hier vor der Tür und kommst dir jetzt cool vor, weil du fitter bist, oder was? Ich hasse ihn. Könnte ich während des Kampfes zur Kiste runterlaufen und meinen Speer holen? Das wäre gut. Okay, ich speichere nochmal hier jetzt den Kampf. Weil bis jetzt lief der Kampf, ich würde sagen, akzeptabel eventuell. Aber wir haben andererseits nur noch 8 HP. Und er schaut nur verwundet. Gott. Wisst ihr noch, als ich vorher gesagt habe, ich hatte noch nie einen Charakter, mit dem ich die Prüfung nicht schaffen konnte? Ich hoffe, das werde ich auch morgen noch sagen können. Jetzt komm schon, bitte. Triff doch mal. Triff doch mal. Deine Geister haben dich verlassen. Naja, zumindest die guten. Alle guten. So. Die Dunkelheit ist ein Arschloch. Okay. Ich lade nochmal den Kampf hier, wo ich gerade gesagt habe, es läuft akzeptabel. Oh Gott. Ich lade gleich nochmal. Ich mache jetzt folgendes. Ich kicke ihm in die Augen. Und wenn es das letzte ist, was ich heute tue. In die Augen kicken. Komm schon. Neuladen. Von mir aus. Von mir aus auch boxen. Dann dauert es nicht so lange. In die Augen boxen. Wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Ich muss dem. Ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich. Ohne Scheiß. Ich muss dem jetzt einfach einmal kritisch in die Augen boxen. Sonst wird das nichts. Ja. Ein Trefferpunkt. Wir haben ihm gerade mit 10% Wahrscheinlichkeit kritisch. Also nicht kritisch. Aber gezielt in die Augen geboxt. Hat der Augen Lieder aus Stahl oder was ist los? Ich so viel. So viel Aufwand war es jetzt gar nicht. Aber was? Wie sollen wir das gewinnen? Wie sollen wir das gewinnen? Der macht uns mit jedem Treffer vier Trefferpunkte. Und ich bin froh, wenn ich ihm einen mache. Ich versuche es nochmal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir schaffen das. Wie wäre es denn mit einmal hauen und dann vier Schritte weg gehen? Habe ich das schon versucht? Shit. Reicht auch nicht. Schade. Das wäre echt gut gewesen. Okay. Ich versuche mal was. Ich befürchte, ich kann die Tür nicht öffnen da unten. Ich steche ihn jetzt ab hier. Ich steche den Penner jetzt einfach ab. Moment mal. Die Tür scheint irgendwas von Gift stand da. Ich bin doch nicht vergiftet, oder? Hä? Da stand das Gift fügt mir Schaden zu. Oh, ist da unten noch eine Falle? Jetzt muss ich mal nochmal gucken. Weil wenn da unten eine Falle ist, die einen Speer droppt, ne? Was? Jetzt kann mir der hinterherlaufen und mich hauen? Also schön langsam. Ist nicht mehr lustig. Und leider sind wir, glaube ich, nicht charismatisch genug, dass ich mich rausreden kann aus dem Kampf. Das ginge ja theoretisch auch. Komisch. Ich weiß nicht, was da vorher vom Gift stand. Okay, wir müssen jetzt nochmal, okay, jetzt ganz, wir müssen jetzt nochmal eine ernste Runde machen. Ja, ich finde Alexa hätte uns bei den Stats noch mehr irgendwie eine reinwürgen können. Die sind akzeptabel, aber die könnten schon sehr viel besser sein natürlich. Ich fange nochmal von vorn an schnell mit dem Kampf, weil ich muss schnell zwei Sachen machen. Erstens möchte ich, dass wir uns wirklich ziemlich gut heilen mit dem Heilpulver. 28 ist akzeptabel. Das speichere ich mal schnell hier. Hilfe! Und jetzt muss ich halt wirklich jede Runde... Speichern und neu laden. Wenn wir gut treffen und er nicht gut trifft, wird gespeichert. Wenn wir zweimal daneben hauen, gleich neu laden. Und dann schaffen wir den Kampf schon. Okay, er hat gleich mal daneben gehauen, das ist gut. Gute erste Runde. Speichern. Und jetzt hauen wir ihn. Einmal daneben. Zweimal daneben. Und ich lade neu. Genauso kämpfen wir jetzt. Einmal daneben. Zweimal daneben. Und wir laden neu. Einmal daneben. Es ist lächerlich. Okay, ich habe ihn einmal getroffen für zwei Trefferpunkte. Ich nehme es mal und gehe einen Schritt weg. Okay. Ich speichere aber auf einen anderen Savegame mal. Und ich haue einmal Treffer. Einen Trefferpunkt. Nochmal daneben. Das war ziemlich scheiße. Das ist, glaube ich, gut. Jede Runde mehr als einen Trefferpunkt schaden. Ansonsten laden wir neu. Dann wird das schon. Ey, zum Glück hat unsere Hauptfigur... Oh, drei Trefferpunkte. Zum Glück haben wir die Macht über die Zeit. Oder wir können durch Dimensionen reisen. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber... Ich speichere mal nochmal hier oben. Der hat uns jetzt gerade hart getroffen, ey. Vier HP mit einem Treffer. Nicht schlecht, aber das macht er leider öfter. Können wir froh sein, dass er nur einmal getroffen hat. Ein Treffer, drei HP. Ich akzeptiere es. Okay, er hat uns tatsächlich nur... Unter Anführungsstrichen mit drei getroffen. Das kann man speichern. Und einmal. Jawohl. Nein. Nur ein Trefferpunkt. Das können wir besser. Hi, Marco. Drei Trefferpunkte. Okay. Wenn das jetzt auch nicht reicht, diese Strategie, können wir es nochmal hardcore machen und wirklich zwei Treffer pro Runde als Minimum festsetzen. Ansonsten machen wir nicht weiter. Drei. Und? Nochmal drei. Das war ziemlich gut. Das war ziemlich gut. Er ist schwer verwundet. Das war ziemlich gut jetzt. Ich kann aus irgendeinem Grund jetzt wieder nicht speichern. Naja, okay. Oh, nein! Und dann trifft er uns so hart, ey. Ah! Okay. Ich mache mal noch einen extra Save hier unten. Das ist jetzt eine Situation, in der könnten wir jetzt nämlich gewinnen. Aber es ist jetzt echt... Ja. Drei. Oh! Nochmal drei. Oh, das war richtig gut und er steht noch. Damn it! Ah! Es hat gereicht! Wir haben gewonnen! Wir sind wahrhaft das Außerweltwesen durch die Macht des Safe Scamming. Ach so, warte. Wir sollten vielleicht unsere Sachen aus der Kiste noch holen. Es sind auch ein paar... ein paar Dollar. Ah! Puh. Cool. Bin ich froh. Wo haben wir denn den Stock her? Wo haben wir denn den spitzen Stock her? Naja. Den hätte ich jetzt brauchen können. First try! Sperr vor dem Kampf fallen lassen. Oh! Bingo! Wenn das geht, ist das sehr cool. Das... 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 Hat unsere Hauptfigur gerade über den anderen Kerl gesagt. Monster Kill! Das haben wir jetzt gesagt. Dankeschön für die Bits. Für die Monster Kill Bits. Wir haben es geschafft und wir haben jetzt auch die Kleidung des auserwählten Wesens und ein Level Up. Und du... Moment mal. Du bist du mal. Okay. Schön, dich wiederzusehen, auserwähltes Wesen. Womit kann ich dir dienen? Ich möchte den Tempel nie wiedersehen. Vergiss es. Bist du für einen weiteren Kampf bereit? Nee, um Gottes Willen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen und dass du ein riesen Arschloch bist. Bis später. So. Quatsch. Ich will immer auf Charakter klicken, wenn ich in die Stats gehen will. Dabei muss ich auf Figur. Ah. Okay, 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 okay. Interessanter Charakter, den wir da haben. Hey, unser... Unser unbewaffnet Skill ist glücklicherweise immerhin auf 50% standardmäßig. Aber ich schätze, der ist standardmäßig so hoch, ne? Auf was passiert der Stärke und Beweglichkeit? Oh, wir hätten echt mehr Beweglichkeit kriegen können. Alexa, was hast du nur gemacht? Was hast du nur gemacht? Aber ich glaube, auf 7 oder 8 kriegen wir die Beweglichkeit auch noch. Naja. Kriegen wir schon hin. Ich wollte gerade sagen, ich soll vielleicht mal speichern, weil die fleischfressenden Pflanzen uns gleich bespucken und dann geht's auch schon los. Warum ignorieren die eigentlich alle außer uns? Was haben die gegen uns? Die fleischfressenden Pflanzen. I'll be back. Um die kümmern wir uns schon noch, aber jetzt will ich erst mal... Ich meine, guckt euch unsere Lebensenergie und alles an. Jetzt reden wir erst mal ein bisschen mit den Leuten hier. Hallo! Ähm. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Ich begebe mich nun auf meine heilige Suche. Du nimmst einfach zu viel Zeug. Die Erde sinkt von der Ankunft eines Helden. Würdest du mir, bevor du gehst, eine Gunst erweisen? Hast du nachgeholt jetzt? Ist cool. Ne? Wenn man reinkommt, sind das halt immer noch wirklich sehr, sehr gute Spiele. Dr. Evil. Ja, ich kann vor allem Fallout 2 heute noch sehr gut empfehlen. Ähm. Das sind ältere Spiele. Gerade am Anfang, glaube ich, haben die so ein bisschen eine Hürde. Da muss man reinkommen. Aber es sind immer noch wirklich sehr, 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 sehr coole Spiele, wenn man sich darauf einlassen kann. Und ich glaube, das dauert gar nicht so lange, wo es mal reinkommt. Also, was soll ich sagen? Na klar doch, wie kann ich dir helfen? Die Pflanzen der dunklen Seele haben meinen Garten wieder befallen. Ich habe viele Sommer gesehen und bin zu schwach für diesen dauernden Kampf der Natur. Ich bitte dich für mich in den Kampf zu ziehen. Kann ich machen. Aber, jetzt muss ich schon mal fragen, wie schnell wachsen denn diese fleischfressenden Pflanzen? Kann man die nicht vielleicht rausreißen, bevor die irgendwie anfangen, Giftpfeile zu verspucken? Sieht man die nicht schon, wenn die kleinen Pflänzchen, die werden ja nicht über Nacht zwei Meter groß, oder? Ich muss da schon dir ein bisschen die Verantwortung geben, dafür, dass die da ausgewachsen in deinem Feld stehen. Aber gut. Ich weiß, dass du kein schlechter Kerl bist, aber mir dröhnt der Kopf, wer ja... Vergiss es. Es wäre mir eine Ehre, heiliger Mann. Hast du mich gerade darum gebeten, deinen Garten zu jäten? Wenn ja, dann bin ich einverstanden. Alles gut. Mögen die Götter dich segnen, auserwähltes Wesen, und möge deine Aura mich beglücken, wenn die Erde wieder frei atmen kann. Ähm... Ich schätze mal, du willst mich wiedersehen, wenn ich fertig bin. Das hättest du doch auch einfacher sagen können. So, ich speichere mal. Auf dem normalen Savegame hier oben. Und jetzt gucke ich mich hier mal ein bisschen um. Sag mal, sag mal, hast du... Genau, kannst du mich bitte heilen? Dankeschön. Du bist ein Gefühl der Vollkommenheit, außerwähltes Wesen. Du bist sehr weise und gut heiliger. Heiliger Bim Bam. Okay, gut. Dann hauen wir jetzt die Pflanzen schnell kaputt für den. Das schaffen wir schon. Zieh dein Schwert, zieh deine Klinge. Let's go. Voll daneben. Achso, mit dem können wir sogar nur einmal... Oh, wir bräuchten so dringend mehr Beweglichkeit. Das tut... Also, das ist für mich das Schlimmste. Ein Charakter mit so wenig Beweglichkeit spielen. Das ist für mich das Schlimmste. Das habe ich, glaube ich, wirklich noch nie gemacht. Beweglichkeit ist halt so der... Weißt du, man kann machen, was man will. Aber Beweglichkeit ist so der eine Skill, der sollte immer auf 8 sein oder so. Ey, zum Glück haben wir wenigstens 5. Stellt euch vor, wir hätten irgendwie Beweglichkeit 1 bekommen oder 3. Die Pflanze bringt uns um. Wir schaffen es nicht mal, die Pflanze zu töten. Die Bauen, Dankeschön für die Baits. Hurra. Ich habe sie immerhin jetzt einmal getroffen. cooles auserwählte Wesen. Hier steht dann bald ein Grabstein. Das auserwählte Wesen bei der Gartenarbeit gestolpert und verstorben. Cool. Wir sind tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drei HP haben wir noch. Schauen wir mal. Ja, wir haben getroffen. Wir haben gar nicht so schlecht getroffen. Die halten was aus. Schwer verwundet. Peinlich. Peinlich für so ein auserwähltes Wesen. Achso, verdammt. Heil mich bitte noch mal. Ne, es ist Marie Ogros Blatt oder wie sie heißt. Ugoa. Ugoa. Okay, versuchen wir es noch mal. Vielleicht halten wir jetzt einfach nur echt viel Pech. Sie hat sich stets bemüht, ja. Hat sich stets redlich bemüht. Okay, sechs Trefferpunkte, immerhin. Okay, nein, auch nicht. Ein Trefferpunkt ist nicht schlimm. für beide. Ich würde den Kampf gerne in echt sehen. Da stehen wir uns gegenüber, eine fleischfressende Pflanze und eine Frau mit einem Speer und alle beide beißen und stechen einfach die ganze Zeit aneinander vorbei. Ein ewiger Kampf der Giganten. Oh, sieben Trefferpunkte. Der war gut. I give you stars. Dankeschön, Marco, für vier Monds. Für vier Monde. Das wäre gar nicht so lang. Zum Glück ist die Pflanze genauso scheiße wie wir. Warum hast du jetzt gerade zweimal angegriffen? Was ist denn das jetzt auf einmal hier für Cheaterverhalten? Aha, auf einmal können wir zweimal angreifen, oder was? Jetzt aber. Jetzt reicht's mir aber. Guck dir das an und jetzt werden wir hier gemampft von der. Ist die, ist wie, die ist gerade mal verwundet. Ich glaube, leider sollten wir erst mal was anderes machen, weil wir mit dem Pflanzen gerade nicht fertig werden. Wir schaffen nicht. Wir schaffen sie nicht. Ja, ich bin sorry, aber er ist wahrscheinlich die die beziehungsweise biologische Weapon in der Welt. Ja. Ja, genau. Hier, die zwei, die stehen eh da. Nennen wir ihren Klappstühlen und ihrer Tüte Popcorn und beobachten den Kampf hier. Aber ich finde das eine schöne Metapher für Gartenarbeit. So geht's mir auch immer. Wenn ich an einem heißen Sommertag mittags rausgehe, um irgendwie mich um mein Tomatenfeld zu kümmern, so ähnlich fühlt sich das auch an. Okay, machen wir erst mal eine andere Quest, würde ich sagen. Die, das Unkraut ist uns noch ein bisschen zu stark. Wir sind noch nicht bereit für die Gartenarbeit. Das ist auch ein bisschen krass. Lassen wir uns nochmal schnell heilen. Die Einheit herzustellen erweckt ein Gefühl der Vollkommenheit auserwähltes Riesen. Danke für die Heilung. Schauen wir jetzt erst mal, reden wir zumindest mal mit den anderen und schauen in deren Töpfe und Regale und so. Hallo, ich habe gehört, du bist das auserwählte Wesen. Jetzt kann unser Dorf vielleicht gerettet werden. Kannst du mir sagen, wo ich Heilpulver herkriege? Gehe zu Hakunin in der Nordecke des Dorfes. Er kann dir helfen. Ich hätte noch eine Frage. Kannst du mir sagen, wo ich Heilkräuter finde? gehe zu Hakunin in der Nordecke des Dorfes. Ich hätte noch eine Frage. Kannst du mir was über die Händler erzählen? Hoffentlich schaffe ich es jetzt häufiger zu den Streamen. Dankeschön. Sveni? Sveni? Dankeschön. Ich hoffe auch. Danke für die 100 Bits. Kannst du mir was über... Gedankenspiegel has gifted 5 Subs to Viewer. Hey! Das funktioniert jetzt wenigstens. Jetzt werden nicht mehr die ganzen Namen einzeln vorgelesen, sondern der Subgifter. Das ist cool, dass das jetzt funktioniert. Wenn auch komischerweise irgendwie auf Englisch in Deutsch gelesen. Aber Dankeschön Gedankenspiegel für die 5 Abos. So. Also Händler. Kannst du mir was über die Händler erzählen, mit denen wir hier so Geschäfte machen? Sie kommen aus dem Ost... Warte mal, ich habe doch lustige Stimmen. Ja, genau. Hallo? Okay. Sie kommen aus dem Osten in unser Dorf, aber ihre Waren sind minderwertig. Ha. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Yay! Tempel der Erprobung überlebt! Ja, natürlich! Natürlich! Bunker 13. Wig, ein Händler aus Klamat, hat sie uns gebracht. Vielleicht weiß er, wo der Bunker ist. Möglicherweise brauchst du auch ein wenig von dem, was man Geld nennt. Geld. 152 Dollar. Was war jetzt gleich nochmal meine Aufgabe? Geben wir nochmal alles der Reihe nach durch, dass ich auch nichts vergesse. Hör mir zu! Okay! Suche den heiligen Bunker 13 und bringe das Geg hierher. Aha! Wig, der Händler aus Klamat, hat uns die Flasche aus der heiligen 13 gebracht. Fang bei ihm mit deiner Suche an. Die Disc wird dich an deine Aufgabe erinnern. Mögen die Götter des Bunkers dich beschützen. Okay, machen wir. Also von Wig, dem Händler, 13 prozentigen Alkohol in der Flasche kaufen oder so. Ich bin dabei. Dankeschön, Tibau, und für die Bits. Oh! Slenderex Vaktors Hess giftet 10 Subs to Viewers. Slenderex, vielen, vielen Dank für die großzügigen 10 Sub Gifts. Hurra! Dankeschön. Sehr nett von dir. Dankeschön für die 50 Bits nochmal. Das E wird sehr betont und das N ist mit Absicht nicht doppelt geschrieben. Das E Schwin 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 Nanny. Irgendeines von beiden wird schon ungefähr sein. Gibt's eigentlich Reverse Pickpocketing in Fallout 2? Ja, 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 gibt's. Man kann Leuten zum Beispiel auch scharfen Sprengstoff ins Inventar schmuggeln und dann weggehen. Das funktioniert. Okay. Also, bevor ich gehe, habe ich vielleicht noch ein paar Fragen. Dankeschön, Schwin Schwin Ähm, du bist ja, ist egal. Okay, erzähl mir was über das Gig. Es ist ein heiliges Artefakt, das Garten Eden Erstellungskit. Die Discs versprechen blühendes Land und florierende Dörfer. Es wird uns retten. Mehr kann ich dir nicht sagen. Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Äh, aber erzähl mir vielleicht noch was über Klamas. Klamat liegt im Osten. Dann danke für die Info, das sehr gut. Im Osten. Und wo ist Bunker 13? Hat sie nicht gerade eine Viertelstunde erzählt, dass keiner weiß, wo Bunker 13 ist, aber meinetwegen wo ist Bunker 13? Der Heilige 13, ich kann dir nicht helfen. Nur der Bunker Bewohner wusste dies. Die Bau und danke. Game Sound ist zu leise. Kann ich gleich nochmal gucken, ob wir das irgendwie noch lauter kriegen. Ohne dass ich jetzt groß raustappen muss mich. Na gut, ich muss dann wohl noch viel selber in Erfahrung bringen. Nix. Gucken wir mal kurz. Mit etwas Glück kann ich vielleicht die Lautstärke einfach ein bisschen erhöhen. Ja, dann hört man auch ein bisschen was von der Musik, oder? Ich kann sogar noch ein bisschen lauter machen, wenn es ist. Aber die Sound Effekte mache ich ein bisschen leiser, weil sonst ist im Kampf, wenn geschossen würde, mal gleich hier Trommelfell Explosion. Ah, Moment mal, kann ich dich noch ausrauben, alte Frau? Alte, blinde, wehrlose Frau? Darf ich mal kurz in deinen Koffer gucken? Oh, verschlossen. Ach, Quatsch. Nein, ich will, oh Gott, hier will ich hin. Nee, schaffen wir nicht. Na gut. Hätte ja sein können. Ich bin ja immerhin die Tochter oder die Enkelin von der Dorffrau. Das bleibt ja in der Familie, wenn ich da was nehmen würde. Ja, ja, ich freue mich auch schon drauf. Das hat mir immer am besten gefallen. Dankeschön für die Bits, T-Bone. Moment, das war gerade nicht, das war gerade, doch, das war gerade T-Bone. Das hat mir auch in Fallout New Vegas genauso, wie in Fallout 2 immer am besten gefallen, das ganze Team einsammeln und in der Basis unterbringen. Und in Fallout 2 darf man sich ja die Basis basically so ein bisschen selber aussuchen. Und ich habe da immer gern die Raider-Höhle genommen, die Raider-Basis. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Unterschlupf für die Gang mit sehr viel Schränken, wo man den ganzen Loot einräumen kann. Und genau so werde ich es jetzt auch wieder machen. Ich weiß bis heute nicht, was der riesige Steinschädel da soll. Das ist der große Fallout-Mythos mit den großen Köpfen. Außerwähltes Wesen, so wie du deinen Speer benutzt, werden die Geckos nullkommanix Hackfleisch aus dir gemacht haben. Oh ja, da hast du absolut recht. Ich zeige dir ein paar Tricks, bitte. Das wäre großartig. Dauert nur einen Moment, okay. Ja. Moment, haben wir gerade drei Wahrnehmungen bekommen? Was? Wir haben nicht gerade drei Wahrnehmungen bekommen. Das wäre komplett bescheuert. Du lernst schnell. Ah, warte mal. Du lernst... Na, warum nicht? Du lernst schnell. Wie so aus, als hättest du bereits alles gelernt. Und was ich dir beibringen kann. Danke, Jordan. Oder Jordan. Das ist mir eine große Hilfe. Wir haben jetzt aber nicht permanent drei Wahrnehmungen... Das wäre komplett crazy. Nee, wir haben... Haben wir überhaupt... Wir haben wir... Ich weiß nicht mal, wie viel Wahrnehmung wir hatten. Vielleicht haben wir eine Wahrnehmung bekommen permanent. Ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall, danke schön. Nichts hinterfragen, einfach nehmen. Wartet mal, sind da noch irgendwelche Hütten? Moment mal. Gehen wir noch mal da runter. Kann man nicht im Brunnen auch irgendwas machen? Ist das nicht eine Quest, dass man den Brunnen repariert? Und wir haben keinen Reparaturskill. Wissenschaft wird uns da nichts nutzen beim Brunnen, aber schauen wir mal vielleicht. Ja, es stimmt, ne? Vorher haben wir noch über Flammenwerfer geredet. Jetzt wäre das tatsächlich eine Option für uns. Boah, ich habe so einen Durst, aber der Brunnen funktioniert nicht. Schauen wir mal, was wir machen können. Ähm, reparieren. Ja, das war easy, mit 15%. Hättest du auch selber reparieren können. Hey, danke, dass du den Brunnen repariert hast. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was an so einem Brunnen kaputt gehen kann. Ich meine ja hier, so der Flaschenzug ist schon klar, aber im Notfall lass halt selber einen Eimer an einem Seil runter, mein Gott. Da steht er neben dem Brunnen und verdurstet. Anstatt dass er halt, also bitte. Ich weiß jetzt auch nicht. Hallo, ich habe gehört, du bist das auserwählte Wesen. Ähm, ja, ist wieder, entweder hatten wir den schon oder das sind die Standard-MPC-Dialoge hier. Okay. Schauen wir noch da runter. Eimer not found, ja. Warum störst du mich nicht? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ehrlich gesagt nicht. Du stehst da einfach irgendwie vor dem Zelt rum und guckst blöd. Du wirkst nicht mega beschäftigt, ehrlich gesagt. Aber ich klau dir jetzt mal alles, was du im Regal hast und das ist nichts. Glück gehabt. Glück gehabt, Tante. Oh, da liegt eine Schaufel, die nehme ich mal mit. Ich muss immer an von Laien denken, wenn ich eine Schaufel sehe. Ich habe, glaube ich, die meiste Zeit mit Fallout Online einfach nur mit Scheiße Schaufeln verbracht. Brahmin-Scheiße Schaufeln. Stundenlang. Außerwähltes Wesen, im Englischen eigentlich Chosen One, also der Außerwählte. Habe es noch nie im Deutschen gespielt. Ja, die haben halt versucht, im Gegensatz zum ersten Teil, dass die dieses Geschlechtsneutrale mit einbauen, was ja Sinn macht. Das ist im Deutschen immer blöd, weil man halt quasi viel mehr Pronomen hat als im Englischen und im Englischen sagt man halt The Chosen One und das ist halt komplett geschlechtsneutral. Und das wollte man halt im Deutschen reproduzieren und deswegen hat man auserwähltes Wesen draus gemacht, damit es eben nicht der oder die Auserwählte sein muss, weil dann muss man die ganze Zeit, muss man unterschiedliche Dialoge für die Figuren schreiben. Wie kann ich die auserwählte Seele berühren, Samen des Bunkerbewohners? Die auserwählte Seele. Ich meine, die haben das so gut gemacht, wie es im Deutschen möglich ist. Also so einfach wie möglich quasi. Oh, shit. Oder? Dammit. Na gut. Ich wollte mir eigentlich jetzt gerade Hydration-Kirsche aus dem Kühlschrank holen, aber habe mir glaube ich versehentlich den Frucht- Energy-Drink geholt. Und ich hatte vorher schon einen Energy-Drink. Das ist jetzt der zweite Energy-Drink. Das wird jetzt ganz schön hibbelig wahrscheinlich. Ah, ich tausche ihn lieber aus. Ich will jetzt nicht zwei Energy-Drinks direkt hintereinander trinken. Das ist mir zu krass. Ich hole mir schnell den Kühlschrank. Jetzt muss ich ihn nochmal probieren. Ja, ich glaube, ich muss nochmal zurück. Das ist Kirsche-Hydration. Der ist schon auch lecker. Und oh, so frisch aus dem Kühlschrank. Ich mache das jetzt im Sommer total gern mit den Hauli-Sachen. Ich meine, man macht ja, ich mache ja eh meistens Eiswürfel rein, aber das kühlt halt nur so und so viel. Aber wenn man die fertig mixt und dann einfach dem Becher mal eine Stunde in den Kühlschrank stellt, bevor man die rausholt, dann sind die richtig geil. Einfach der, die das auserwählte und dann noch, ja genau, eben. Das ist halt im Deutschen blöd. So. Bis dann. Ich dachte, du machst mir vielleicht aus der Heilpflanze, die ich habe, Heilpulver, aber ist schon okay. Also, wir können jetzt mal, es gibt noch die Quest mit dem Hunde retten. Auf jeden Fall. Ich rede mal noch mit anderen Leuten hier, die so rumstehen. Hi, Bibo, übrigens. Cousine, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Ja, was brauchst du denn? Rauch. Das ist der Hund. Ist in die Jagdgründe gelaufen. Hast du das jetzt gestorben? Oder wie? Und nicht zurückgekommen. Und jetzt lässt Moralys mich nicht nach ihm suchen. Sie sagt, es sei zu gefährlich und er wäre ja nur ein Hund. Aber ich wollte trotzdem gehen. Aber jetzt bist du ja da. Du könntest für mich gehen. Aber, und dann bekommst du kein Ärger. Ich darf gehen oder was ist los? Soll man da auch gar nicht. Ja, ja. Also ich finde das auch wirklich wichtig. Also ohne Witz jetzt Holy-Werbung hin oder her. Ich finde ja die Energydrinks auch lecker und so weiter. Aber ich würde auch nicht empfehlen, mehr als einen Energydrink am Tag und am besten auch nicht täglichen Energydrink. Man sollte schon mit Koffein auch einfach aufpassen. Das muss natürlich jeder selber wissen. Aber würde ich auch nicht empfehlen. So. Wo geht's denn in die ewigen Jagdgründe? Was ist denn mit dir los? Ist dir was auf die Birne gefallen? Sie sind jenseits von Hakunins Zelt, nördlich des Dorfes. Jo. Okay. Dann müssen wir uns wieder an den Pflanzen vorbeischleichen und dann gucken wir mal in die ewigen Jagdgründe und schauen, dass Smoke eben nicht in die ewigen Jagdgründe geht. Ich trinke da übrigens eine Portion pro Woche. Ja, genau. Für dich auch gut. Also ich meine, die Hydration-Sachen und die Eistees, die haue ich mir natürlich literweise rein täglich. Aber bei den Energydrinks, da bin ich eigentlich auch sparsam. Deswegen habe ich die jetzt auch ausgetauscht. Ne, die hat die Standard-MPC-Dialoge. Wo geht's denn eigentlich da gleich nochmal hin? Ach, da geht's zum Tempel. Ne, ne, okay, okay. Dann schauen wir mal, dass wir ohne ohne mit dem Pflanzen zu kämpfen in die Jagdgründe kommen. So, gut. Oh, dann gute Besserung, äh, Ronald. Ja gut, ich trinke meinen täglich auf der Arbeit, außer am Wochenende. Ich meine, das tun ja ehrlich gesagt die meisten, ne? Ich glaube, die meisten oder sehr, sehr viele Leute trinken eigentlich viel zu viel Koffein. Selbst wenn man sich morgens, wie es ganz viele machen, so zwei Kaffee reinpfeift, ist das eigentlich schon zu viel. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich halt auch dran. Und ich meine, es gibt schlimmere Drogen als Koffein. So ist es ja auch wieder nicht. Okay, schauen wir mal. Die Pflanzen waren ein bisschen zu krass für uns. Gucken wir mal, ob wir mit Geckos fertig werden. Let's go. Oh, die Geckos greifen mich gar nicht an. Okay, wenn die Geckos mich nicht angreifen, greife ich auch die Geckos nicht an. Erstmal. Zu viel Kaffee geht gar nicht. Ja, ich muss auch aufpassen mit Koffein. Mir tut das auch, wenn ich zu viel kriege, gar nicht gut. Also ich meine, das ist glaube ich bei den meisten Leuten so. Aber meine Schwelle ist da auch schon relativ niedrig. Ich kriege da relativ schnell Herzrasen und werde sehr ähm so ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So einen Angstzustand kriege ich richtig. Und das ist unangenehm. Rauch, ich komme. Oh nein, jetzt werde ich von Geckos. Die Blume hätte ich nicht. Das war die Lieblingsblume von dem Gecko. Das fand der jetzt gar nicht gut, dass ich die gepflückt habe. Wie wäre es mit einem Stoß in die Augen? Nicht mit 6%. Nee. Oh Gott, zwei Geckos. Schauen wir mal, ich hoffe, ich schaffe die. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für uns. Oh mein Gott, wir schaffen, wir schaffen einfach gar nichts, hey. Wir schaffen einfach gar nichts. zur Not gehe ich jetzt ins Ödland und muss einfach die erste Zeit Kämpfe meiden und sehr viel weglaufen und dann eines Tages komme ich wieder mit meinem fucking Raketenwerfer und dann werden die Jagdgründe eingeebnet. Dann lebt hier nämlich nichts mehr. Das ist immer schön, wenn man, wenn man so einen Charakter spielt, der am Anfang schwach ist, dann ist das immer schön, wenn man am Ende super mächtig zu den Orten zurückkommt, wo man Probleme hatte und dann wird der Sklavenbetrieb von Metzger komplett ausgelöscht. Dann werden hier, weißt du, also all die kleinen, kleinen kriminellen Arschlöcher, die sich mördercool vorkommen, werden dann mit Enhanced Power-Rüstung und Schweren oder Energiewaffen einfach weggebrutzelt. Da freue ich mich schon drauf. Aber das müssen wir uns erst verdienen. Ja, genau, schwere Waffen haben wir. Oder Alexa hat für uns schwere Waffen gewählt. Wir haben quasi einen zufallsgenerierten Charakter. Das war gerade der dümmste Move ever. Warum ist die Wegfindung gerade so scheiße? Okay, jetzt passt auf, ich muss nochmal neu laden hier. Und falls sich der Kampf gegen die Geckos wirklich nicht vermeiden lässt, muss ich es irgendwie schaffen, dass wir die einzeln kriegen, dass ich nur gegen einen kämpfen muss. Weil sonst, oh, jetzt sind hier sogar drei unterwegs. Greifen die mich wirklich nur an, wenn ich die Blume pflücke? Geht es wirklich darum? Ich gehe einfach mal vorbei, ohne die Blume zu pflücken. Hä? Wirklich? Das wäre mir noch nie aufgefallen. Ja, genau, laufen wir in die radioaktive Pfütze noch schnell. So, wuff, wuff. Na komm, Rauch. Bringen wir dich nach Hause. Okay, cool. Das war gar nicht so schlimm. Irgendwo gibt es glaube ich noch eine Quest mit einer Brennerei oder so. Oder verwechsel ich das und kommt das erst später. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir Rauch gerettet. Rauch kannst du nicht die fleischfressenden Pflanzen schnell für mich töten? So als Ausgleich, als Dankeschön. Ne, schade. Du hast Rauch gefunden. Danke. Rauch ist der beste, du bist ein böser Hund. Achso. Gern geschehen. Tschüss. 100 Erfahrungspunkte und 5 Karma. Na dann. Oh, wie oft wird mir das noch passieren, dass ich auf die Karte klicke, wenn ich auf die Figur will. Wir haben bis jetzt 20 Karma. Wanderer. Die Jungfer des Ödlands. Du solltest mehr ausgehen. Deine sexuellen Erlebnisse sind in letzter Zeit eher zweidimensional. Haha, weil er da so ein Heftchen hat. In Arroyo werden wir verehrt. In Klamath sind wir neutral. Na, schön. Aber mit wem müssen wir denn da noch reden? Jetzt gehe ich noch mal schnell da hoch. Ich glaube, da geht es zum Tempel, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das mit der Brennerei kommt, glaube ich, erst in der nächsten Stadt. Ja, ich glaube auch, dass das eine Klamath-Quest ist, die ich da in Erinnerung habe. Das wird von der Story her auch gar nicht hierher passen. Ja, genau. Sei gegrüßt, auserwähltes Wesen. Schön, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte nur Hallo sagen. Ich werde bald auf die Suche gehen. Mögen die Geister deiner Vorfahren dich beschützen, auserwähltes Wesen. Oh, das wäre so nice, wenn hier statt das auserwählte Wesen man den Geist der Ahnen beschwören könnte. Und dann würde quasi die Hauptfigur aus dem ersten Teil ab und zu so als Geist kommen. Aber wer weiß, eventuell lebt er noch. Nee, warte mal. Nee, zu Zeiten von Fallout 2 lebt er nicht mehr. Außer er ist sehr alt. Ich meine, wir wissen nicht, ob das Kanon ist, aber eventuell ist er ein Cyborg, der durch Implantate von der Stellern in Bruderschaft enhanced wurde. Ne? Vielleicht wird er über 100 Jahre alt. Kann ich mir bei einer Schaufel eigentlich Brahmin-Mist schaufeln? Ich glaube nicht. Oh, scheint verschlossen zu sein. Ich könnte mal versuchen, das zu knacken. Nur der Erfahrungspunkte wegen eigentlich. Nee. Moment, ich kann es nicht reparieren. Habe ich gerade den Reparaturskill ausgewählt? Ja, der Tempel, über den haben wir vorher auch schon geredet. Der ist ein Mysterium, das wissen wir nicht. Reden wir mal nochmal mit ihm hier. Du bist also auserwähltes Wesen. Wie sieht es aus mit der Suche? Bis jetzt ganz gut. Vielleicht brauchst du Hilfe eines Kriegers. Ja, brauche ich definitiv. Wobei kannst du mir denn helfen? Ich weiß, wie man mit Fäusten und Füßen kämpft. Meinst du, du kannst das lernen? Ja, was kannst du mir denn beibringen? Ha, auserwähltes Wesen. Du bist zu ungelenk. Ich kann dir nichts beibringen. Ah, okay. Ist auch nutzlos. Ist auch ein nutzloser Skill. Guck mal, hey, auf deinem Zelt ist auch ein Kreuz. Kannst du mir? Nee, kannst du nicht. Schade. Ja, wirklich, vor dem Tempel hätten wir das brauchen können. Ja, ich befürchte, hier ist jetzt leider nichts mehr zu tun, außer die blöden Pflanzen zu töten. und ich glaube, ich würde es noch mal versuchen. Ich sehe es schwarz, ehrlich gesagt, aber ich versuche es mal. Ich speichere noch mal vorher. Dann schauen wir mal, ob wir die Pflanzen töten können. Es wäre schon gut, wenn wir die Quest noch schaffen könnten. Ich versuche es jetzt mal wirklich, ne? Ich meine, die Schüsse von denen, ich kann es nicht einschätzen, ob die Schüsse gefährlicher sind als die Nahkampfangriffe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber ich werde mal versuchen, einen normalen Stoß und dann weglaufen. Oh, die können so weit beißen. Aber wir... Ach shit, ja, das ist schlecht. Ne, okay, hat alles keinen Sinn. Ich glaube, wir haben keine Chance. Vielleicht... Oh, das war ein guter Treffer tatsächlich. Das war ein guter Treffer. Vielleicht habe ich Glück und die verletzen sich mal selbst, weil sie so krass daneben hauen. Das ist ehrlich gesagt meine größte Hoffnung. Ey, das ist eine Blume. Mann. Es ist eine Blume. Come on. Zumindest kann ich die Sporen von denen aufheben und verscherbeln, wenn der Kampf vorbei ist. Ich habe einen Plan. Auch wenn es jetzt echt gerade beschissen läuft, mache ich jetzt so lange weiter, bis ich so um die 10 HP habe und dann versuche ich wegzugehen. Dann laufe ich aus dem Kampf und lasse mich heilen und dann gucken wir mal, ob sich die Pflanze in der Zeit auch heilt oder nicht. Weil wenn die sich nicht heilt, dann können wir sie langsam zermürben. Ne, dann schlafe ich so die Nacht durch und dann komme ich wieder. I'll be back. Aber wir treffen gerade wirklich einfach gar nicht mehr. Unglaublich. Aber wirklich gar nicht mehr. Okay, 12 HP, ich gehe jetzt. Blöde Pflanze. Oh, das könnten wir machen. Warum nicht, Velo? Wenn ich daran denke, bis dahin machen wir das. Wir lassen ab jetzt all unsere Hauptfiguren von Alexa generieren oder von ChatGPT mal oder irgendwie sowas. Hallo, könntest du mich bitte heilen? Dankeschön. Der ist ein guter. So. Und du, Pflanze mit dunkler Seele, bist schwer verwundet. Yes. So machen wir das jetzt nämlich. Kann, kann ein bisschen dauern. Wenn ihr aufs Klo müsst, ne, jetzt ist der richtige Zeit, Punkt, aber ja. Nach jedem Schlag ein paar Schritte weggehen. Ja, theoretisch mit mehr Aktionspunkten wäre das eine Idee, aber ich habe halt nach einem Schlag nur drei Schritte. Das heißt, ich könnte drei Schritte weggehen, dann muss ich aber wieder drei Schritte hingehen und kann wieder nur einmal angreifen und das lohnt sich insgesamt nicht wirklich. Aber wenn wir halt einfach mal auch treffen würden, es wäre schon wirklich gut auch, muss ich schon sagen. Ja, wir haben getroffen und die ist so gut wie tot. Ich glaube, der nächste Treffer ist der letzte. Ja, aber für uns halt auch. Okay, ich riskiere es jetzt. Ich speicher kurz und dann riskiere ich es mal, dass ich noch eine Runde komme. Das wird der tödliche Treffer. Let's go! Dammit, du bist so scheiße. Okay, komm, zehn HP, das schaffen wir. Ja! Unglaublich! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der wahrscheinlich härteste Gegner bisher im Spiel. jetzt lasst uns die ganzen Sporen, Samen, Kapseln aufheben. Ich glaube, die sind ehrlich gesagt so gut wie nutzlos, aber halt nur so gut wie nutzlos. Sag mal, liegen da so viele oder nehmen wir die aus irgendeinem Grund nicht? Hat der jetzt die ganze Zeit aus nächster Nähe auf uns gespuckt auch? Oder anscheinend? haben wir jetzt zehn davon. Organische Samendorn. Potenzielle Nahrung oder Samenträger? Was? Naja, okay. Gehen wir mal ja, unser erster Erzfeind ist besiegt, aber jetzt kommt wir brauchen Heilung. jetzt kommt der Nachfahre von unserem Erzfeind und will den Tod rächen. Vater! Das wirst du bösen! Okay. Zweite Runde oder so, je nachdem wie man rechnet oder fünfte Runde oder so. Ja, wir haben getroffen. Wenn auch nur mit vier Schadenspunkten, aber immerhin. Das war ein guter erster, guter erster Treffer. Neun Schadenspunkte, sehr gut. Wir werden zum Glück gerade auch nur ziemlich low getroffen. Vier Trefferpunkte. Verfehlt. 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 Ah, ein Trefferpunkt. Und jetzt komm, bam, verfehlt. Gibt's eigentlich auf der Tastatur irgendeinen Shortcut, dass man Zug beendet, bestimmt, ne? Aber scheiß drauf. Ich bin zu faul nachzuziehen. Zehn Treffer! Zehn Trefferpunkte ist gut. Die Pflanze dürfte wahrscheinlich schwer verletzt sein, oder? So gut wie tot sogar schon. Der nächste Treffer ist der letzte, definitiv. Yeah, oh! Von wegen. Ich hab nur mit drei HP getroffen. Das war wirklich ein miserabler Treffer. Aber gut, der nächste jetzt aber wirklich. Die Pflanze hat wirklich wahrscheinlich nur noch ein HP oder sowas. Moment mal, ich hab grad noch mal für fünf getroffen. Das hat immer noch nicht gereicht. Jetzt glaub ich's aber. Okay, komm. Nein, bitte. Wir haben nur noch 13 HP. Jetzt lass uns nicht nochmal heilen gehen. Wie sieht denn das aus? Peinlich. Hau die Pflanze! Was? Wieso lebst du noch? Die ist so gut wie tot. Wir haben jetzt seitdem schon fast zehn Schaden gemacht. Ich speichere nochmal. Das wird ein knapper Kampf. Aber ich flieh jetzt nicht. Ich speichere jetzt, aber wir machen den Kampf jetzt auf Leben und Tod. Komm. Let's go. Ins Zentralgestänge. Ne, verdammt. Zwei. Wir haben noch sieben HP. Ah, daneben. Noch fünf HP. Noch ein HP. Oh Gott. Ja. Puh. Um Gottes Willen. Das war knapp. Das war weiter. Das war also viel zu knapp für so einen lächerlichen Kampf. Aber wir haben es geschafft. Ohne einmal heilen zu gehen haben wir es geschafft. Sehr gut gemacht. Deswegen sind wir auch das auserwählte Wesen. Wir können sogar für einen alten Mann Unkraut jäten und müssen nur fünfmal irgendwie zusammengeflickt werden, kurz bevor wir verbluten. Nice. So. Ich bin fertig. Ich bin mit der Gartenarbeit fertig. Ich habe mir den Zeh gestoßen, aber nur fünf Minuten geweint. Ach. Du bringst den Geist des Bunkerbewohners auf die Erde zurück und lässt die Seele eines alten Mannes lächeln. Dafür gebe ich dir Heilpulver. Denke daran, sie benebeln die Sinne, während sie den Körper reinigen. Cool, dude. Ohne Augen ist unfair. Das finde ich auch. Außerdem mische ich die Brockblume mit der Zanderwurzel. Wenn du beides zu mir bringst, mögen deine Wege stets die Rechten sein und möge dein Herz dem folgen. Ich hatte nie eine PSP-Velo. Keine Ahnung. Deswegen kann ich zu der nichts sagen. Aber ich weiß, dass es ein paar coole Spiele gab. Ich habe viele Adaptionen von ursprünglichen PSP-Spielen gespielt, die ich sehr, sehr cool fand. So. Boah, 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 boah. Ich danke dir. Ich brauche bitte Heilung. Dankeschön. Keine Lektion? Kein unverständliches Gerede? Geht's dir gut? Ich möchte dich darum bitten, Heilpulver herzustellen. Genau. Danach habe ich gesucht. So, sehr gut. Jetzt haben wir drei Heilpulver, eine Schaufel, 150 Dollar, ein bisschen Klimpimps und Klump. Man könnte jetzt noch ein bisschen Geckos grinden in den Jagd gründen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt. Ich glaube, ein, zwei, also selbst, wenn wir jetzt ein Level-Up durch die Geckos kriegen, bringt uns das auch nichts mehr. Unser Charakter wird so lange scheiße bleiben, bis wir eine schwere Waffe kriegen und das kann dauern. Außer wir haben sehr viel Glück. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich meine, wir haben immerhin sieben Glück, ne? Glück ist unser höchster Wert. Oh mein Gott. Unser Charakter ist so fucking durchschnittlich. Wir können halt irgendwie nix wirklich. Aber dafür sind wir auch in nix wirklich schlecht. Moment mal. Vor dir steht Hakunin, der Schaman des Dorfes. Seine vom Wahnsinn umwölkten Augen mustern dich von irgendwo aus seiner eigenen Welt. Ah ja. Sehr schön. Okay. Dann geht's hinaus in die weite Welt beziehungsweise erst mal zur Brücke. Können wir auch noch mal kurz umgucken, ob wir irgendwas Nützliches finden. Steckt mal den Speer weg. Dauert jede Animation immer gleich doppelt so lang mit einer Waffe in der Hand. Das ist zwar schön gemacht, aber nervig. Hallo, ausgewähltes Wesen. Ich schau mich noch ein letztes Mal im Dorf um, bevor ich gehen muss. Mögen die Götter dich beflügeln, damit du das Garten Edenkitt zurückbringst, bevor es zu spät ist. Auf Wiedersehen, mein Freund. Schau mir noch mal hier rein. So. Hallo, Hidi, Yoshi. Schön, dass du da bist. Und Dankeschön. Freut mich, dass dir die Videos gefallen. Okay, okay, okay. Ich glaube, dann hauen wir jetzt wirklich ab. Hallo, ausgewähltes Wesen. Machst du dich auf die Suche nach dem Geg? Ja. Aber bevor ich gehe, würde ich gerne Fragen stellen. Wer mich noch umsehen. Ich habe mich über deinen Speer gewundert. Der sieht etwas anders aus als meiner. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man besonders stabile Klingen macht. Hol mir ein Stück Feuerstein, dann repariere ich auch deinen Speer. In der Wildnis wirst du ihn brauchen. Wo finde ich denn Feuersteine? Man sagt, deine Tante Morlis hat einen Vorrat. Sie ist so schlecht gelaunt, dass sie bestimmt noch niemand gefragt hat. Aber die Hexe will bestimmt etwas dafür haben. Okay, das machen wir noch schnell. Ein verbesserter Speer wird wahrscheinlich ein bisschen helfen. Wir können jetzt am Anfang gerade wirklich jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Bist du unsere Tante Morlin? Ja, Morlis. Du siehst Morlis, eine deiner Tanten. Sie mochte dich noch nie. Okay. Was ist los? Ich habe zu tun. Münach sagte, Münach sagte, was raus mit der Sprache. Er sagte, du hättest vielleicht etwas Feuerstein? Ich habe Feuerstein. Ach, und du willst welchen? Äh, ja. Hm, ich will drei Portionen Heilpulver. Es kommen schlechte Zeiten und ich werde darauf vorbereitet sein. Bring mir das Heilpulver und du bekommst den Feuerstein. Na los, mach schon. Ja, Tante. Kann ich nicht feilschen? Drei ist schon krass, ich habe drei, aber ich würde auch gern was behalten davon. Ja, von mir aus, hier nimm die drei. Hier hast du den Feuerstein und jetzt verschwinde, ich habe keine Zeit zum schwatzen. Danke, Tante Morlis. Tante Morlis, bin ich nicht auf Stehlen spezialisieren, na leider auf Schleichen. Schade, schade, aber ich werde jetzt trotzdem meine Inventar gucken. Ich gebe jetzt einen Grund, mich nicht zu mögen. Alexa, du hättest uns ruhig auf Stehlen spezialisieren können. Danke. Danke für die Info. Sehr nett. Wir werden dauernd erwischt, aber es ist eigentlich wurscht, oder? Ich könnte jetzt eigentlich wahrscheinlich für immer versuchen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Ah! Weißt du, was ist okay? Ein Heilpulver habe ich wieder geholt, die anderen beiden sollen sie behalten. Aber weißt du, ich bin hier gerade unterwegs, die Welt zu retten. Also bis jetzt nur das Dorf, aber das ist unsere kleine Welt. Ein bisschen Support von der eigenen Familie wäre schon gut, ne? Na gut, dann mach uns mal einen tollen verbesserten Supersperr, bitte. Hast du Feuerstein von deiner Tante bekommen? Ja, ich habe Galvanized Steel von meiner Tante ausgeliehen. Das ist ein schönes Stück, gib mir den Speer, bitteschön. Jetzt machst du das mit den Stücken so. Hier ist dein neuer Speer. Danke meinem Freund, das ist mir eine große Hilfe. Moment mal, das ist jetzt der normale Speer, ne? Das ist der geschärfte Speer, ja, okay. Ist immerhin ein bisschen besser, immerhin ein bisschen mehr Schaden. Schaden ohne Bewahr, okay, dankeschön. Okay. Dann speichere ich jetzt mal und dann geht's endlich hinaus in die weite Welt. Und jetzt bricht die Brücke zusammen und das Spiel ist zu Ende. Nicht mal die Aas Geier sind scharf auf deinen verwesenden verstrahlten Körper. Auf nach Klamath. Alex hat mir irgendwas von der Brauerei erzählt. Ich weiß nicht warum. Jetzt habe ich schon wieder ihren Namen gesagt. Danke. Ohne Zufallsbegegnung. Ich weiß nicht, ob mich das freut oder nicht. Wahrscheinlich ist es gut. Wahrscheinlich wäre es nur eine nervige Raider Begegnung gewesen und ich wäre gestorben. Dann gehen wir jetzt erstmal in Klamath ein bisschen Erfahrungspunkte und Ausrüstung sammeln und sowas. Hi da, dich habe ich noch nie in Klamath gesehen. Ich bin Aldo, der Begrüßer der Stadt. Achso, den in der Stadt ist und alle Fragen zu beantworten, die ein Fremder über unser idyllisches Kleinstädtchen haben könnte. Willkommen in Klamath. Wer bist du? Ähm, danke für die Begrüßung. Mein Name ist Mario Gordon. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Nun, mein Freund Mario was auch immer, da du neu in der Gegend bist und so aussiehst, als ob du ein paar Ratschläge brauchen könntest, möchte ich dich darauf hinweisen, dass es üblich ist, den Begrüßer erst zu entlohen, bevor man Fragen stellt. Äh, nun, ich möchte auf keinen Fall gegen eure Gebräuche verstoßen. Hier sind 5 Dollar. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde mir mit dem Geld etwas mit ziehen für die trockene Kehle besorgen. Betrachte dich nun als offiziell in der Stadt begrüßt. Hast du Fragen zu unserer schönen Metropole? Mit dem Rülpsen da und erinnert mich der an Rick Sanchez. bevor es Rick Sanchez gab. Äh, ja, ich hab ein, zwei Fragen. Frage, o edler Spender. Ähm, äh, was machen die Leute in Klamath hier so? Manche Leute in Klamath sind Farmer, manche züchten Brameln, aber die meisten fangen Geckos. Und was ist ein Gecko? Geckos haben wir doch in unseren Jagdgründen eigentlich, ich frag's trotzdem. Ein Gecko ist eine große Echse, die von den Fallenstellern hier in der Gegend wegen des Fleisches und der Haut gejagt werden. Es ziemlich anstrengend, verdammten Viecher zu fangen und auch gefährlich. Mein Freund, ich rate dir, lass die Finger davon, der Aufwand lohnt sich nicht. Hey, dankeschön, Tiborne. Oh, und Fallum sehe ich gerade. Danke fürs Raiden. Hallo. Okay, ich danke, das reicht fürs Erste. Ne, warte, ich habe doch tatsächlich noch andere Fragen. Wo kann ich denn Wahn zum Handeln oder Heilung finden? Du kannst ein Buckners Haus und auch im Goldenen Gecko einkaufen und verkaufen. Manchmal gibt es da sogar Heilkräuter. Nicht, dass ich welche für meinen Zustand kriegen würde. Die beiden Inhaber sind richtige Geizhälse. Wenn du nur ein bisschen zu spät zahlst, wirst du gleich zum Teufel gejagt. Äh. Ich fand schon immer, frische Luft neue Kräfte verleiht. Ich hätte dann noch eine Frage. Weißt du, wo ich ein Geg finden könnte? Ein Geg? Ey, du meinst ein Gecko, oder? Von dem Gecko habe ich noch nie was gehört, aber ich habe was von Geckos gehört. Ja, erzähl mir von Geckos, das hatten wir schon. Okay, das reicht dann erstmal fürs Erste. Ich bin mir sicher, dass seine Großzügigkeit gegenüber Bedürftigen wie mir dir Glück bringen wird. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay, dann reden wir mal mit dem Kerl hier, dem guten alten Thor. Schade, dass wir jetzt kein Dummer, das ist halt der schönste Dialog, wenn man den Charakter mit Intelligenz unter 3 spielt, ne? Aber gut, so ist es auch okay. Ich Thor. Warte mal. Ich Thor. Ja, okay, machen wir das. Schön, dich kennenzulernen, Thor. Ist hier in letzter Zeit was Interessantes passiert? Wanzenmänner nehmen Mumus nachts. Thor Angst. Hilf Thor. Äh, sicher Thor. Ich kann dir schon helfen, die Brahmin zu bewachen. Du helfen Thor? Mumus Feld zeigt nach Osten. Jetzt? Ja? Ja? Er lächelt. Äh, ja, okay, ich kann dir jetzt helfen, die Brahmin zu bewachen, Thor. Jetzt sollte ich aber speichern, weil die Wanzenmänner sind für unseren echt beschissenen Charakter leider gefährlich. Aber wir haben jetzt ja einen verbesserten Speer immerhin, ne? Stand da gerade minus 45? Da stand nicht minus 45, oder? Ich glaube nicht, dass da Minus stand. Ich glaube, das Minus habe ich mir eingebildet. Das wäre schon lustig. Ja, wir haben getroffen, neun Trefferpunkte. Für so einen kleinen Skorpion gar nicht schlecht. Bam, er ist tot, Jim. Tor mag Mario Gordon. Tor danke, Manzenmänner böse. Nicht lassen Mumus essen. Ich hoffe, wir können diesen Angriff auf deine Mumus beenden. Ich meine auf die Brahmin beenden. Ich glaube nicht, dass sich jemand traut anzugreifen, wenn wir beide hier sind. Reden wir mal mit den ominösen Gestalten im Wald, die uns hier beobachten. Was zum Teufel machst du hier? Willst du uns helfen oder nicht? Wenn du interessiert bist, hätten wir vielleicht einen Job für dich. Yeah, ich bin interessiert. Erzähl mir mal, was das für ein Job ist. Nun, es gibt da was, worüber wir Hilfe gebrauchen könnten. Ja, was denn nun? Okay, das hier ist der Deal. Wir brauchen Hilfe, um einige Bramen aus den Händen dieses Idioten Tor zu befreien. Du kannst ihn entweder mit Worten überzeugen oder ihn niederschlagen. Aber tu ihm nicht zu sehr weh, sonst gibt's Krawall. Ähm, ich glaube, das will ich lieber nicht tun. Ich rat dir, quatsch das besser nicht rum, sonst werden wir ziemlich sauer und ich versichere dir, das willst du nicht erleben. Moment, was? Ich will euch nicht erleben, wenn ihr sauer seid? ich will eure hässlichen Visagen überhaupt nicht mehr erleben. Tschüss. Oh oh, Tor, ich brauche Hilfe. Tor, ich habe die bösen Wanzenmänner gefunden. In den Tor so. Wartet nur, ey, wenn ich meinen Raketenwerfer habe, dann geht's ab. Ich muss mal speichern, ey. Oh Gott, der hat ein Messer. Oh Gott, der hat ein Messer und tut echt weh. Oh Gott, ich muss mal hier wirklich speichern. Okay. Ich muss mal aufhören, hier gezielt zuzustechen. Tor könnte mir echt wenigstens ein bisschen helfen, oder? Oder die Mumus, die könnten mir ein bisschen helfen. Ich glaube, so ein Brahmin mit einer Doppelkopf- Power-Attacke könnte schon ganz schön reinhauen. Au, der war böse. Das hat man gehört. Die halten zu viel aus, ich schaffe die nicht. Ich war gerade kurz verwirrt, weil da stand irgendwas mit einem rothaarigen Stiefkind und ich dachte schon, das Spiel nimmt Bezug darauf, dass ich tatsächlich rothaarig bin, aber das war nur was anderes. Und werben ein Level ab. Also nicht wirklich, aber ja, der Sound. Thor, tu doch was, die töten mich. Ich bin doch nur um deine Brahmin zu beschützen. Ah, ich hab mich vielleicht heilen sollen, ne? War jetzt ein bisschen mein Fehler. War ein bisschen dumm, aber macht ja nichts. Ich leide nochmal neu, mach's besser. Irgendwann werden wir mächtig und dann wird's lustig. Aber bis dahin 10 Trefferpunkte, das sah besser aus, als es war. Aber immerhin ist er verwundet jetzt. Ja, es wäre schon gut. Aber gut, wir schaffen das auch ohne Tor. Irgendwann vielleicht. leicht. Jawohl, das war gut. Das war so gut, dass ich kurz speichere auf Kampf hier unten. Dass beide daneben hauen ist sehr gut. Komm, jetzt nochmal ordentlich treffen. Schade. Wisst ihr was? Ich lade jetzt. Ich lade jetzt so lange, bis wir ordentlich treffen. Okay. Noch nicht. Aber jetzt. Das wird der Todesstoß. Come on! Sei nicht so. Ja. Vier Treffer. Hey, okay, ich nehme die vier Trefferpunkte. Was soll's. Das war jetzt echt scheiße. Wir wurden kritisch getroffen. Zwölf Trefferpunkte. Der blaue Fleck wird nett aussehen. Und die Narbe eignet sich vielleicht für Smalltalk. Wunderbar. Dankeschön. Müssen wir erstmal noch erleben, unseren Smalltalk. Ich hätte zwar jetzt auch mit zehn wieder getroffen, was eigentlich gut ist. Wow! Zwei kritische Treffer hintereinander. Okay. Das war jetzt einfach auch Pech. Das kriegen wir besser hin. Komm! Ich hab gesagt, das kriegen wir besser hin. Nicht noch schlechter. Nein! Du bist ein verdammter Clown, ja. Ich kann nicht mal was dagegen sagen. Er hat ja recht. Er hat ja recht. Es ist aber wirklich gerade ein bisschen lächerlich hier, oder? Komm jetzt aber das gibt's ja nicht. Ist das irgendwie eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es nicht vorgespeichert, wie jetzt der Kampf läuft schon. Na also, na also, 13 Trefferpunkte, bester Treffer ever, schwer verwundet. So sieht's nämlich aus. Jawoll. Du Tier! Ist das ein Kompliment, oder? Oh, mit 11 Trefferpunkte getroffen ist böse, aber ich speichere, weil ich auch so gut getroffen habe gerade. Jetzt versuche ich mal noch mal eine Runde ohne zu heilen. Das ist der zweite Teil, Klassi. Jetzt schauen wir mal, dass wir ihn noch mal ordentlich pieksen. Komm, let's go! Nein! Lade ich noch mal neu. Wir müssen so dringend ein bisschen stärker werden, weil das ist halt wirklich lächerlich. Wir kriegen ja bald Zulik. Mit Zulik und Wix sieht's dann vielleicht gleich wieder anders aus. Die müssen uns dann erstmal durch den Anfang des Spiels ziehen und dann, wenn wir stark genug sind, wie bei unserem Playthrough vom ersten Teil auch schon. Wir brauchen erstmal irgendwie die Begleiter, die für uns kämpfen und dann können wir ordentlich reinhauen. Okay. Oh, wir haben immerhin überlebt. Ich gehe in Simventar und heile uns mal. Komm schon, eine gute Heilung, bitte. Ah, es war nicht so gut, aber ist okay. Jetzt kann der immer noch angreifen. Damn it. Komm schon. Okay, ich speichere jetzt nochmal irgendwo. Wie sieht er denn aus? Schwer verwundet, noch nicht mal so gut wie tot. Ah, da bräuchten wir schon sehr viel Glück, dass wir das schaffen, ey. Alexa, was hast du uns da eingebrockt? Dankeschön. Ich habe da auch gerade dran gedacht, Velo. Ich will noch ein bisschen Fallout 2 spielen. Ich denke, wir werden heute schon noch Resident Evil auch spielen, aber noch nicht. ich habe das Gefühl, dass Fallout 2 noch nicht mal richtig losgegangen ist, ne? Es wird sich jetzt gerade falsch anfühlen, das jetzt zu beenden. Okay, 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 beide haben daneben gehauen. Das ist für mich ein Grund zu speichern. Ja! Ja! Wir haben immerhin einen von den beiden umgebracht, das ist gut. Danton ist tot. Damit wollen wir beginnen. Okay, oh shit. Der zweite Kampf wird jetzt trotzdem krass und ich weiß nicht, ob wir den schaffen, ganz ehrlich. Aber es ist jetzt nur noch einer. Es ist jetzt nur noch einer. Ach, jetzt komm! Hau ihn mal so richtig um jetzt, bitte. Neun nehme ich, okay, neun nehme ich. Wenn er jetzt daneben haut, perfekt, okay, perfekt, perfekte Runde. Nein, jetzt habe ich geladen, aber ich bin so dumm. Jetzt habe ich auf geladen geklickt, statt auf speichern. Ich hasse es. Ja, das ist voller zwei. Super, ne? Perfekte Runde, lade ich gleich neu. Oh Gott. Ja! Okay, das war sogar noch besser als vorher, ein bisschen. Speichern. So, okay. Puh, na schau, hat sich gelohnt. Wir schaffen den Kampf nur mit ein bisschen, mit ein bisschen viel Safe-Scam. Jawohl! Das war ein sehr guter Treffer. 20 Trefferpunkte, kritischer Treffer. Ohne Rüstung. Wirfst ihn zu Boden. Guck ihn dir an, wie er da liegt. Schwer verwundet. Das hat er jetzt davon. Das hat er jetzt davon. So. Bam. Okay. Es sieht gut aus. Ich glaube, wir schaffen es. Jawohl! 13 Trefferpunkte. Let's go! Wir machen ihn fertig. Er trifft uns nicht. Das Blatt hat sich gewendet. How the Turntables. So. Ich versuche jetzt mal den Rest noch ohne Safe-Scam. Ja, perfekt. Puh. Dankeschön. Naja. Ein Schlagring hatte der Arsch. Und noch ein. Ja, auf den ersten Blick kann man die ersten beiden auch leicht verwechseln. Wenn man es nicht mehr genau weiß. Tor Mark, Mario Gordon. Tor Danke. Wann sind wir noch böse? Nicht lassen Mumus essen. Ich hoffe, wir können diese Angriffe auf deine Mumus beenden. Äh, die Brahmin. Den Dialog hatten wir schon. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Kommen da noch mehr Red Scorpions? Ah, da unten sind die Red Scorpions. Und ganz viel Mumu-Reste. Nein! Und die müssen wir uns, glaube ich, auch noch kümmern. Ich bin gerade leider sehr tot, ne? Aber okay, ich speichere jetzt mal. Und ich würde jetzt vielleicht mal bis zur vollständigen Heilung ausruhen. Oh, das dauert lange. Wir sitzen jetzt einfach ein paar Tage am Lagerfeuer, ne? Okay. Passt schon. Let's go. Wanzenmänner. Oh mein Gott. Das sind echt viele Wanzenmänner. Shit. Da waren noch welche im Wald, die ich gar nicht gesehen habe. Camouflage. Guerilla-Wanzenmänner. Okay. Wanzenmann Nummer 1 geht in den Angriff über. Ich ziehe mich leicht zurück und beende meinen Zug. Ich spiele Drache mit Silberblick und beende meinen Zug im Angriffsmodus. Dammit. Das war sehr schlecht. Okay. Ich speichere mal. Jetzt geht der Kampf los. So. Jawoll! Wow. One-Hit. Denn man merkt schon, dass der Speer ein bisschen verbessert ist. Das war gut. Das war ein guter erster Kampf, würde ich sagen. Nächster. Nächster Wanzenmann. Ich bin ready. Ich hoffe nur, dass die mich nicht vergiften. Das wäre wirklich ein bisschen nervig. Okay. Schade. Dammit. Ich hätte gleich nochmal dürfen. Ich hätte gleich nochmal gedurft. Dammit. Oh, wir sind vergiftet. Nein. Das war genau, was ich nicht wollte. Aber gut. Jetzt machen wir schnell weiter. So schlimm wird schon nicht, der Kampf, oder? Ich habe ganz starke Flashbacks zum Tempel. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwo in Klammern Gegengift. Ich denke schon. Okay. Wir haben keins mehr im Inventar. Doch, wir hätten sogar noch ein Gegengift. Gut. Nehme ich jetzt aber erst, wenn wir hier fertig sind mit den Skorpions. Weil wahrscheinlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir vergiftet werden. Wandsmänner ist ein guter Name für Gegner. Ja, ich finde das auch gut. Hey, ursprünglich, ich finde das so cool. Ich habe da bestimmt auch schon mal in Videos drüber geredet. Aber ursprünglich wäre für Fallout 1 und das wäre für die Fallout Lore eine interessante Ergänzung gewesen, ein Volk von intelligenten, humanoiden Waschbären geplant gewesen. So ein Stamm von Menschen ähnlich intelligenten Waschbären. Das wäre schon cool gewesen. Ich glaube, die hätte ich gemocht, wenn die das ins Spiel geschafft hätten. Das klingt lustig. Aber ja, die haben es dann leider nicht in den ersten Teil geschafft. Ich meine, es war der erste Teil. Und somit sind die nie Teil der Fallout Lore geworden. Aber das wäre eine interessante zusätzliche Rasse gewesen. Furry Waschbären. Nee, nicht so richtig Furry. Die waren zwar eher wie Ewoks. So wie Ewoks sahen die aus. Oder hätten die aussehen sollen. Warum gerade Waschbären? Vielleicht, weil Waschbären sehr klug sind und Daumen haben. Und so wenn man so ein bisschen die Evolution weiterspinnt ne sich beschleunigt durch FEV oder so vielleicht halt der Logik nach in eine menschenähnliche Richtung entwickeln. Ich glaube, das war so die Idee dahinter. So, jetzt pass auf. Ich müsste jetzt eigentlich den nächsten Zug haben. Wenn ich auf den Zug gehe und meinen Zug beende, darf ich gleich nochmal. Genau. Gut. Mit null Komma nix machen wir die fertig hier. Brauchen wir nicht mal einen Waschbärbegleiter. Auch wenn das ziemlich awesome wäre. Die wären bestimmt gut im Schlösser Knacken gewesen, ne? Die geborenen Diebe. Die bringen schon ihre eigenen Masken mit von Geburt an. Das wäre so gut. Okay. Letztens, als ich bei meinen Großeltern auf Urlaub war, waren wir in einem Tierpark meine Hand von einem Waschbären gehalten. Ah. Und die Waschbären haben durch den Zaun gegriffen und ihre Pfote auf meine Hand gelegt. Das ist ziemlich cool. Ich hätte ein bisschen Angst, dass die ohne Grund und ohne Vorwarnung meinen Finger abbeißen. Aber es ist schon ziemlich cool. Okay, komm. Letzter Wanzenmann. Gute Nacht, Schwenni oder Schwenni. Ich weiß es schon wieder nicht, aber du weißt schon. Fühl dich einfach angesprochen. Na komm, bitte. Nur noch den einen, dann haben wir die Quest beendet hier. Danke. Cool. Hey, Silent Bob. Vielen, vielen, vielen Dank für die Bits. Sehr, sehr nett von dir. So. Gut. Ich finde es cool, dass Thor eigentlich so komplett wurscht ist, dass wir... Er wusste ja die Hintergrundgeschichte nicht, ne? Der steht da rum und wir stechen plötzlich irgendwie zwei Kerle ab und... Ist schon ganz egal. Thor glauben wird schon Richtigkeit haben. Oh, Dörrfleisch. Das nehmen wir mit. Thor, ich raub dich mal aus, okay? Das macht dir nix, oder? Apropos ausrauben. Ich sollte vielleicht noch, solange wir noch Platz im Inventar haben, mal ein paar Skorpionstacheln mitnehmen. Weil erstens kann uns vielleicht irgendjemand Gegengift draus machen und selbst wenn nicht, können wir die wenigstens für ein paar Dollar wahrscheinlich verscherbeln. Und ich meine, die liegen jetzt hier schon so auf dem Präsentierteller. Die nehmen wir schon mit. Kann man nicht auch irgendwie tote Körper highlighten mit irgendeiner Taste? Hm, vielleicht nicht. Na, egal. Ich weiß ja, wo sie liegen, ungefähr. Waschbären sind süße, neugierige Kuscheltiere. Also, ich finde Waschbären auch total cool und ich mag die wirklich und ich finde die interessant. Aber die darf man nicht unterschätzen. Das sind schon wilde Tiere. Wenn die aggro sind, dann aber so richtig aggro. Aber ja, in meiner Vorstellung würde ich auch in den Wald gehen und mit einem Bären kuscheln und ihn umarmen und dann, ne? Ich bin eine Disney-Prinzessin im Kopf. Ich blende das auch aus, dass die tödliche Bestien sind. Okay. Wann sind tot. Mumu ist sicher. Thor danken dir. Ach so. Thor danken dir. Okay, das war's anscheinend. Dann gehen wir. Ach so, wir sind noch vergiftet, ne? Ich hau mir noch schnell ein Gegengift rein. Yo! Okay. Huh. Na gut, Thor. Dann, äh, danke für diese antiklimatische Quest ohne Abschlussdialog richtig und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt. Gibt dem Vollort keine Schweine. Ne, ich meine, das meiste ist in der Vollort-Welt ausgestorben, ne? Insofern. Ah, guck mal. Wir stehen schon direkt neben Wicks Werkstatt. Dann gehen wir doch da mal rein. Steck mal dein Speer weg, nicht, dass irgendjemand sich bedroht fühlt hier. Schauen wir uns mal ein bisschen den Wicks-Laden um. Nehmen wir alles mit. Sehr gut. Ist gerade jemand aus dem Klo gekommen oben? Oh, oh. Falle wurde ausgelöst. 15 Trefferpunkte. Türschlein verschlossen zu sein. Du schaffst. Du schaffst es nicht, das Schloss zu öffnen. Komm schon. Wir schaffen das. Du schaffst es trotzdem nicht, das Schloss zu öffnen. Haben wir auch nichts, was uns hilft, ne? Nicht wirklich. Das ist blöd. Ich glaube, wir müssen das Schloss schon öffnen. Damit wir rausfinden, wo Wick ist. Naja, wir können mal noch ein bisschen mit Leuten hier reden. Vielleicht finden wir noch wichtige Hinweise. Gehen wir mal ins Badehaus. Mein Name ist die dicken Nase Sally Danton. Mir gehört hier dieses Badehaus. Wir haben hier nur Mädchen als Badeaufseherinnen. Ist das okay für dich? Äh. Ich glaube, das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Oh, tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Vielleicht schaust du später mal vorbei. Ich will Informationen über Wick. Dann gehen wir mal hier zu Bucknas. Wie geht's, Fremder? Ich bin Whiskey Bob. Wie heißt du? Mein Name ist Mario Gore. Was geht denn hier in der Stadt so ab? Ach, es ist immer nett, noch einen Saufkumpan zu finden. Willst du mir einen Drink spendieren? Vom Reden bekomme ich immer Durst. Na klar, Bob. Mach ich doch gerne. Danke für den Drink, Partner. Jetzt meine Kehle angefeuchtet ist. Okay. Kann ich dir wohl ein kleines Problem anvertrauen? Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Ja, wie kann ich dir denn weiterhelfen? Na, also weißt du, ich habe eine kleine Nebenbeschäftigung, für die ich Unterstützung brauche. Außerhalb der Stadt habe ich eine Schwarzbrennerei, in der ab und zu eingeheizt werden muss. Seit mich ein Gecko ins Bein gebissen hat, schaffe ich es nicht mehr rauszugehen, bevor das Feuer ausgeht. Wenn ich dir sage, wo es ist, würdest du es dann neu anzünden? Das wäre mir 50 Dollar wert. Hört sich gar nicht so schlecht an. Erzähl mir mehr darüber. Du musst nur nach einer kleinen Hütte südlich der Stadt suchen. Da gehst du dann rein, legst etwas Feuerholz in den Destillator, dann kommst du wieder hierher zurück und du bekommst Geld. Aber du musst es morgen erledigen, sonst wird der Schnaps schlecht. 50 Dollar scheint mir ehrlich gesagt jetzt nicht super viel für den Job zu sein. Guter Versuch, aber mehr als 50 Dollar ist es mir nicht wert. Hey, ich kann es mir nicht leisten, mehr zu zahlen. Ja, okay, ich mach's. Das ist kein Vorkriegsgeld, das sind NCA-Münzen, mit denen hier bezahlt wird. Die NCA hat da quasi schon Währung draußen. Okay, du musst nur nach einer kleinen Hütte südlich der Stadt suchen, da legst du dann Feuer, bla 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 bla. Hört sich ziemlich einfach an. Okay, ich werd's machen. Du machst es? Super, aber vergiss nicht, du musst es bald machen, sonst wird der Schnaps schlecht. Vielen Dank, wir sehen uns bald wieder hier. Kein Problem, Bob, wir sehen uns morgen. Okay, das sollten wir vielleicht wirklich jetzt gleich machen, bevor wir uns weiter umschauen. Ich kann eh mal kurz ins Inventar gehen. Hier, so sehen die Münzen quasi aus. Legales Zahlungsmittel im Ödland, Geld. Das sind quasi postapokalyptische Münzen. Das ist basically quasi so, dass die NCA Bargeld eingeführt hat und im Großen und Ganzen wird das auch weitest gehen als Währung benutzt im NCA Gebiet. Aber nachdem die Steller eine Bruderschaft im ersten NCA Bruderschaftskrieg die Goldreserven der NCA geklaut hat und die dann das Geld quasi unabhängig vom Goldstandard gemacht haben, ist so ein bisschen das Vertrauen in die Währung verloren gegangen und der NCA Dollar war nicht mehr so viel wert und dann hat The Hub schon langsam wieder angefangen mit Kronkorken zu handeln und hat das an Wasser an den Wert von Wasser gekoppelt und so waren dann quasi so Kronkorken und NCA Dollar gleichzeitig eine Währung wie wir es dann in Fallout New Vegas sehen aber hier in Fallout 2 sind wir quasi wirklich so im also da ist die Währung noch wertvoll und weit verbreitet ein Roboter ein böser Roboter ein böser Mr. Handy ich habe keine Ahnung ob ich den Mr. Handy mit meinem Speer töten kann jawoll drei Treffer Punkte oh shit ich hätte nochmal angreifen dürfen sollen der hat nicht sehr viele Aktionspunkte ne mit pieksen und laufen könnten wir den wieder schaffen rosa Munde schenk mir dein Herz und sag ja ich hab's als ich's gelesen hab förmlich mit der Stimme von Cotsworth gelesen Warnung Warnung ich bin voll tauglich Hauptstruktur wird angegriffen wie sieht er denn aus der Mr. Handy der ersten Generation schwer verwundet und hat schwer verletzte Glieder okay wir machen ihm Schaden immerhin jetzt stoßen wir gleich auf eins der größeren Lore probleme die vor allem Fallout 4 uns präsentieren vor allem Fallout 4 mehr als jedes andere aber jetzt töten wir erstmal schnell den Mr. Handy also dass die Mr. Handys neu designt wurden ist ja auch schon so ein Lore Problem aber da wurde halt quasi so erklärt dass das hier die alten Mr. Handy Modelle sind die vor allem von Militär und für schwere Wartungsarbeiten eingesetzt wurden und die neue Version der Mr. Handy die erst viele Jahrzehnte später auf dem Markt kam wurde vor allem in privaten Haushalten benutzt dass man halt dann in den Bethesda Teilen überhaupt keine alten Mr. Handys mehr findet obwohl das in den alten voller Teilen die Standard Mr. Handys waren wird halt damit nicht unbedingt erklärt aber gut okay das geht ja noch aber sollte der Mr. Handy jetzt mal sterben Dankeschön sehen wir hier oben kann ich den gar nicht plündern nee tatsächlich nicht sehen wir hier oben einen abgestürzten Wertibird und das ist was komplett verrücktes in der Welt von Fallout 2 sowas hat unsere Hauptfigur und auch sonst noch niemand gesehen was zur Hölle ist das überhaupt und die Story ist auch im Grunde dass das ein von der Enklave in der Nachkriegszeit gebautes Objekt ist sowas gab es in der Vorkriegswelt überhaupt nicht und in Fallout 4 hatte das US-Militär überall ständig Wertibirds und man kann keine zwei Meter gehen ohne dass man über einen abgestürzten Wertibird stolpert man sieht sogar in der Introsequenz einen Wertibird rumstehen und das ist halt echt schwierig im Nachhinein wurde das dann so erklärt dass das hier halt ein anderes Modell von dem Wertibird ist und die gab es in der Vorkriegszeit nicht aber Fallout 4 widerspricht nicht nur Fallout 1 und 2 sondern auch Fallout 3 weil da steht ja sogar noch ein Wertibird im Museum wo es irgendwie so heißt ja hier guck mal der Prototyp eines Wertibirds die aber nie im Einsatz waren naja es ist alles ein bisschen drunter und drüber mit diesen Wertibirds genauso wie mit den Power Rüstungen da wurde halt ganz viel geradconnt und umgeschrieben köstlich ein abgestürzter Wertibird du siehst nichts ungewöhnliches na dann okay aber geht's hier überhaupt zur Destille bin ich hier überhaupt richtig ich glaube irgendwie nicht verdammt muss ich dafür Klemme verlassen nee oder ich weiß gerade nicht mehr wie man da hinkommt könnte sein dass wir tatsächlich auf der Karte zu einem anderen kleinen Ort reisen müssen oder bin mir nicht sicher oh auf dem Klo liegt was gehen wir mal aufs Klo ich glaube ich will gar nicht wissen was da auf dem Klo liegt schauen wir mal was wir hier auf dem Klo bauen ah Catpaws das ist das Porno Heftchen über das wir vorher mal geredet haben so na gut dann schauen wir mal ach guck mal ein Kind sehr gut ich war mir nämlich nicht sicher ob das funktioniert du bist klüger als Tor das stimmt Tor hat maximal Intelligenz 3 und wir haben immerhin 5 wir sind mindestens 2 klüger als Tor nee hier ist es nicht na dann müssen wir noch mal gucken vielleicht geht es hier zur Farm was hat er gesagt im Süden oder dann müsste das schon passen ja hier sind wir glaube ich richtig wir müssen nur in den ganzen Geckos vorbei ich möchte ungern gegen die jetzt kämpfen müssen es tut mir echt ein bisschen leid um die Erfahrungspunkte die wir hier liegen lassen aber irgendwer lernt uns auch erst noch Geckos zu häuten oder war das in Fallout New Vegas ich glaube es ist Fallout 2 aber ich bring wirklich alles durcheinander vergesst es einfach wir versuchen es mal ich versuche mal mich mit dem anzulegen aber ich glaube Geckos haben viele Bewegungspunkte wir haben 20% Treffer Wahrscheinlichkeit ja wir haben im Grunde gerade erst angefangen also wir spielen tatsächlich schon ein paar Stunden aber im Endeffekt sind wir noch sehr früh wie flüssig die Animation der Geckos aussehen oder voll nice aber wir haben nicht mal einen Hauch einer Chance gegen den hier nicht mal den Hauch einer Chance jetzt versuche ich mal ob Alexa uns wenigstens vielleicht mit dem Schleichenskill gefallen getan hat ich wie gesagt ich hab ich hab das wirklich noch nie gemacht ich hab Schleichen noch nie genutzt aber jetzt gucken wir uns mal ob wir uns hier runterschleichen können an den Geckos vorbei das stehen so viele drum rum ich weiß nicht wie das gehen soll oh Gott super super Schleichenskill shit ey wie machen wir das wir sind zu schwach also gegen die goldenen Geckos können wir wirklich vergessen zu kämpfen ich kann mal versuchen ob wir uns mit den weißen kleinen anlegen können aber wir haben auch kein Heilpulver und nix ne wirklich scheiße ich kann höchstens versuchen vom Kampf weg zu laufen und zu versuchen Holz in die Destille zu legen während des Kampfes quasi ich glaube das ist eigentlich ganz klug ich glaube nämlich wenn mich nicht alles täuscht dürfen jetzt nicht einfach so fremde Geckos mit in den Kampf einsteigen oder oder ist das zumindest ein Bug oder so der manchmal passiert ich weiß es nicht voller 2 hatte so viele Bugs hat es immer noch aber wir spielen ja jetzt die mit Fanpatch und so weiter dass ich mir bei manchen Sachen nicht sicher bin ob das Features oder 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 Bugs sind ist das überhaupt schon die Destille hier wo ist denn hier der Eingang ja da wäre schon richtig ah hier wäre der Eingang ne ich könnte versuchen gegen die zu kämpfen aber ich sehe echt ah ne ja 4 Treffer Punkte verwundet wir haben überhaupt keine Chance können Gekos Türen öffnen das würde ich jetzt gern rausfinden wenn wir die Runde überleben ich hoffe nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ob wir ich weiß nicht ob wir hier wieder raus kommen jemals aber eventuell kommen die Gekos immerhin jetzt mal nicht rein ok wir haben es geschafft 100 erfahrungspunkte und 10 karma sehr gut dann rauben wir den jetzt noch schnell aus hier wenn er uns schon nur so knauserige 50 dollar gibt ne dann klauen wir ihm zumindest seinen ganzen schnaps und so wir können uns noch ein bisschen beef jerky und den nuka cola reinhauen wie hast du geskillt können wir uns gerne noch mal schnell anschauen ich habe quasi alexa als als zufalls generator benutzt und die hat für uns die stats und die spezialisierungen und so weiter ausgesucht deswegen ist unser charakter ein bisschen all over the place wir sind ultra durchschnittlich unser bester wert ist glück also wir sind wirklich kein guter charakter um gottes willen bewegung 5 zum kotzen wir haben eine immunität gegen drogen aber immerhin den wilder kämpfer perk der ist lustig wir sind auf große waffen schleichen und wissenschaft spezialisiert wissenschaft ist nice schleichen ist ziemlich für den arsch und große waffen wird cool wenn wir mal so weit sind aber bis dahin bis dahin sind wir ziemlich nutzlos dörrfleisch sollten wir uns für später aufsparen gibt es da eine quest dafür das weiß ich gar nicht mehr aber was heilt uns denn eigentlich in fallout 2 heilt uns eine nuka cola überhaupt ich weiß gar nicht mehr machen die irgendwas eine flasche nuka cola die limonade der post nuklearen welt warm und schal klingt köstlich ne heilt uns nicht naja hätten wir uns sparen können ok jetzt habe ich keine ahnung wie wir hier wieder lebend raus können die mission ist erfüllt aber die geckos vor der tür gehen nicht weg ach so meinst du aber wenn wir den wall dweller outfit tragen dann brauchen wir kein dörrfleisch für die spezielle sache die du ansprichst so keine ahnung let's go vielleicht hätte ich einen zug warten sollen bevor ich die tür öffne das wäre das wäre ziemlich klug gewesen scheiße hey hier könnte ich zumindest wenn wir halt nicht so tot wären wenn wir halt nicht so komplett tot wären weil hier könnte ich jetzt zumindest nur gegen einen kämpfen im tür rahmen aber einer tötet uns halt jetzt auch ne seh wurscht lauf leider schaffen wir es glaube ich nicht lebendig hier raus oh mein gott das wäre so gut gewesen ich hätte die einsperren können naja gut okay 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 wir laufen jetzt weg vielleicht schaffen wir es ich weiß nicht ob ich jemals einen charakter hatte der so nutzlos am anfang ist ich glaube schon nicht dog mit sondern den hund in klammert ah okay 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 ich glaube wir schaffen es wir haben die mission erfüllt 100 erfahrungspunkte haben wir mitgenommen wir haben zwar nur noch 1 hp aber ich glaube wir schaffen ja immerhin läuft unsere figuren scheint schneller als geckos trotz der geringen bewegungspunkte das ist schnell genug ja suli brauchen wir unbedingt den hätte ich gleich mitnehmen sollen das stimmt den hätten wir rekrutieren sollen bevor wir überhaupt hier runter gehen das wäre viel klüger gewesen aber ich will unsere Figuren immer so ein bisschen weißt ich will mit dem Wissen unserer Figuren spielen ich möchte nicht gezielt irgendwo hingehen weil sonst könnten wir das Spiel jetzt in 10 Minuten durchspielen also nicht dass wir es dann schaffen würden den letzten Kampf aber ihr wisst schon was ich meine naja hey vampire girl und und raider truppe willkommen so das ist doch gut lesen wir gleich mal guns und bullets das können wir definitiv ein bisschen brauchen das hat jetzt zumindest unseren kleinen waffen skill ein bisschen erhöht mal wenn wir mal eine kleine waffe finden können wir nämlich dann auch ein bisschen wenigstens mit der kämpfen gucken wir mal hallo zusammen du siehst einen großen räudigen gelbbraunen hund mit wildem blick so einen habe ich schon zu hause in die augen des hundes starren was sage ich denn zu dem du bist einfach nur hungrig was alter junge lass mich mal sehen ob ich dir einen leckeren danten dörrfleisch geben kann wuff der gelbe humt schnappt zufrieden nach dem leckeren dörrfleisch und verliert dabei einen Schlüssel den er am maul gehabt hat guckt so könnte man das in resident evil 1 auf dem balkon auch lösen aber nein okay du hebst den Schlüssel auf armer junge du musst ja wirklich hungrig gewesen sein den kopf des hundes tätscheln schaut dich treuherzig an wuff wuff hallo reisender so die blades aber gut wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden damit gehe ich jetzt gleich nochmal in wicks werkstatt weil eventuell war das wickshund und der war auch so hungrig weil wick nicht da ist moment mal wenn wick einen hund hat warum lassen wir den einfach zurück wenn wir auf reisen gehen dann okay nicht zu viel hinterfragen alles gut error warum stand da gerade error das macht mir ein bisschen angst naja okay hunde hunde dieses leckerli mit käse geschmack gegen den halb verrotteten apfel den du gerade von der Straße aufgehoben hast funktioniert hat bis jetzt immer funktioniert na klar raid ist immer cool raid sind natürlich immer cool dank schön dörr fleisch her damit können wir uns den schlüssel mal angucken kriegen wir irgendeinen hinweis für was der ist schlüssel zur trapper stadt ein gewöhnlicher schlüssel okay das bewirkt nichts ich versuche mal öffnen aber unser öffnen skill ist halt auch nicht gerade gut ne schaffen wir alles nicht schade ich hoffe auch ich hoffe auch dass das nicht chrisses sandwich ist hau ab wilder hey mein freund ein kleiner vogel hat mir gezwitschert dankeschön slander rex achso 1000 points ich dachte schon bits das wäre voll nett gewesen aber auch für kanalpunkte random sounds wow dankeschön hey mein freund ein kleines vögelchen hat mir gezwitschert dass du weißt wo der destillator vom alten whisky bob steht das würde mich echt brennend interessieren warum willst du das wissen das problem ist dass bei welchem spiel war denn das wo mich der sound so super irritiert hat wo ich überhaupt nicht zuatmen konnte wo der herkommt und ich dachte der kommt aus dem spiel und ich war total was denn jetzt los kann mich leider nicht mehr erinnern soll ich das machen ich trau dem halt nicht wenn er sagt dass der schnapp die leute krank macht wäre das eigentlich ein guter grund aber ich denke halt weil er hier einfach der betreiber von diesem etablissement ist hat der ein problem damit dass irgendjemand anders in der stadt noch schnapps macht ich glaube der möchte einfach das schnapps monopol in klemmerth haben und da habe ich kein bock drauf ich glaube es ist besser wenn ich dir nicht erzähle wo der destillator steht dann vergiss dass ich schauen wir mal wir können ein bisschen was verkaufen auf jeden fall zum beispiel das da und das da und vier schnapps von denen den leuten wahrscheinlich schlecht wird und wo habe ich denn die bier her sechs bier ah ist das ein tragic ja das sind die tragischen karten das haben die echt lame übersetzt weil im englischen ist das halt ein deck tragic ne magic anspielung obviously und hier sind es die tragischen karten statt die tragic cards okay naja they tried whatever moment mal hast du überhaupt 100 dollar ja er hat ein bisschen mehr sogar okay warte mal dann gebe ich dir noch die hier und die kannst du haben oh die sind wertvoll okay vergiss es ah die sind wirklich gar nix wert die dinger das ist ein bisschen enttäuschend willst du noch einen skorpion stachel aha die sind ein bisschen was wert hauen hauen haben wir noch ein paar skorpion stachel rein machen wir mal so hier vier ah perfekt guckt euch das an fast auf den kron quaken genau das inventar management ist im fall 2 natürlich immer noch ein bisschen alt backen aber es ist so eine große verbesserung im vergleich zu fall 1 es geht so viel einfacher alles ok cool dann haben wir noch mal ordentlich geld gemacht und unser inventar ein bisschen erleichtert danke für die hilfe auf wiedersehen mich beunruhigt ein bisschen dass wir immer nur noch ein hp haben aber schauen wir mal was starrst du so aha hier haben wir wieder jemanden der mit uns regen will hallo ok nee warte mal das ist eine blöde stimme ich hatte doch ich hatte eigentlich noch eine stimme die hallo keine ahnung ich glaube ich muss mir mehr stimmen machen lassen wir es mal dabei alles über 1 HP ist Luxus ja ich meine zum reden reicht 1 HP in der Regel das kriegen wir schon hin also nun das ist zwar nur meine wohlerzogene meinung aber ich erkenne an der Art wie du dich bewegst dass du ein paar Tipps gebrauchen könntest punkter punkter mit was was ist das für eine antwort punkter das glaube ich nicht alter man ich bezweifle dass du mir irgendetwas beibringst na ich sag mal punkter mit was ich verstehe überhaupt nicht was das bedeutet es liegt an dem 1 HP ich glaube unser Kopf hat ein bisschen Schaden genommen über die süße wissenschaft natürlich die kunst des sports hä bin ich bin ich bin ich wirklich auf den kopf gefallen ergeben die sätze keinen sinn mehr die 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 kunst des sports die süße wissenschaft hä ok wo wo was boxen die männliche und auch weibliche art des faust kampfes das ist das was ich meine ok ich denke darin könnte ich tatsächlich ein bisschen nachhilfe gebrauchen nun dann lass uns mal rausgehen und sehen was ich dir beibringen du wirst sehen was wichtig ist sobald dein körper so schnell wie eine peitsche wird ich bin mir nicht sicher ob ich das jetzt ich mit einem hp möchte ich bin mir nicht sicher ob ich da jetzt wirklich boxen muss oder nicht deswegen speicher ich mal schnell und dann reden wir nochmal mit dem alten Boxer toll fangen wir an sprich zu den umherstehenden habt ihr das gehört habt mir hier einen grün schnabel eingehandelt möchte was über feen und kobolde und sowas hören der überschlägt sich verlachen hier mädel trink einen auf meine kosten das ist deine eintrittskarte in die welt der feen habe ich gerade irgendwie einen anderen dialog baum genommen versehentlich gerade beim durchklicken oder wie sind wir hier gelandet wie sind wir gelandet aber gut alles was ich brauche ist ein getränk das ist ja toll danke für den hinweis nun das getränk ist nur der anfang du musst einen feenhügel finden äh er winkt den umstehenden Patron zu hügel und wartest bis du im tau den kreis der feen entdeckt hast wenn du es schaffst in den ring zu springen musst du mit dem feenvolk bis zum morgengrauen tanzen wenn du das überlebst nehmen sie dich mit ins land der feen wow wie hast du das denn heraus gefunden oh das liegt mir natürlich im blut geschichten erzählen er stemmt seinen krug in die höhe genau geschichten erzählen ok danke für den hinweis hey lass mich dich noch was anderes fragen wovon redest du ich weiß wirklich nicht wie wir in diesem dialog gelandet sind also punkter was ist das süße wissenschaft die kunst des sportes wovon sprichst du boxen ja nachhilfe gebrauchen ok ok keine ahnung was da passiert ist viele schwitzende stunden später siehst du nun was du falsch gemacht hast ja vielen dank dass sie sich die zeit genommen haben um mir zu helfen mr sullivan ach weißt du was ich gebe ihm 10 dollar und eine runde aufs haus so das mindeste was ich tun kann bam nein 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 ich pass bloß auf dich auf du hast gutes potenzial danke john wiedersehen ok cool na gut haben wir jetzt wirklich ein bisschen nahkampf gelernt das wir nie brauchen werden komplett nutzlos aber ja immerhin hey warte mal sind wir auch im nahkampf besser geworden ich glaube nicht nur unbewaffnet oder wir waren im nahkampf nicht auf 60 oder ok nehmen wir nehme ich dankeschön kostenloser boxunterricht vom feenmeister oder so ich habe keine ahnung was hier jetzt gerade los ist ich schaue mal ob ich da das regal plündern kann na schau klauen wir uns noch ein bisschen was zusammen oh verdammt nochmal Siri warum hast du uns nicht Schloss knacken lassen wie ich das eigentlich wollte das wäre so gut gemeinheit war glaube ich auf 50 ja 10% ne ich glaube auch ich glaube auch das ist schon ziemlich cool eigentlich das ist schon ziemlich nett anscheinend habe ich versehentlich irgendwie einen anderen Dialog mit mit feen oder so ausgewählt egal ist ja nichts passiert liegt da was am Boden nee oder nee ach guck mal aber da oben liegt was am Boden ach so aber ich habe die Tür nicht aufgekriegt verdammt ich weiß nicht genau was das ist aber ich hätte es jetzt gerne schade schade ich könnte den Schlüssel nochmal versuchen den wir gefunden haben ich weiß nämlich wirklich nicht für was der ist ich kann mich null erinnern dass man einen Schlüssel von dem Hund kriegt was machst du so sagt das Kind habe ich den Schlüssel jetzt benutzt oder nicht anscheinend nicht das bewirkt nichts okay jetzt habe ich den Text gesehen ui hahaha läuft mir das Kind jetzt auch hinterher kann ich mitkommen Kind du kannst nicht mitkommen ich kann nicht verkaufen vielleicht an Sklavenhändler aber ansonsten stirbst du sofort quasi du bist quasi schon tot wenn du mitkommst sobald wir das Ödland betreten bist du tot komplett bescheuert das Kind so was haben wir denn da Wurfmesser zum Glück haben wir nochmal neu gerollt oder wenn wir wirklich den ersten Charakter genommen hätten den uns Ciri da zusammengestellt hat er Alexa meine Güte das wäre in die Hose gegangen dann hätten wir jetzt aber immerhin die ersten Waffen gefunden die wir wirklich nutzen könnten quasi die Wurfmesser aber ein Charakter nur auf Werfen spezialisiert das geht nicht gut das ist einfach keine gute Idee so waren wir jetzt schon überall wo wo ist denn eigentlich Sulik ah hier sind ah ok 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 jetzt wartet mal da geht es zum abgestürzten Vertibird ne genau ok aber da unten sind tatsächlich zwei Schnellreisepunkte da müssen wir mal gucken im Eck ist einer genau hier müssen wir mal schauen welcher wohin führt möchtest du heiraten auch in dem Let's Play und so äh möglich ja gucken wir mal wie wie es uns so ich lasse es einfach drauf zukommen ich habe da wirklich keine Pläne wie der wie der wie der wie das das Let's Play jetzt wie der Run verläuft ich schaue einfach wo es uns hinverschlägt und was so passiert du bist genau wie die Duntans die Duntans sind tot ich habe die irgendwie versehentlich umgebracht ich wollte das gar nicht die sind plötzlich mit Schlagring auf mich losgegangen was schaust du so das weiß ich auch nicht das ist fast eine philosophische Frage ich bin genau wie die Duntans sagen alle ich weiß nicht was das bedeuten soll ganz ja das das sieht doch gut aus in den ganz laden gehen wir dann mal hallo mein freund schön dass du uns hier besuchst ich bin slim pickett ich vertrete die trapperstadt ich habe einen trapperstadt schlüssel sehr gut hi slim mein name ist mario gordon warum heißt das hier trapperstadt also das ist der teil der stadt in dem wir fallen ställer leben wenn wir gerade nicht auf gecko jagd sind das einzige problem mit der kostenlosen unterkunft sind die ratten auf der nordseite aber die meisten eingänge zu diesem teil des einkaufs zentrums haben wir ziemlich gut verbarrikadiert gehst du aber auch nicht dass das so eine gute idee ist aber schön langsam wir sind jetzt schon zehn prozent besser im kämpfen als vorher du solltest dir die hände schmutzig machen und hornhaut kriegen willst du sonst noch was wissen ich ich wünschte wirklich ich wäre so ein talentierter fallensteller wie du ich wette du könntest mir eine menge beibringen wink wink freut mich immer wenn ich bei gleich wirklich was dankeschön für die bits freut mich immer wenn ich mal ein bisschen mit anderen teilen da für schlappe 50 dollar kann ich dir ein paar tricks beibringen also dafür musst du mir aber schon eine menge beibringen oh das war anscheinend ich habe anscheinend zugestimmt dadurch das okay okay also ich glaube du hast jetzt ein paar sachen über die große weite natur gelernt hoffe bloß du kannst was damit anfangen denk an die tierkötel du hast recht alte tierkötel schmecken lange nicht so gut wie frische danke slim jetzt erzähl mir mehr von diesen geckos naja jetzt siehst du aus als ob du klarkämst es gibt zwei arten von geckos normale und goldene die normalen kann man ziemlich leicht fangen aber die goldenen bringen mehr geld erzähl mir was über die goldenen geckos die goldenen sind hinterlistig und zweimal so bösartig wie die normalen und wenn sie dich mal gebissen haben beißen sie sich fest sie auch noch ein schreckliches gift einsetzen aber ihre haut sieht wirklich klasse aus deswegen sind sie sehr viel wert erzähl mir mehr ein wirklich guter fallensteller smiley ist nach norden gegangen um herauszufinden wo sie herkommen aber war davon überzeugt dass alle von einem ort kommen tja und jetzt hat man schon seit einigen monaten nichts mehr von ihm gehört was glaubst du ist ihm passiert vielleicht hat er herausgefunden wo sie herkommen und wurde ganz gefressen aber eins kann ich dir sagen miss backens herz ist gebrochen als er nicht zurück kam er war nämlich ihr geliebter miss backner ist die inhaberin von backner house interessant erzähl mir was anderes was haben wir noch übers garten in der stellungskit weiß er wahrscheinlich nicht ah du meinst ein gegner ich habe eine anzeige dafür in der alten zeitschrift gesehen ich glaube aber nicht dass es die noch gibt jedenfalls nicht hier in der gegend hier sind ja ziemlich viele autos wir haben einen ganzen platz voller autos sie waren alle draußen sie waren alle drauf dass ihre besitzer vom einkaufen achso sie warten alle darauf dass ihre besitzer vom einkaufen zurückkommen bloß sie sind nie aufgetaucht nicht ein einziger von ihnen im nordwesten der stadt steht ein richtiges pracht exemplar von chrysalis motors ein highwayman ich habe aber bis jetzt noch nicht herausgefunden wie man ihn hinbekommt ein highwayman auf den freue ich mich schon auf den freue ich mich schon erzähl mir was von den ratten die schmecken gar nicht schlecht wenn man sie mit einer spur kräutermarinade hübsch kross brät aber meistens sind sie eher eine ziemliche plage und es wird immer schlimmer wir haben die nordseite der stadt verbarrikadiert aber sie schlüpfen trotzdem immer wieder durch direkt hier gibt es ein tor zur nordseite und dafür habe ich den schlüssel zu hause hat mama sie früher immer mit ein wenig butter in der pfanne gebraten aber erzähl mir noch mal ein bisschen mehr über die ratten angriffe es verschwinden immer wieder leute bisher nur die langsamen und kranken natürlich kochen sie das essen nicht wie wir sie nagen einfach dran reden wir jetzt über die ratten warum sollte ich annehmen dass sie das kochen bis nur noch blutige klumpen und fetzen übrig bleiben das ist zumindest was wir dann am morgen finden ich habe sogar Gerüchte gehört dass es einen riesigen ratten gott gibt der ihnen sagt was sie zu tun haben interessant danke für die information ich glaube das war es erst mal okay riesiger ratten gott riesiger ratten gott wir sollten jetzt echt erstmal sulik finden oder jetzt gehe ich mal hoch in den gun shop mal schauen ob der noch in betrieb ist und ob man da wirklich ganz kriegt woher haben die butter ich dachte brahmin geben keine milch geben brahmin keine milch weiß ich gar nicht ehrlich gesagt alexa geben brahmin milch okay alexa sagt sie geben keine milch vielleicht einfach menschliche mutter milch oder wer weiß was man im ödland als butter bezeichnet theoretisch kann das ja alles mögliche sein gute nacht raffi okay ich glaube ich gehe jetzt erstmal zurück ich weiß echt nicht wer Musulik ist aber ich glaube der ist im ersten gebiet oder der ist nicht hier der ist nicht in trapper town oder ich dachte der steht einfach in der kneipe rum aber ich kann mich nicht erinnern ist auch schon wieder ein paar jährchen her dass wir voller 2 gespielt haben irgendwo finden wir ihn schon ich gehe nochmal alle gebäude ab meint der bewegt sich auch so tages zeiten abhängig weil man kann den doch eigentlich gar nicht verfehlen ich bin wirklich verwirrt ah da ist er ah übrigens genau danke dass du dich um meine destille gekümmert hast hier sind deine 50 dollar hast du noch irgendwelche fragen nö danke bob ich glaube das war's naja ich hoffe man sieht sich dann mal wieder in der gegend darling aber aktuell gehen wir mit unserer Figur da noch nicht hin. Nee. Okay, ähm, hast du zu überlegen den Fallensteller Smiley außerhalb der Stadt gesehen? Halb zu sich. Er ist schon zu lange weg. Ich hätte dieser idiotische Suche niemals zustimmen dürfen. Smiley, nein, ich habe keinen Fallensteller getroffen, der so heißt. Erzähl mir mehr von ihm. Naja, Smiley und ich hatten es wirklich ernst gemeint. Ich dachte, ich hätte ihn endlich doch überzeugt, sich hier niederzulassen und wir beide ein, äh, und mir beim Geschäft zu helfen. Aber er sagt, er muss sich ein letztes Mal auf die Suche machen. Die Suche? Ja, er nannte es eine Suche. Er sagt, er wisse, wo all die goldenen Gekos herkämen und wollte sicherstellen. Er wollte sicher gehen, ja. Er meinte, es sei eine Art magische Quelle oder sowas wie eine verborgene Höhle oder ein Bunker. Hm. Laut ChatGP, die geben Brahmin-Milch. Ja, darf man auch nicht so trauen. Aber ich wüsste, ich habe, ich weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich meine, man findet in Fallout 4 zumindest keine Milch. Nirgends. Auch keine Brahmin-Milch. Aber ich überlege gerade, ob es irgendwie in den alten Fallout-Teilen eine, ein Hinweis auf Milch gäbe. Ich meine, wir haben jetzt gerade gehört, dass Butter existiert, ne? Aber keine Ahnung. Naja. Ja, den Lagerraum können wir noch nicht öffnen von Wick. In Fallout 76 geben Brahmin-Milch. Ah, ja, genau, genau. Da kann man die melken, ne? Ja, okay. Na dann. Die Milch der Mutterliebe. Die Strong. Ja, nee. Die Milk of Human Kindness, ne? Der Menschenliebe, glaube ich, ist das im Deutschen. Äh, da hätte ich, das ist eine vertane Chance. Ich finde, das ist eine vertane Chance. Die hätte eine Quest einbauen müssen, dass irgendwie mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit eine der Millionen von leeren Milchflaschen, die man in Fallout 4 finden kann, voll ist. Und dann kann man Strong irgendwie davon überzeugen, dass das jetzt die Milk of Human Kindness ist. Und dann trinkt er die, und dann kriegt er quasi so als psychologischer, unterbewusster Effekt irgendwie permanent plus eins Stärke und Intelligenz oder was weiß ich was. Das wäre super lustig gewesen, wenn der, wenn das so eine Quest wäre, dass man ihn quasi so gaslightet, dass er die Milk of Human Kindness finden kann. Naja. Also, was, was sagt er? Ich weiß nicht mehr genau, was er alles gesagt hat, aber er konnte kaum erwarten zu gehen. Ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen. Er ist schon zwei Wochen länger weg als geplant. Ja, das ist wirklich lang, ne? Ich mach mir Sorgen. Mh, Pech. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Oh, vielen Dank. Ich werde auf der Karte markieren, wo, wo er suchen wollte. Ich hoffe wirklich, dass du ihn findest. Er ist niemand Besonderes, aber ich liebe ihn immer noch und vermisse ihn mehr, als ich es für möglich gehalten hätte. Also, es wäre auch ein bisschen komisch, wenn du ihn nach zwei Wochen nicht mehr lieben würdest. Also, weiß ich jetzt auch nicht, Digga. Aber gut. Ich werde es versuchen, ihn zu finden. Er ist schon zwei Wochen weg, aber ich liebe ihn immer noch. Man mag es kaum glauben. Ich werde tun, was ich kann. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Maida Buckner. Ich kümmere mich hier um den Handel und um die Drinks. Kann ich was für dich tun? Lass uns mal handeln. Lass uns mal handeln. Hab gerade im Wiki nachgelesen. Da steht, dass die Bunkerstadt-Bramen-Milch äh, im Bunkerstadt-Bramen-Milch getrunken wird, weil die irgendein Verfahren haben, um sie trinkbar zu machen. Okay. Das würde bedeuten, wenn das so stimmt und im Voller 3, 4 und New Vegas Achso, nee. Ähm, das würde bedeuten, dass es Brahmen-Milch geben, aber dass die standardmäßig nicht genießbar oder trinkbar ist oder sowas in der Art vielleicht. Keine Ahnung. Aber vielleicht kann man Butter draus machen. Naja. Als ich Strong das erste Mal gesehen habe, dachte ich tatsächlich... Jaja, ich dachte auch, dass es eine Quest gibt mit der Milk of Human Kindness. Ja, ich finde, das ist wirklich eine vertane Chance, leider. Was würde eigentlich der Vater von Lucy vom Bunkerstadt halten? Hey, wenn... wenn den Vater von Lucy, äh... die Endjahr schon so fertig macht, dann wäre der an Bunkerstadt verzweifelt. Weil Bunkerstadt hat quasi schon genau das gemacht, was er eigentlich... Also, im Grunde natürlich die Endjahr auch, aber Bunkerstadt ist halt wirklich das Musterbeispiel für eine geglückte Vault. Ich glaube, der wäre komplett verzweifelt, wenn er davon erfahren hätte. Oh! Ich glaube nicht, dass wir uns die leisten können. Oh Gott! Oh Gott! Ich meine, ich habe ein paar Waffen, die ein bisschen was wert sind sogar, aber ich glaube... Ich glaube, 1600 kriegen wir leider nicht zusammen. Aber so eine Lederrüstung wäre schon geil. Aber ich hau mal rein, was wir haben. Aber ich befürchte, das kriegen wir nicht mal ansatzweise zusammen. Vor allem, weil wir noch ein bisschen Geld brauchen, ne? Ah, ich habe den Speer... Oh, es ist knapp. Ich glaube wirklich, die Samenkapseln, sind die zufällig überhaupt nichts wert? Hey, ich bin erstaunt, dass wir doch über tausend... Oder fast... Ja gut, mit dem Geld über tausend zusammenkriegen. Aber es reicht eben nicht ganz. Es reicht leider noch nicht. Aber da fehlt nicht viel. Vielleicht kriegen wir das noch relativ zeitnah zusammen. Okay, Sulik. Endlich. Hallo. Was können wir für dich tun? Sulik! Mein alter Freund. Du kannst dich nicht an mich erinnern. Es waren viele frühere Leben. Aber gut. Wir? Wer sind denn wir? Geister seien mit mir, Freund. Sie seien überall. Manchmal sie sprechen. Was für Geister sind das? Geister seien überall. Du komm mit uns. Großvater Knochen sprechen am meisten. Und wer ist Großvater Knochen? Ihr starker Geist. Tragen große Ehre. Redest du von dem Knochen in deiner Nase? Dicht bei ihm bleiben? Dann leichter zu erreichen, Geist. Darum er meistens spricht. Okay. Wir viel wissen. Reisen von großes Salzwasser bis ins Reich von beißenden Eidechsen. Erzähl mir was über das große Salzwasser. Heimat von Stamm ist neben großes Salzwasser. Zwei Monde von hier, mein Freund. Für gerne antworten. Erzähl mir was über die beißenden Eidechsen. Dekos. Kleine Kerle seien nicht so bissig. Aber die goldenen, die dein Bein glatt durchbeißen. Ja, habe ich schon Bekanntschaft gemacht. War nicht so lustig. Hey, Löffelkreis. Hallo. Es landet wie gesagt, wie immer natürlich alles auf YouTube. Kann man alles nachschauen. War schon lustig. Gab schon ein paar Highlights heute. Kann ich noch was fragen? Ich höre gerne antworten. Ich glaube, Fallout 2 ist das einzige Spiel, wo man den besten Begleiter direkt am Anfang bekommt und hinterher nur schlechte. Ja, ich meine, Markus ist schon zum Beispiel unglaublich mächtig. Nur, dass der in der Regel das eigene Team halt auch wegfräst. Aber gut. Warum reist du so viel herum? HändlerWick sollen hier sein. Ersagen, er wissen von Sklavenhändler. Wir hinkommen, nix sehen, böse werden. Ja, genau so ging es mir auch. Ich höre gerne antworten. Und was machst du hier so? Sklavenhändler haben Schwester. Denken, Wick haben Informationen. Er nicht da sein, wir sauer werden und uns zusaufen. Geister vor Zorn und Chaos rauskommen. Und jetzt müssen wir zahlen, um wieder gut zu machen. Das ist natürlich schlecht. Du musst die Schäden... Achso, du suchst den Händler Wick. Wick ist ein Verräter, nix Händler. Kommen in Dorf, sagen, wissen alles über Sklavenhändler. Wir kommen zu ihm. Wir gehen? Er nicht da. Und deine Schwester wurde von Sklavenhändlern geraubt. Schwester gehen zum Handeln in anderes Dorf und nie mehr kommen zurück. Wir sie suchen. Und was hast du herausgefunden? Ein überlebender Typ war schwer angeschlagen, sagte, böse Krieger kamen mit magischen Fackeln. Stammeskrieger fingen Feuer und gingen zum Geist. Und was ist mit deiner Schwester? Böse Krieger fesseln Rest und gehen. Nehmen Schwester mit. Freund, wir sie finden oder bei Versuch sterben. Mh, hört sich nach Sklavenhändlern an. Das ist genau das, was er gerade gesagt hat. Äh, hast du schon was über sie rausgefunden? Wir wissen Sklavenhändler seien in den. Wenn wir frei, wir fortgehen. Erzähl mir was anderes. Ich würde gern ein bisschen was über die Gegend hier wissen. Was können wir für dich tun? Äh. Hast du schon mal was von einem Garten-Eden-Erstellungskit gehört? Hm, noch nie gehört. Aber Maida uns halten beschäftigt. Wer ist denn Maida? Sie ist ein Boss. Wir zahlen und gehen Schwester suchen. Was können wir nicht tun? Im Moment nix. Maida. Lass uns mal reden. Über Sulik. Oder auch nicht. Rede ich mit der falschen Person zufällig? Muss ich mit dir reden? Ach ja. Erzähl mir mal was von Sulik hier. Sulik ist ein Wilder, der hier arbeitet, um Schulden abzuarbeiten, die durch seine eigene Dummheit entstanden sind. Er ist kein Sklave. Es gibt keine Sklaven, entklammert. Welche Schulden muss er denn abbezahlen? Was meinst du damit? Naja, das war so. Eines Nachts hat Sulik ziemlich aufgeregt. Er war ziemlich aufgeregt und hat zu viel getrunken. In diesem Zustand hat er dann das ganze Haus kurz und klein geschlagen. Der Schaden hat fast 500 Dollar betragen. Ich lass das Ganze gerade reparieren. Warum hat er sich so aufgeregt? Er sagt, er hätte gerade herausgefunden, dass seine Schwester von Sklavenhändlern entführt worden war. Wenn du mehr wissen willst, musst du mit ihm selber reden. Er bleibt so lange hier, bis er den Rest der Schulden abzahlen kann, den er im SUF angerichtet hat. Wie viel muss er denn noch abarbeiten? Er muss noch 350 Dollar abbezahlen. Wenn er nicht so faul und träge wäre, wird's schneller gehen. Er geht erst, wenn seine Schulden ganz bezahlt sind. Boah, das ist eine ganze Stange Geld. Ich schätze, er wird noch eine Weile hier sein. Mag sein, dass er langsam ist, aber nach einer Weile wächst er einem irgendwie ans Herz. Schaut wehmütig, wehmütig zur Seite. Nervös? Genug gequatscht. Brauchst du noch irgendwas? Hat sie sich etwa verliebt in Sulik? Nee, doch. Ist okay, du wartest auf deinen Fallensteller. Ist okay. Ähm. Was wäre denn, wenn ich Suliks Schulden bezahlen würde? Ich wüsste nicht, warum jemand anders seine Schulden zahlen sollte. Aber das wäre theoretisch schon möglich. Die Rechnung beträgt 350 Dollar. Nein! Wir müssen noch ein bisschen was verkaufen. Aber da kriegen wir schon hin. Ich weiß gar nicht, ob das gut wäre. Er würde ja doch nur wieder in Schwierigkeiten geraten. Tja, er ist sicher glücklich, dass er für euch arbeiten darf. Aber ich will seine Schulden trotzdem zahlen. Ich finde, niemand sollte auf diese Weise gefangen sein. Okay. Wenn du wirklich willst, für den Schaden zahlen, du möchtest, den er angerichtet hat. Ich schätze, ihr Wilden haltet wirklich zusammen. Lass uns mal kurz handeln. Ich hätte echt gern die Lederrüstung, aber Sulik geht vor. Ich gebe dir 5 Skorpionschwänze, einen Speer, die 20 Dornen lege ich kostenlos obendrauf, ein Schnaps, ein Wurfmesser und fertig sind wir. Bitte schön. Bäm. Weißt du was? Wie viel hast du jetzt noch? 18. Willst du noch die Äpfel hier? Ah, das ist zu viel. Ne, aber ein Apfel für 10, oder? Das ist doch cool. Bäm. Okay. Wunderbar. Okay, dann werde ich jetzt hier... Ich habe genug Geld, um für den Schaden zu zahlen. Du musst verrückt sein. Aber ich bin wirklich froh, dass dieser Schaden... Äh, dass dieser... Achso. Aber ich bin wirklich froh, dass dieser verdammte... Wilde... Endlich... Hier wieder verschwindet. Äh, naja, ich glaube, Sulik könnte das alles hier schon wirklich vermissen. Aber wir kommen wieder und besuchen euch, ganz sicher. Aber im Augenblick brauche ich erstmal was. Eigentlich brauche ich gar nichts. Tschüss. So. Dann reden wir mal mit Sulik. Würdest du gerne mitkommen? Im Laufe der Reise finden wir vielleicht auch deine Schwester. Dankeschön, T-Bone. Wir seien da. Knochen sagen mit dir, wir vielleicht finden Schwester. Ich glaube auch. Das will ich hoffen. Es wird in jedem Fall nett sein, mit dir... Äh, dem Knochen deines Großvaters und so zu reisen. Nicht nur Großvaterknochen. Alle Geister von Stamm. Knochen nur klüger und stärker. Langsam, wir sollten losgehen. Äh, ja, okay, Sulik. Ich frage mich, warum unsere Figur so irritiert ist von diesem Geistergelaber von Sulik. Weil das kennen wir aus unserem eigenen Dorf nur zu gut, ne? Unser Schamane ist quasi Sulik super bekifft einfach. Er ist nochmal ein Level drüber so. Aber gut. Doch. Doch. Was hast du gegen Sulik? Sulik, kannst du bitte die Geister für mich befragen? Geister seien manchmal schwer zu verstehen. Sehen Dinge, die du und wir nicht können sehen. Ach so, so ist das also. Ja, ja. Was sagen denn die Geister, wie unsere Chancen stehen? Schlechter Geist unter etwas brechen. Wissen nicht, was das bedeutet. Schlechter Geist unter etwas brechen. Okay. Lass uns mal über deine Ausrüstung reden. Mit welchen Waffen kannst du umgehen? Wir seien gut mit Fäuste, großer Hammer oder Maschinenpistole. Wir seien sehr gut. Lass uns mal tauschen. Ah, du hast einen Hammer. Und eine Lederrüstung. Das ist eine bessere Rüstung als ich. Hey, aber wartet mal. Irgendwas stimmt nicht. Eigentlich sollte Sulik auch den Skin haben von der Lederrüstung. Oh, da muss ich noch mal gucken. Vielleicht, ich... Muss ich mal schauen, ob ich da den Mod noch mal irgendwie installieren muss oder so. Weil eigentlich sollte das funktionieren. Das wäre schade. Das ist nämlich schon schön, wenn man... Also, das ist jetzt nichts Wichtiges, aber... Jawohl, Freund. Lass du wollen. Aber schön ist es schon. Jetzt hat er die Lederraste... Äh, Lederjacke ist angezogen. Aber trotzdem sieht man die. Man sollte die sehen, ne? Naja. Aggressiv darf er schon sein. Der hat noch... Der hat mehr. Der ist... Der ist so viel besser als wir. Aber gut. Ist cool. Vielleicht, ne? Vielleicht kann der... Kann wir jetzt... Kann der für uns kämpfen. Okay, das war's erstmal. Ah, doch. Es funktioniert. Guckt. Ja. Das ist so nice. Ah, das... Das freut mich richtig. Das ist so ein kleines Detail, das mich an Fallout 2 schon immer ein bisschen gestört hat. Und jetzt guckt euch Sulik mit Lederjacke an. Lederjacken Sulik. Yes. Das ist so schön irgendwie. Das ist so ein kleines Detail, aber das liebe ich. Das ist wirklich total cool. Vor allem haben alle ihre eigene... Wenn das derselbe Mod ist, den ich jetzt im Kopf habe. Aber ich glaube schon, da freue ich mich schon drauf. Alle haben ihre eigenen Power-Rüstungs-Designs, ne? Ich glaube, Sulik hat dann wirklich so Knochenverzierungen an der Power-Rüstung und so weiter und so fort. Alle haben so ein bisschen ihre eigenen Details. Das ist quasi so der... Der super Endgame-Bonus dann. Naja. Cool, cool. Cooler als die Tunnelschlangen. Ungefähr gleich. Der neue Ian. Es stimmt wirklich. Ich hoffe... Ich hoffe, er wird unser Ian aktuell sein, weil den könnten wir jetzt echt brauchen. Und gleichzeitig wäre es lustig. Und er hat ja auch die gleiche Lederrüstung an, ne? Man sieht ja auch hier schon ein bisschen, dass seine Lederrüstung modifiziert ist. Weil er ist barfuß oder hat braune Schuhe. Man kennt es nicht genau. Das ist auf jeden Fall nicht ganz die Standard-Lederrüstung. Die ist leicht, leicht modifiziert. Okay. Ich glaube, wir könnten jetzt vielleicht... Wisst ihr was? Bleiben wir noch ein bisschen in Klammert. Und gehen mit Sulik mal ins Rattenland. Wir haben ja einen Schlüssel. Und dann gucken wir mal, ob wir den Gott der Ratten finden. Magst du Kinder? Ach so. Ich dachte gerade, Sulik sagt das. Bist du verheiratet? Kind. Lass mich in Ruhe. Was redest du? Lass mich. Wie komm ich... Wahrscheinlich... Ich schätze mal hier... Hier... Oder? Ja, ich schätze mal hier... Bei dem muss ich durch. Oder wo wäre sonst der... Ach so. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Nee, nee. Hier geht es nicht weiter. Stimmt schon. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich, wenn dann, da oben durch. Sulik plus T-Virus Sulika. Das wäre auch ein guter Begleiter. Also solange freundlich ist, ne? Okay, jetzt passt auf. Schlüssel benutzen. Du sperrst die Tür auf. Ja, es hat funktioniert. Endlich. Endlich haben wir den Nutzen für diesen Schlüssel gefunden. Sehr schön. Kill... 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 Killer Bees. Ein Wandgraffiti. Killer Bees. Also dieser Mod mit den personalisierten Rüstungen, der... Der gefällt mir richtig gut. Das ist wirklich nur so eine Kleinigkeit, aber ich finde das großartig. Hey, wir sind schon wieder ein Level up, oder? Oh, yeah. Wir dürfen unseren ersten Bonus wählen. Jetzt müssen wir mal gucken. Bewusstsein. Ach, nee. Wollen wir das auch... Wollen wir das auch von Siri entscheiden lassen? Oh, ich... Ehrlich gesagt... Habe ich keinen Bock, dass Siri das auswählt. Die wird uns den... Den Charakter so versauen. Okay, wisst ihr was? Ich versuch's mal. Ich versuch's mal, was Siri nehmen würde. Aber wenn's komplett beschissen ist, dann hab ich keinen Bock drauf. Eins, zwei, drei, vier... Der hat uns schon genug eingebrockt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Warte mal, elf war bei Taschenkünstler. Zwölf, dreizehn. Alexa? Zahl zwischen eins und dreizehn. Hier ist eine Zahl zwischen eins und dreizehn eins. Eins. Das wär Bewusstsein. Mit Bewusstsein bekommst du genauere Informationen über jede Kreatur, die du untersuchst. Du siehst die genaue Trefferpunkteanzahl sowie Angaben zu allen Waffen, die sie bei sich tragen. Das ist tatsächlich nicht mal... Nicht mal so scheiße, ehrlich gesagt. Ich schau nur grad, ob's jetzt irgendwas gibt, wo ich sage, okay, das müssen wir nehmen. Das muss jetzt einfach sein. Aber ansonsten ist das schon okay. Es ist wahrscheinlich, dass du dich im Kampf schneller als dein Gegner bewegst oder deine Reaktion für jede Stufe... Ne, ist ja okay. Ja, wisst ihr was? Das ist in Ordnung. Nehmen wir Bewusstsein. Kriegen wir mehr Informationen. Passt schon. Passt schon. Gut gemacht, Alexa. Schuldig? Der ist da grad ganz panisch reingelaufen. Musst du dringend aufs Klo, oder? Was ist los? Oh, Gummistiefel. Die können wir später brauchen. In den Höhlen. Aha. Ein bisschen Handgun-Munition. Mehr Gummistiefel. Gut. Und mehr nix. Gehen wir zurück. Ist der Topf untersuchbar? Ne. Okay. Sind wir jetzt hier in der Sackgasse gelandet? Irgendwie schon, ne? Dann gehen wir mal da... Ne, warte mal. Hä? Wie komme ich denn hier rein? Scheint gibt es einen Weg. Ah! Ah! Da sind schon die ersten Ratten. Na komm, mit Ratten werden wir fertig. Oh mein Gott, wir haben nur sechs HP. Oh mein Gott, das sind viele Ratten. Sulik! Jetzt ist Macht auf unserer Seite. Ja, hoffe ich doch, Sulik. Ich lasse dich mal machen, okay? Jawoll! Hammer Time! Sulik, du machst das schon, ne? Ich gehe mal ein bisschen frische Luft schnappen kurz. Ratte verfehlt. Sulik trifft die Ratte. Sulik? Dankeschön. Ja, du hast recht. Speichern will die... Ich habe, glaube ich, länger nicht mehr gespeichert. Und jetzt von einer Ratte gefressen werden, wäre ziemlich... Oh, ja. Wäre ziemlich lustig. Aber muss nicht sein. Yeah! Guck, wir können auch Ratten töten. Alles gut. So eine Ratte würde uns schon nicht one-hitten, oder? Auch nicht mit sechs HP. Ja, ich spiele es lieber ein bisschen defensiv. Wird ich jetzt verscheuchen, Mann? Okay, gut. Mach das mal. Ja, stimmt. Es funktioniert. Die Ratte läuft weg. Sulik hat schon recht mit seinen Drohungen. Ah, nein. Ich werde gebissen. Oh, mein Gott. Drei. Drei HP. Ich bin halb gestorben dran. Aber eben nur halb. Alles gut. Wisst ihr was? Ich glaube, machen wir mal eine kurze Pause, Sulik. Nicht super lange jetzt, aber... Lass uns mal bis morgen früh ausruhen. Oh, mein Gott. Ich habe mich überhaupt nicht geheilt. Warum heile ich mich nicht? Abbrechen. Warum heile... Ach, ich habe mich je geheilt. Das hat irgendwie nur nichts angezeigt. Alles gut. Hat sich nur nicht aktualisiert da unten. 23 HP ist schon besser, ne? Da werden wir mit ein paar Ratten fertig. Wir haben sogar eine einigermaßen okaye Trefferwahrscheinlichkeit jetzt mittlerweile. Passt schon. Pass auf, am Ende ist die Ratte der neue Endboss Frank. Ja, wahrscheinlich. Frank Horrigan wird zum Rattenkönig. Durch den Mod. Ich habe das Gefühl, jetzt, da wir wirklich ein bisschen effektiver mit unserem Sperr geworden sind und wir Sulik dabei haben, sind wir nicht mehr so komplett im Arsch. Ich glaube, wir können es jetzt vielleicht auch mit ein paar Geckos aufnehmen. Vielleicht nicht unbedingt goldene, die sind schon krass. Na, aber weiß ich nicht. Sulik ist auch krass. Sulik, ich bräuchte jetzt mal deine Hilfe. Da sind ein bisschen viel Ratten tatsächlich. Ich warte mal kurz, bis Sulik ein bisschen... Habe ich dir irgendwie gesagt, dass du Abstand halten sollst versehentlich? Zufällig? Aggressiv? Custom? Abstand, Angriff. Den stärksten. Stimpack, wenn schwer verletzt. Distanz, dann Nahkampf. Na, okay. Ja, eigentlich passt das, glaube ich, schon. Ich meine, es ist nur fair, dass ich Sulik kämpfen lasse, auch ein bisschen, weil der hat auch die bessere Ausrüstung, ne? Muss man schon auch sagen. Der kann ruhig... Wenn er schon die bessere Rüstung und Waffe hat, dann kann er die auch ruhig einsetzen. Yeah! Das ist auch schön, dass Fallout 2 standardmäßig die Gegner und verbündete Farb kodiert. Dass das nicht wie in Fallout 1 ein Perk ist. Ach ja, jetzt muss ich mir dann mal eine Ratte, wenn ich eine sehe, wieder genauer anschauen, ne? Ich kriege jetzt zusätzliche Informationen über die Gegner. Sulik? Du stehst im Weg. Aber in Fallout 2 kann man die ja netterweise schubsen. Auch so eine gute Verbesserung im Vergleich zum ersten. Ohne Scheiß, das ist so wichtig, dass man die schubsen kann. Das spart einem so viel Nerven. So, lass uns mal einen Blick auf die Ratte werfen. Eine typische große Ratte. Es hat sechs TP. Naja, okay. Ich schaff's nicht mal, ihm die sechs TP abzuziehen. Aber Sulik dafür umso mehr. Jawohl! Sulik, der Rattentöter! Vielleicht hätte Sulik lieber die Prüfung im Tempel machen sollen, ne? Ich glaub, der wär ein effektiverer, auserwähltes Wesen gewesen. Oh mein Gott, ich hab tatsächlich nur einen Treff... Oh Gott, ey. Einen Schaden. Wie kann man mit nem Speer ne Ratte so treffen, dass man nur einen Schaden macht von sechs? Das war nicht mal ein Kratzer jetzt. Muss ich wirklich sehr blöd irgendwie so den Rattenschwanz angepiekst haben an der Schwanzspitze oder so. Yeah! Oh, schon wieder. Hey, Sulik ist krass, ne? Der merkt seine neuen Bewegungspunkte. Der kann super weit laufen und dann trotzdem nochmal angreifen. Sulik ist großartig. Oh, du lebst noch. Ich dachte, die ist schon tot. Danke, Sulik. Danke. Was? Die lebt immer noch? Ach, Sulik verfehlt. Komm mal her, ich helfe mit. Nein! Hey, die Ratte ist gut. Jetzt haben wir sie. Gut gemacht. Das war schon jetzt die Bossratte hier. Oh nein! Der starke Bauer hat's nicht geschafft. Er hat eine Ratte getötet. Oder war ich das gerade? Ich weiß nicht. Aber den starken Bauer hat's erwischt. Ich find starker Bauer ist ein guter Name. Wenn mein Nachname Bauer wär, würde ich meinen erstgeborenen Sohn starker nennen. Ich find das gut. So. Ich finde, Sulik und ich haben das jetzt ganz gut gemacht. Aber man hätte natürlich auch einfach nur eine durchschnittliche Katze in das Gebiet setzen können. Die wär wahrscheinlich effektiver gewesen als wir. Aber gut. Wir haben's geschafft. Eine alte Druckerpresse oder irgendeine Produktionsklapparatismus. Klapparatismus. Lese ich das richtig? Klapparatismus. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Klapparatismus. Das klingt wie irgendeine neue Staatsform. Irgendwas, das man in Civilization auswählen kann. Du hast die Staatsform zu Klapparatismus verändert. Druckerpressen laufen jetzt 10% schneller. Liegt da ein Messer? Meine Katze hätte mehr Ratten angeschafft, als da gewesen wären. Die hätte noch... Ratten dazu erschaffen, um sie zu töten. Ich hab einen Stein gefunden. Sehr gut. Wow. Hatten wir das gesehen? Meine Figur hat sich gerade ums Eck teleportiert. Sulik kommt auch nicht hinterher. Jetzt ist Macht auf unserer Seite, sagt Sulik immer. Ist Sulik ein Jedi? Er redet so ein bisschen wie Yoda, ne? Hm. Und Sulik könnte durchaus... Habe ich gerade kritisch verfehlt und meine Waffe fallen lassen? Sehr gut. Ich finde, Sulik könnte auch so ein Star Wars Jedi-Name sein. Sulik-Cloud-Watcher. Was ist mit der Ratte los? Wirklich? Wirklich jetzt? Was ist mit der Ratte los? Puh. Gut so. Sehe ich eigentlich von Sulik auch die Lebensenergie, wenn ich ihn anklicke? Ja, das ist wirklich nützlich. 83 vom 85 HP. Schwingt einen Vorschlaghammer. Oh, wow. Wir sehen sogar eine gute. Jetzt passt mal auf. Ein großer, muskulöser Wilder. Er hat einen Knochen durch die Nase, Tätowierungen im Gesicht und verhält sich selbstsicher und gefasst. Das ist Sulik, wie wir ihn kennen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Was ist das für eine Höhle? Wo kommen wir da hin? Treffen wir dann Brain? Aber ich dachte, der ist in Bunker City. Ah, warte mal. Ich weiß schon. Ich glaube, wir treffen hier Brains Bruder. Nani? Ich wurde von Ratten entdeckt. Ich muss mich jetzt dann... Ey, wir müssen noch mal kurz irgendwie Pause machen. Habe ich irgendwie Heilmittel? Ich habe Heilmittel. Nehmen wir mal ein Heilmittel. So. Geht schon wieder. Können wir wieder ein bisschen Ratten töten. Ich gehe mal da hin. Da liegt sogar was am Boden. Und wieder was am Boden liegt. Ups. Da punche ich gleich. Ich glaube, die Ratte hat gerade kritisch verfehlt und sich selber verletzt mit drei Schadenspunkten. Die hat sich halb umgebracht. Wie? Wie krass kann eine Ratte daneben beißen? Die hat sich versehentlich selber das Bein abgebissen jetzt. So kann es gehen. So kann es gehen. Vom Bloody Mess sehen wir bis jetzt noch gar nichts. Ich schätze mal, sobald wir Schusswaffen oder irgendwas Stärkeres haben, geht es los. Dass alle platzen um uns rum. Wartet mal. Ich habe aber den Gewaltgrad schon auf maximal gestellt. Ja, genau. Darf alles passieren. Hebt doch den blöden Stein auf. Ich weiß wirklich nicht, ob wir die Steine brauchen. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwas wert sind, wenn ich die verkaufe. Aber ich nehme die mal mit. Und hier haben wir einen Schlagstock. Den ich nicht anvisieren kann. Jetzt. Ein Brecheisen ist das. Aha. Oh, guckt mal. Das passt sogar zu einem unserer Namensvetter, ne? Gordon. Aber der verbesserte Speer ist definitiv besser. Beziehungsweise wie viele Aktionspunkte brauche ich fürs Brecheisen? Auch vier, ja. Dann ist der verbesserte Speer definitiv besser. Na gut. Ich gebe mal Sulik das Brecheisen. Aber ich schätze mal, der will auch lieber seinen Hammer nehmen. Aber ich gebe ihm mal einfach ein paar Nahkampfwaffen. Dann kann er sich's aussuchen. Aber, ja. Ich wüsste nicht, warum. Ich hab keine Ahnung. MacCrock. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht geht's nur noch ein bisschen länger. Aber ich muss jetzt da eine Pinkelpause einlegen. Und dann könnten wir vielleicht wirklich noch eine kleine Runde zumindest Resident Evil spielen, oder? Damit wenigstens ein bisschen wir heute noch Resident Evil haben. Baldur, vielen, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Hey, warum kam denn jetzt gerade... Warum kam denn jetzt gerade bei dir das Normale, das wir kennen, weißt du? Das... Das... Das normale Alert. Vorher kamen immer komische Alerts. Ich verstehe gar nichts mehr. Ist auch wurscht. Danke. Danke trotzdem. Wenn man voller Zwei sieht, muss man. Dankeschön. Ähm. Warte mal kurz. Kampfkontrolle. Kampfkontrolle. Beste Waffe ist immer noch der Vorschlaghammer. Hab ich mir schon gedacht. Okay, cool. Aber wir haben jetzt ein Ding sicher gefunden. Ein Brecheisen. Auch nicht schlecht. Hier liegen sehr viele Steine, aber ich gehe jetzt keine Umwege für Steine. So wichtig sind mir Steine auch wieder nicht. Auf geht's. Heiz zum Stanglbärd. Wegen Steinen. Ich muss gerade an Peter Steiner denken. Keine Ahnung. Mein Hirn halt. Vergesst es einfach. Ist nicht wichtig. Wenn ihr die Referenz nicht versteht, ist es nicht wichtig. So. Zuleg. Hau mal die Ratten kaputt. Dankeschön. Der beim Stanglbärd. Toi. Was los? So. Hauen wir die Ratten. Komm. Letzte Ratte. Eine haben wir noch. Hallo? Ratte? Gemeinheit. 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 Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Fallout 2 durchgespielt habe. Es sind halt immer wieder mindestens ein, zwei Jahre dazwischen. Aber angefangen habe ich definitiv auch schon 20 Mal oder so. Durchgespielt wahrscheinlich tatsächlich nur vier, fünf Mal oder so. Okay, wir können hier noch eine Etage tiefer gehen. Und ich denke, das machen wir auch. Oh, da hinten wäre noch ein Hammer. Könnten wir schon noch schnell hinschauen. Ich habe Angst, dass wir hier ein bisschen verstrahlt werden. Au. Wir werden auf jeden Fall noch von einer Ratte in die Wade gezwickt. Au. Zuleg. Was machst du denn? Wir riechen deine Angst, Mann. Wie riecht denn Rattenangst? Warum nimmst du jetzt den Speer? Hast du nicht gesagt, der Vorschlaghammer ist deine beste Waffe? Habe ich dich nicht gerade gefragt? Ich meine, nimm, was du willst. Du bist ja effektiv genug offensichtlich, ne? Aber manchmal weiß ich es auch nicht. Sehr oft angefangen, aber nie beendet. Ja, weil ich kann es auch irgendwie verstehen, weil man doch sehr viel rumexperimentieren kann mit den verschiedenen Charakteren und so, ne? Wow, cool. Der Speer ist sogar besser als der Vorschlaghammer. Der geschärfte Speer. Der geschärfte Speer ist schon gut. Okay. Dann gehen wir jetzt noch eine Etage tiefer, nachdem wir nochmal gegen ein paar Ratten gekämpft haben. Zuleg, helfe. Ich kann die Ratte nicht töten. Und jetzt nimm das Messer. Ja, ich meine, es funktioniert, ne? Solange es funktioniert, gibt es für mich keinen Grund, mich einzumischen. Alles gut, Zuleg. Du machst das schon. Wie viele Erfahrungspunkte bringt so eine Ratte? 25. Eigentlich gar nicht so wenig, ne? Okay, wir brauchen 2000 fürs nächste Level. Ah, ne, das ist mir nicht wert, dass wir jetzt deswegen extra die letzten paar Ratten noch jagen hier. Für 75 Erfahrungspunkte von 2000. Das ist es nicht wert. Auch schon mal Hexer-Cheat gemacht. Ne, das sagt mir gar nichts. Nachdem ich Diff-Variation gemacht habe, habe ich das auch mal versucht. Auch für mal alle Easter Eggs zu bekommen. Verstehe ich gerade nicht. Brain is in Gecko. Und wer ist dann in... Ja, das sehen wir. Wie gesagt. Ist lange her. Schock. Oh Gott, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein, in Fallout 2 entscheidet ja auch unser Charisma, wie viele Figuren wir mitnehmen können. Ich hätte so gern so viel mehr Charisma gehabt. Ich hätte gerne eine große Gang dabei gehabt. Na ja, wir geben mit dem, was Siri uns gegeben hat. Ich meine Alexa, was auch immer. Alle gleich. Du kannst den Charakter erstellen und speichern. Diese Datei kann man dann in einem Hex-Editor öffnen. Ach so meinst du. Okay. Einfach eine editierte... Alles klar. Figur. Und dann optimieren. Äh, das habe ich tatsächlich in unserem Fallout 1 Playthrough gemacht, ne? Eher unfreiwilligerweise. Aber nachdem ich in The Glow war, habe ich uns in eine Sackgasse gespielt. Ich war zu verstrahlt. Wir sind nicht mehr weggekommen. Das letzte Savegame, das ich hätte laden können, war stundenalt. Sehr frustrierend. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiß drauf. Dann, äh, stelle ich mal mit einem Editor unsere Radioaktivität ein bisschen runter. Wir waren dann immer noch verstrahlt, aber sehr viel weniger, sodass wir lebend rauskommen. Ja. Aha. Was haben wir denn hier? Schweineratten. Zähe Schweineratten. Aha. Was haben wir denn hier? Große, weiße Maulwurfsratte. Ich hoffe, wir sind der gewachsen. Der Rattengott, von dem wir gehört haben. Zulik wird sich schon drum kümmern. Oh, oh. Der Rattengott kommt. Ich werde nicht mal mit den Kleinen... Ich hätte gerne noch ein bisschen unsere Hapere generiert, bevor der Rattengott kommt. Oh, Gott. Achtung. Der Ratter kommt. So. Ich speichere nochmal. Ah, jetzt wird's ernst. Ich hab 8 HP, aber Zulik ist cool. Zulik ist coolig. Sag ich immer. Ja, Zulik. Hau den Rattenkönig. Ich weiß nicht, warum du ein Messer benutzt. What the fuck. Aber hey. Die Ratte wird schwer verwundet. Kritischer Treffer. Eintreffer. Punkt. Okay. Cool. Ich glaub, ich lauf mal ein bisschen weg. Nein. Geh doch auf Zulik mit deiner Aggro-Rattenkönig. Was willst du von mir? Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Fleischfest. Fleischfest. Ist alles okay, Zulik? Geht's dir gut? Geister jetzt über uns wachen. Okay. Ich heil mich mal und dann steige ich mal mit ein in den Kampf. Wenn die Ratte mir immer nachläuft, kann Zulik auch nicht gut angreifen. Auch blöd. Oh, ich habe Angst. Ah. Vier Trefferpunkt ist gar nicht so schlimm. Wow. Zulik hat die Ratte zu Boden geworfen. Oh mein Gott. Ich bin so gut wie tot. Die Heilung hat nichts gebracht. Wie geht's der Ratte so? Er ist halb tot. Nein. Oh Gott. Du siehst eine riesige Albino-Maulwurfsratte mit einem vergrößerten Gehirn. Aus ihrem Maul quillt Schaum. Oh. 30 von 60 TP. Shit ey. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich komme hier nicht mehr lebend raus. Okay. Zulik hat jetzt ganz gut Schaden gemacht. 11 HP noch. 11 HP noch. Ich speichere nochmal irgendwo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sterben. Nein. Schade. Versuchen wir nochmal. Nochmal. Oh Gott. Okay. Okay. Jawohl. Und jetzt mache ich was ganz Geschicktes. Ich laufe in Richtung Zulik nämlich. Ja, wir leben. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Danke schön, Löffelkreis. Super. Vielen, vielen Dank für deinen Super-Chat. In die Augen. Wir sind noch nicht gut genug für in die Augen. Guck. Ich... Sobald wir es können. Aber aktuell... Na gut. 23%ige Chance. Scheiße. Das wäre so episch gewesen. Naja. Moment. Ist sie jetzt tot? Ja, die wurde getötet. 300 Erfahrungspunkte. Rattenkönig ist tot. 50 Karma. Oh Zulik. Du bist der Beste. Zulik. Wir danken dir. Überreste von Rattenkönig. Hat nicht mal irgendwas cooles gedroppt. Aber... Da liegt noch Zeug in seiner Basis. Ein Kampfmesser. Das ist vielleicht echt gut. Dann gehen wir noch mal rein, ne? Aber wir müssen jetzt echt mal kurz Pause machen hier. Oh, wir können uns hier nicht ausruhen. Okay, Zulik. Du machst das schon. Ich speichere mal schnell. Zulik macht das schon. Die Maulwurstratten da unten kriegt der alleine. Oder? Genau. Äh, Spiel ist leicht gemoddet. Ich hab den, ähm... Den inoffiziellen... Die Restoration. Restoration Mod heißt er. Genau. Den hab ich installiert. Dass er auch in der deutschen Version Kinder sind. Dass eben zum Beispiel hier, wie man an Zulik sieht, die Figuren ihre Rüstung auch optisch tragen. Und ein paar gestrichene Inhalte, die nicht fertig wurden, quasi fertiggestellt und reingepatcht. Ist ein sehr cooler Mod, der aber das Spiel nicht großartig jetzt irgendwie verändert. Der ist sehr lorefreundlich und ich mag den einfach. Oh, oh. Könnte sein, dass ich nicht weit genug wegkomme. Puh. Glück gehabt. Aha. Wie sieht's aus, Maulwurfsratte? Oder Schweineratte? 8 HP von 15. Ich speicher mal. Darf mich halt jetzt wirklich kein einziges Mal erwischen, weil ich nur noch 2 HP hab. Aber ich piek's einmal in die Augen. Nein, verdammt. Irgendwann... Irgendwann funktioniert's. Aber jetzt werden wir erstmal getötet. Ja, ja. Laden wir neu. Ich versuch's nochmal. Aber ungezielt. Ja! Kritischer Treffer. 12 Schadenspunkte. Schwer. Und wird herumgeschleudert. Und getötet. Nice. Sehr gut. Äh... Verbessertes Kampfmesser. Na. Oh nein, da ist noch was. Achso, nur ne Ratte. Aber selbst die könnte uns jetzt gerade echt töten. Ich muss mal speichern vorher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Warum sind denn da gerade... Was ist denn da gerade in mein Glas gefallen? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ein Spendenglas? Ich hab nix mitbekommen. Naja, okay. Egal. Falls irgendjemand irgendwas gemacht hat, vielen, vielen Dank dafür. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. So, können wir jetzt vielleicht bitte noch das Kraut hier pflücken? Ich weiß nicht, was das Problem ist. Hallo? Ah, jetzt. Ja, komm, die schaffen wir jetzt auch noch. Aber ich muss speichern. Äh, peinlich, ey. Ja, kritischer Treffer. 13 Trefferpunkte. Meint ihr, ich soll mich hier unten noch umsehen? Oh. Ich weiß nicht, was das ist, aber das sieht wichtig aus. 10 Millimeter Munition ist gut. Die holen wir uns definitiv noch. Aber ich hab da oben auch noch irgendwo was gesehen. Was bist du? Weiß ich nicht. Müssen wir mal schnell hingehen. Ah ja, 10 Millimeter Pistole. Eine 10 Millimeter Pistole? Nice. Die könnten wir zuleck geben. Der kann wahrscheinlich besser damit umgehen als wir. Aber wir haben auch einfach keine HP mehr. Ich werd mal gucken, wie gut wir mit dem Ding umgehen können, ne? Schauen wir mal. Ich glaub, wir sind mit Kleinwaffen gar nicht so scheiße eigentlich, oder? Ja, doch. Ja, doch, schon. Schon ziemlich scheiße. Schauen wir mal. Gronken bedeutet jemand brutal ermorden. In den Inside-Jog aus der Gronk-Community. Wie, wie, das ist so, das passt so gar nicht. Ich mein, ich, 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 ich kenn Gronk ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich hab nie wirklich was von dem geguckt. Aber das passt so gar nicht zu Gronk, wie man den so erlebt. Dass er zum Synonym für brutal ermorden wird. So. Let's go. Ich hab noch ein HP, Sulik. Minus 40. Jetzt, das steht wirklich minus 40. Ich hab keine Trefferchance. Vielleicht sollte ich Sulik doch lieber die Pistole geben, oder? In den Streams hat Gronk die Katzen oft umgebracht. Was? Welche Katzen? In welchem Spiel? Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Er hat eine Katze mit einem Namen in einem Spielportal erschossen. Oh Gott. Na gut. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch irgendwie lebend durchkommen. Eben, ne? Es ist wirklich so. Die 9 Millimeter kann er schon haben, weil, äh, ich kann damit jetzt wirklich nix anfangen. Ich, ich wollen dir Geschenk machen. Ey, aber vielleicht kann ich das Kampfmesser brauchen. Da schau ich mir mal die Werte an. Weil ein bisschen Nahkampf kann unsere Hauptfigur immerhin. Achso, ich hab die ausgerüstet. Ich trottel. Moment, Sulik. Moment. Das funktioniert ja leider nicht. Ich muss die erst wieder aus dem Inventar schmeißen. Kampfmesser. Nein, der, der geschärfte Speer. Aber warte mal, Kampfmesser könnte tatsächlich, ja, nur drei Angriffspunkte, äh, nur drei Aktionspunkte. Dann kriegt Sulik jetzt nämlich auch den verbesserten Speer. Ja, aber dass der jetzt das Messer dauernd benutzt, irritiert mich. Aber vielleicht eben wegen den geringen Aktionspunkten, ne? Wer weiß, könnte sein, dass das tatsächlich besser ist. Okay, dann trag das mal alles. Auch einfach als Packesel und so weiter. Wie sieht's mit dir im Fallout London aus? Äh, sobald ich das zum Laufen kriege und es einigermaßen stabil läuft, also vielleicht noch ein, zwei Updates abwarten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir uns das auch im Stream mal angucken. Aber aktuell, äh, funktioniert das bei mir leider überhaupt nicht und ist mir zu frustrierend einfach. Da warte ich noch. Achso, jetzt habe ich ihm gar nicht gesagt, dass er die Waffe... Aber eigentlich ist er eingestellt auf erst Nahkampf, dann Fernkampf. Ne, andersrum. Er sollte die Pistole jetzt eigentlich dann freiwillig benutzen. Aber irgendwie geht er immer noch mit dem Messer rein, ne? Soll er machen. Funktioniert ja. Das wird jetzt ein blödes Katron-Maus-Spiel. Wir werden haben sieben Dämonensäcke. Okay. Sulek, wenn du deinen Gegnern drohen willst, sollten die verstehen, was du denen androhst. Glaube ich. Sonst ist das nicht so effektiv. Dammit. Ich habe es befürchtet, dass das passiert. Aber anders wäre das nicht mehr vorbeigegangen. Dieses Katz-und-Maus-Spiel. Sulek, dann rede ich jetzt noch mal kurz mit dir. Gehen wir noch mal in die Kampfkontrolle. Kampfkontrolle! Ein Katz-und-Ratz-Spiel. Ja, genau. Okay, nutzbeste... Dann nimmt er wieder einen Vorschlaghammer jetzt eigentlich, ne? Hm. Verstehe ich nicht. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Achtung. Pass auf, dass du mich nicht triffst mit Explosionen. Distanz, dann Nahkampf. Eigentlich. Hm, naja. Bleib in meiner Nähe. Okay, machen wir mal so. Dann steht er vielleicht nicht immer so weit weg von mir. Ist auch gut. Ja, es gäbe super viele andere Länder. Und Orte, wo ein Fallout sehr gut funktionieren könnte. Und auch echt interessant wäre, ne? Schade, dass sich Bethesda da wirklich nur auf die USA beschränken will. Auch. Wie sie ja schon öfter offiziell auch bekannt gegeben haben. Jawohl. Zweimal in einer Runde angreifen können, ist halt einfach echt wertvoll, ne? Muss man schon sagen. Nein, Sulik. Warum kannst du nicht mehr angreifen jetzt? Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem wie vorher. Ah, damn it. Okay, ich speichere jetzt mal und gehe mal in die Offensive jetzt. Sonst wird das hier wieder nix. Verdammt. Fehler. Ja, super. Ah, Sulik. Sulik, 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 Sulik. Versuchen wir es nochmal. Warum verfiel ich immer? Warum verfiel ich immer und die Ratte nie? Können wir mal andersrum machen? Kann ich mal treffen und die Ratte nicht? Das wäre echt gut. Ich befürchte, ich muss nochmal weiter weglaufen. Ist das hier eigentlich eine Sackgasse oder so? Die Bretter, die hier liegen. Ich kann das schwer gerade erkennen. Danke. Oh, Sulik nimmt den schwer und die Ratte ist speer und die Ratte ist getroffen und zwar schwer. Ja, dankeschön, T-Bone. Für die Bets. Sulik nimmt den Speer und trifft die Ratte sehr. Tot ist sie noch lange nicht. Damn it. Auch nicht, wenn ich nochmal draufhau mit meinem Messerchen und jetzt bin ich wieder tot. Nein, Sulik hat die Aggro. Yes, dankeschön. Boah. Ah ja, genau. Ich wollte da unten noch die Munition holen. Die ist nämlich, glaube ich, für Minigun, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Die können wir später tatsächlich dann gut brauchen. Dauert aber noch ein bisschen. Ach so, nee. Das war für die 10mm Pistole. Ja, trotzdem. Ich gebe es mal zu. Auch wenn der die aktuell gar nicht benutzt. Aus irgendeinem Grund, den ich gar nicht verstehe eigentlich. Aber macht ja auch nichts. Ich muss ja nicht immer alles verstehen. Hier, bitteschön. Nimm das. Und fertig. Tibaun, danke nochmal für die Fuji-Bits. Na gut, der Rattenkönig ist tot, ne? Wir haben hier quasi eine Quest erfüllt, die wir nie wirklich angenommen haben. Basically. Dann gehen wir mal zurück. Wir können ja jetzt mal dem Kerl erzählen, dass wir seinen Rattenkönig getötet haben. Oh, warte mal. Hier sind noch Ratten am Eingang. Sind die wieder da? Oder haben wir die wirklich übersehen? Ich kann es mir kaum vorstellen. Naja, nix, was Sulik nicht schaffen wird. Hoffe ich. Oh nein. Oh Gott, ich dachte schon, ich bin zu nah. Oh Gott, oh Gott. Soll ich weglaufen? Ich speicher mal. Okay, cool. Huh. Dammit. Von der Ratte in die Ferse gebissen. Das ist mal ein Tod für das auserwählte Wesen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich laufe zu Sulik. Sulik-Hilfe! Ich werde von Ratten verfolgt. One-Hit-Kill-Ratten. Na, wer weiß, was die haben, ne? Die Wunder, die die mir zufügen. Ich kriege eine Turbo-Infektion. Instant Tollwut. Hä? Jawohl. Na also. Danke, Sulik. Ich habe es auch allein geschafft. So, jetzt muss ich daran denken, dass wir da oben noch eine haben. Sulik ist definitiv der Beste, ja. Okay, cool. Die beiden hätte ich schon mal allein geschafft. Ist auch mal eine gute Idee, ne? Fallout 2 1-HP-Run. Äh, Redo, danke schön für den Super-Chat. Hehe, wie eine Katze alle Ratten erwischt. Kuschelpsiana, danke schön für die Bits. Okay. Ich lasse die Ratten zu mir kommen. Yes, gut. Speichern. Es ist so dämlich, dass ich gerade wegen jeder einzelnen Ratte speichern muss. Das ist wirklich so dämlich. Aber gut. Wir machen das schon ziemlich gut hier. Alles okay. So, dann hauen wir ab hier. Nichts wie weg. Nein, noch eine Ratte. Sind die wirklich wieder neu gespawnt hier? Oh Gott, und ich habe nicht gespeichert. Nein. Come on. Solik, wie viele Aktionspunkte hast du eigentlich? Awesome. Hat er jetzt die Ratte getötet? Nee, oder? Doch. Danke. Puh. 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 Okay. Hier dürfte ja eigentlich auch nichts mehr sein. Dann können wir jetzt, glaube ich, wirklich einfach zurück. Ja, hier ist sonst, glaube ich, jetzt auch nichts mehr großartig. Ah, den habe ich mir tatsächlich noch nicht angesehen, Nemesis. Den habe ich fast vergessen. Ähm. The Keeper's Diary, ne? Den Fanfilm. Yo. Weniger Ratten als je zuvor. Ah, okay. Gut. Ich dachte, vielleicht gibt es noch immer einen Dialog. Aber nee. Passt schon. Oh, Reddo. Hey, vielen, vielen Dank fürs Hohepriester der Tentakel werden. Das ist ja nett von dir. Dankeschön. Ich bin übrigens, ich werde jetzt, äh, die Bonus-Videos für alle, die mich supporten, nochmal ein bisschen überarbeiten. Weil ich da die letzten Wochen und Monate ein bisschen entschludern gekommen bin. Aber ich habe da ein paar coole Ideen, glaube ich, wie das in Zukunft besser cool funktioniert. Dass ihr ja auch vorab und Bonus-Content bekommt. Okay. Ähm. Yay, FanDan, Dankeschön. Oder FanDan. Dankeschön. Sehr nett von dir. Danke für den Prime-Sub. Ha. Ich überlege, es ist jetzt elf, ne? Es ist jetzt elf. Ich glaube, wir machen jetzt mit Fallout 2 Schluss für heute. Wir sind jetzt hier so ziemlich fertig in Klamatt. Und beim nächsten Mal können wir dann mal, äh, weiter durch das Ödland reisen. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Also wirklich, ich freue mich echt schon drauf. Aber dann machen wir jetzt Schluss. Und jetzt überlege ich gerade, weil es im Chat gerade gefallen ist, dass wir vielleicht heute jetzt nicht mehr Resident Evil Zero anfangen, aber vielleicht gemeinsam den Resident Evil Fan-Film noch gucken. Keep Us Diary. Mit, wie du schon geschrieben hast, dem Original-Chris-Redfield-Schauspieler, aber in einer anderen Rolle. Äh, das wäre vielleicht auch eine Idee, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal, ähm, zwei Minuten Pause. Ich gehe kurz auf Toilette und hole mir was Neues zu trinken. Und dann entscheiden wir das ganz spontan. Und nächste Woche Dienstag, wenn alles so klappt, wie ich hoffe, geht es dann hier mit Fallout 2 weiter und Resident Evil Zero und allem, was ich noch so geplant hatte, jetzt eigentlich für heute, wenn ich nicht so in Resident Evil versumpft wäre, äh, in Fallout 2 versumpft wäre. Also kurze Pause, ne, und dann geht's weiter. Ja. Ja.